Das Vogelhäuschen Hast du das gehört? Was? Da, schon wieder! Da draußen, hinter dem Fenster! Ah, ein kleiner Vogel! Der ist wunderschön! Ja, aber er ist traurig! Ich werde ihn jetzt zum Lachen bringen! Ich glaube, er findet das nicht zum Lachen! Wahrscheinlich, weil ihm kalt ist! Oh, er möchte etwas fressen! Das ist alles! Wie wär's mit einem Häuschen für den kleinen Kerl? Weißt du, wie man ein Vogelhaus baut? Nein, aber wir beide kennen hier jemanden, der alles weiß! Im Winter ist es nicht so leicht für Vögel, ihr Futter unter dem Schnee zu finden. Also kommen ihnen die Menschen zu Hilfe. Sie bauen kleine Häuser für die Vögel. Darin wird Futter aufbewahrt. Solche Häuser nennt man demzufolge Vogelhäuser. Vogelhäuschen können aus Holz, Plastik und sogar aus Milch- oder Saftkartons sein. Man kann ein Vogelhaus ganz einfach Welber bauen. Aber damit ist natürlich noch nicht alles getan. Das Wichtigste ist, dass man daran denkt, es stets mit Futter zu füllen. Und damit ist das Vogelhäuschen fertig. Und was sollen wir reinlegen? Ich hab ne Idee. Lisa, ich nehme hier etwas für einen kleinen Vogel, okay? Du bist doch nicht neidisch. Neidisch, neidisch, neidisch. Lisa, ist neidisch? Lisa ist neidisch. Du musst lernen zu teilen. Lisa ist neidisch. Du hattest wohl noch nicht genug? Nicht genug, nicht genug, nicht genug, nicht genug. Wow, jetzt sind schon zwei da. Frisst nur, es ist genug für alle da. Arme Lisa. Arme Lisa. Kommt, laden wir sie auch ein. Wir eröffnen ein Riss raus für Vögel. Warum hast du die kleinen Vögel verscheucht? Das Vogelhaus ist für sie, kapiert? Flieg weg! Sie piesackt unsere Freunde. Hey, weg da, weg! Jetzt wirst du sie nie mehr los. Das werden wir ja sehen. Aha! Es hielt ihr recht. Es ist nicht nett, die kleinen zu piesacken. Und die großen zu piesacken findet ihr in Ordnung? Die Taube muss doch auch was essen. Fressen! Fressen! Ganz sicher? Sicher! Winter kann wunderschön sein, aber auch sehr kalt. Tiere haben verschiedene Weisen, um sich auf das kalte Wetter einzustellen. Manche Vögel sammeln sich in Schwärmen und fliegen dahin, wo es warm ist. Man könnte auch sagen, sie fliegen in den Urlaub. Eichhörnchen, Hamster und Streifenhörnchen lagern ihre Nüsse, Pilze und Zapfen. Nicht jeder Mensch hat so eine gut organisierte Speisekammer. Stinktiere und Bären essen viel mehr im Herbst und kuscheln sich dann in ihre Höhlen und Erdlöcher, um dort Winterschlaf zu machen. Auch Fische machen Winterschlafen. Allerdings auf dem Boden der Seen und Flüsse. Frösche, Schlangen und sogar Wespen vergraben sich im Boden. Aber Hasen, Füchse und Wölfe lassen sich dickes Fell wachsen, welches sie vor der Kälte schützt. Wobei es gar nicht immer so leicht ist, Futter zu finden. Das ist jetzt dein Häuschen. Und das Neue ist für die kleinen Vögel. Hey, fängst du schon wieder an? Na also. Ach, aber die kleinen Vögel, sie kommen sicher nie wieder zurück. Schau, Nulli. Sie sind zurückgekommen. Ah, ich bin ja so froh. Alles wieder gut. T-Tisch. 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 Schokolade. Tom Thomas, pack es endlich aus. Morgen früh, Nullik. Ich will wissen, was für ein Spielzeug da drin ist. Hab Geduld, Nullik. Es reicht. Ich gehe ins Bett. Fass sie bitte nicht an, okay? Und du öffnest es nicht ohne mich, okay? Abgemacht. Gute Nacht, Nullik. Aha. Was machst du denn hier? Ich, also, ich habe... Oh, eine Schokokugel mit einem Spielzeug. Wie interessant. Ja, aber voll. Machen wir es auf und sehen hinein. Das geht nicht. Ich habe es von Thomas versprochen. Aber wenn wir aufpassen, merkt er nichts. Die Schokolade, lebe ich gerade. Weil man sie so schön eingewickelt hat. Ich wünsche mir gerade, die wunderbare Schokolade gleich aufzureißen. Und ich weiß ab. Weiß ab. Weiß ab. Nun ja. Jetzt haben wir es gesehen. Tom Thomas wird aber sauer sein, wenn er merkt, dass ihr die Schokolade angefasst habt. Oh, du? Du hast sie nicht angefasst? Hab ich nicht. Oh, und was ist dann das? Schokolade? Ja, absolut. Es ist eine 100% echte Vollnichtschokolade. Das steht hier. Die wichtigste Zutat in Schokolade sind Kakaobohnen. Sie werden geröstet, zerdrückt und gemahlen. Dann werden die Bohnen gepresst, um das Öl zu extrahieren. Mischt man Butter, Kakao und Zucker, bekommt man dunkle Schokolade. Mischt man Milch hinzu, bekommt man Vollmilchschokolade. Das erwärmt man, gießt es in eine Form und kühlt es wieder ab. Man kann auch Rosinen oder Nüsse hinzugeben. Manchmal wird Schokolade sogar mit Geschmäckern wie Blumen oder Salz gemacht. Schokolade wurde ursprünglich nicht zum Essen gemacht. Sie wurde als ein Trank mit gerösteten Bohnen, Wasser und scharfen Chilischoten verwendet. Nicht alle Erwachsenen konnten es trinken, geschweige denn die Kinder. Heute zählt Schokolade zu den Lieblingssüßigkeiten von Kindern und Erwachsenen. Wie sollen wir sie wieder zusammenbauen? Wie wär's mit Klebeband? Kommt schon. Zuerst erwärmen wir die Schokolade, damit sie wieder weich wird. Dann können wir eine neue Kugel formen. Und wir machen sie wieder hart. Ja, indem wir sie abkühlen. Die Schokolade Seh ich gerade Ist bis zur Hälfte einfach weg Das ist ja schade Doch mit der Schokolade Ist es wie immer Einfach verhext 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 Die Lies Geschafft Legen wir das Spielzeug rein Aber wir haben es noch gar nicht gesehen Oh, es ist so schön Tom Thomas wird es lieben Oh, wartet Was haltet ihr von dieser Idee? Ich hab gerade Ne neue Schokolade Ne neue Schokolade Die jemand ganz toll eingewickelt hat Sie ist so schade Die neue Schokolade Will ich behalten Und weiß nicht ab Hallo du Oh, was ist das? Eine Schokokugel? Hast du mein Glück? Vielleicht ist da ein Spielzeug drin? Mhm Aber ich darf es nicht auspacken Ohne Nullig Kannst du das wirklich nicht ohne ihn? Geht nicht Wir haben nämlich einen Deal Mh, deine Schokolade ist sicher köstlich Na los, nasch ein bisschen Hm Wenn du das sagst Dann esse ich sie Aber wir packen das Spielzeug Nicht ohne Nullig aus Mh, lecker Komm schon Willst du nicht wissen, was drin ist? Wir verraten nichts Alles klar Ganz schnell Dann mache ich es wieder zu Was ist das denn? Fisch Nullig? Wirklich? Wie kommst du da rein? Überraschung Hm Du warst in dem Behälter Der Behälter war in der Schokokugel Ja Und die Kugel Das ist doch unmöglich Ah Ihr beiden steckt dahinter Vielleicht ein bisschen Moment Nullig Du hast versprochen Die Schokolade nicht bis zum Morgen anzufassen Und du hast versprochen Es nicht ohne mich auszupacken, oder? Sie ist so schrecklich Schoko Das Teleskop Oh, Bucky Hast du mich erschreckt? Ist Nullig bei dir? Er hat gesagt, er würde uns helfen Wunderschön Wow Seht euch diese Sterne an Dieses Teleskop ist einfach magisch Prächtig Das einfachste Teleskop ist ein Rohr mit zwei Linsen Es sammelt und reflektiert Licht Richten wir das Teleskop auf den weit entfernten Mond Sehen wir Kater, Berge und Kluften auf der Oberfläche Als ob sie sehr nah wären Durch ein Teleskop können wir Sterne und Kometen untersuchen Die Farben und Formen der Planeten unterscheiden und ihre Monde finden Aber die Sonne darf man nur durch ein Teleskop beobachten Wenn es einen besonderen Filter hat, der die Augen schützt Aber das Coolste daran ist, dass es sich dreht Nein, wirklich Nun, sollen wir losgehen? Warten wir nicht auf Nullig? Er holt uns ein Ich schreibe ihm eine Nachricht Nullig, wir sind im Computer Hey! Hier bin ich! Hallo? Wo seid ihr alle? Ein Monster! Zimka? Hilf mir! Ein Monster hat Zimka gefressen, es ist im Teleskop Gefressen? Sie war doch gerade noch hier Das Einzige, was noch übrig ist, ist ihr Fixie-Tab Ein riesiges Monster, gefressig! Mit scharfen Zähnen und so einem Maul Mama Mia! Mit Hörnern auf dem Kopf, es hatte alles Ah! Das Monster! Na du vielleicht, aber ich nicht Was schreit dir hier so rum, ne? Du wolltest nicht gefressen Was meinst du gefressen? Vom Monster, das dich verfolgt hat Ah! Das Monster hat Feuer angegriffen Ich bin ungünstig abgewogen Feuer? Wollte es dich fressen? Wer? Das Monster, es ist riesig, mit so einem Maul Ja, und Hörnern auf dem Kopf Was ist mit Tentakeln? Oh ja? Ich glaube, ich weiß, was das ist Es ist ein Fixie-Fresser Ah! Er wird uns fressen! Aber Fixie-Fresser gibt es nicht Wirklich nicht? Es ist ein Monster von einem fernen Planeten Das ist unsere Sonne Und die Erde ist nicht der einzige Planet, der sich um sie dreht Aber das konnten sich die Menschen nicht mal vorstellen, bis das Teleskop erfunden wurde Dann konnten Astronomen endlich sehen, wie unser Sonnensystem organisiert ist Der Planet, der unserer Sonne am nächsten ist, ist ein kleiner Planet namens Merkur Darauf folgt der Planet Venus, dann die Erde, dann Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun Am weitesten entfernt Ist es möglich, dass Leben nur auf der Erde existiert? Bis jetzt wurden noch nicht einmal lebendige Bakterien auf den anderen Planeten gefunden Geschweige denn menschliches Leben Aber wir wollen glauben, dass tief im Weltall irgendein Lebewesen durch ein Teleskop schaut Und genauso wie wir davon träumen, seine außerirdischen Geschwister zu finden Da war er! Komm jetzt raus, Fixi-Fresser! Wir brauchen einen Köder Wo finden wir einen? Mich? Nulik, dich kennt er schon Keine Sorge, er wird dich nicht verletzen Hand aufs Herz Fixi-Fresser! Komm raus, sofort! Ich hab keine Angst Ich hab keine Angst vor dir Komm Hilfe! Fangen ist Feuer! Ich hab dich! Es ist Buggy, die hat hier gefangen Wo ist dann der Fixi-Fresser? Hast du das Monster gesehen? Seht euch das Maul an! Genau wie das Monster! Nulik, wo hast du den Fixi-Fresser gesehen? Dort, ich hab ihn durch das Teleskop gesehen Buggy, würdest du bitte mal in diese Ecke da oben gehen? Ah, und jetzt gehne! Ah, seht mal! Ah, da fehlt die Fresser! Oder Buggy? Was meint ihr? Der Bleistift Ganz toll, Tom Thomas Heute hat deine Mama Geburtstag und du schläfst noch Hey, was ist das? Eine Zeichnung Ein Porträt seiner Mama Meiner Meinung nach sieht diese Mama nicht gerade aus wie Tom Thomas Mama Vielleicht ist er noch nicht ganz fertig geworden Er war müde und schlief ein Das ist nicht gut Wir müssen etwas tun Ah, wir können ihm helfen Der Bleistift ist noch da In einem Bleistift ist Blei Damit kann man zeichnen Aber Blei wächst nicht an Bäumen Es besteht aus einem Mineral namens Graphit Das aus der Erdkruste in Mien gewonnen wird Aber wie kommt das Blei in einen Stift? Ganz einfach Die Stifte werden aus Bleistäben und zwei Holzplatten gemacht Es werden Rillen in die Platten geschnitzt Und die Stäbe werden hineingelegt Nun werden die Platten zusammengeklebt und zugeschnitten Und schon ist das Künstlers Werkzeug fertig Daraus wird nichts Oh, sag mir, wo ich stehen soll Und ich bewege den Bleistift durch die Luft Versuche ihn näher zur Zeichnung zu bringen Äh, heb ihn etwas an Du musst mehr drücken Nullig, wir sind Deppen Schau, da ist ein Anspitzer Ein Stückchen Blei Mehr brauchen wir nicht Alles klar Mal sehen, wie es damals die alten Meister gemacht haben Große Künstler, wie wir Ja, sie könnte etwas mehr Haare vertragen Und auch ein Hut Und ein Fliege um den Hals Wunderschön Und Krawbacke muss mit drauf sein Ja, lass uns weitermalen Tom Thomas Tom Thomas, schläfst du noch? Fixies? Gern geschehen, Tom Thomas Äh, wo ist mein Bild? Was habt ihr nur getan? Wenn Mama dieses Kunstwerk sieht, was ihr da gemacht habt, fällt sie in Ohnmacht, bestimmt Vor Freude, oder? Vor Angst wahrscheinlich Sieht das aus wie meine Mama? Äh, nun dann gib es deinem Papa Der fällt nicht in Ohnmacht Ganz sicher Aber es ist Mamas Geburtstag, nicht Papas Das ist doch nicht euer Ernst Es gibt auch ein ähnliches Gemälde Es heißt Schwarzes Quadrat Ein Klassiker Denkst du, die wird sich nöden? Menschen wollen sich an die Höhepunkte ihres Lebens erinnern Deswegen machen sie Fotos von der Natur, ihrer Familie und von sich selbst Sogar von dem Essen, das sie essen Menschen haben das sogar schon vor der Erfindung der Fotografie getan Sie malten Ein Künstler könnte die Sonne, einen Fluss und ein paar Apfelbäume malen Und bald hat er eine ganze Landschaft gemalt Und wenn die Äpfel nicht auf Bäumen sind, sondern in einer Schale neben einer Vase Einem Krug oder Korb liegen, ist das ein Stillleben Ist eine Person im Zentrum, nennt man das ein Porträt Und wenn Künstler sich selbst malen, nennt man das ein Selbstporträt Natürlich ist es einfacher, ein schnelles Foto von Dingen zu machen, die vorbeiziehen Aber ganz wie die alten Meister bringen wir einen Teil unserer Seele in die Zeichnung Und wenn ihr öfter zeichnet, werdet ihr es selbst erleben Das verspreche ich euch Vielleicht schenkst du dir eins deiner älteren Bilder Vielleicht radierst du das Chaos weg, das du aus dem hier gemacht hast Das könnte klappen Radieren muss doch leichter sein als malen Naja, immerhin kannst du es nicht schlimmer machen Hey, ich glaube ich weiß, wie du das wieder hinkriegst Du kannst mit dem Radiergummi malen Ein Porträt? Äh, ein Porträt bekommen wir glaube ich wohl nicht so gut hin Aber, aber ein Stillleben ist ein Kinderspiel Super Aha, ziemlich gut, oder? Tom Thomas Alles ist auf dem Tisch fürs Frühstück Mama, herzlichen Glückwunsch Ich habe dieses Geschenk für dich gemalt Danke Tom Thomas Was für ein hübsches Stillleben So ungewöhnlich Ich habe mir Mühe gegeben Wir hängen es an die Wand Jetzt, lass uns essen Was hätte Tom Thomas nur ohne uns getan? Ja, immer wenn du in Schwierigkeiten steckst Kommen stets deine wahren Freunde, um dich zu retten Das Programm Alles klar Mal sehen Sag, guten Morgen Guten Morgen Hebe den Arm hoch Und senke den Arm Haha, es klappt Ausgezeichnet Hallo Professor Eugenius Hallo Fixies Schön euch heute zu sehen Was finden Sie denn heute? Ich verbessere den Manipulator Jetzt kann das Gerät sehen, hören Und sogar sprechen Guten Morgen Oh wow Wenn dieses Ding ein Gehirn hätte Dann wäre es ja wie ein Mensch Aber es hat ein Gehirn Hast du gesehen, wie Professor Eugenius Den Computer mit dem mechanischen Arm verbunden hat? Du meinst, der Computer ist ein Gehirn? Na, nicht ganz Der Computer ist nur ein Stück Metall Guten Morgen Was einen Computer intelligent macht, sind die Programme darin Stellt euch vor, ihr kommt von der Schule nach Hause und findet einen Brief von eurer Mutter Zieh dich um Isst Mittag Mach den Abwasch Und mach die Hausaufgaben Ungefähr so funktioniert ein Computerprogramm Es ist eine Abfolge von Befehlen, die der Computer ausführt Einen nach dem anderen Programme werden auch Applikationen genannt Davon gibt es viele in Computern, Tablets und Smartphones Computerprogramme sind es, die diese Geräte so schlau machen Jetzt haben wir es Ich habe das Programm optimiert Mal sehen Nun wird der Manipulator auf meinen Befehl Äh, äh, die schmutzige Tasse waschen Manipulator, eine schmutzige Tasse Eliminiere das Problem Wird ausgeführt Das Problem wurde eliminiert Er hat sie wohl falsch verstanden Ich versuch's nochmal Räum die Scherben auf Äh, nicht verstanden Nun, wisch den Boden Nicht verstanden Wie wär's mit Befreie das Labor von allen fremden Objekten Verstanden Wird ausgeführt Ich sehe zwei fremde Objekte Hey, was wird das denn? Stopp, sofort, das sind keine fremden Objekte Das sind meine Freunde Schon besser Noch ein fremdes Objekt Ich bin nicht fremd Ich gehöre hierher Noch ein fremdes Objekt Ich gehöre hierher Noch ein fremdes Objekt Fremdes Genug, stopp Was, du kriegst uns nicht? Du brauchst noch einen Arm Verstanden Armverlängerung Stopp Sitz Platz Gas Oh, oh 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 Ihr Programm scheint nicht zu funktionieren Das ist sicher, es gibt Fehlfunktionen Moderne Geräte funktionieren oftmals durch den Befehl von verschiedenen Computerprogrammen Diese Programme können Störungen haben Zum Beispiel kann eine Autoalarmanlage ohne Grund losgehen Oder ein Computer befolgt nicht mehr eure Befehle und macht von selbst komische Dinge Oder das Handy friert ein und reagiert nicht mehr, egal wie oft man darauf drückt Wenn das euren Geräten passiert, wird geraten, sie neu zu starten Oder schaltet das Gerät aus und wieder an Manchmal hilft das und das Gerät funktioniert wieder Aber wenn das nicht hilft, braucht ihr vielleicht einen Techniker, der herausfindet, ob es am Programm liegt oder am Gerät selbst So, dass er es reparieren kann Wie stoppen wir dieses Ding? Oh, ich glaube, dass wir den Manipulator vom Computer trennen müssen Das ist genial Ich lenke ihn ab und ihr zieht den Stecker Nein, das ist meine sensible Stelle Autsch Bist du bereit? Und eins Autsch Und zwei Au, au, au Und drei Ah, ich sehe, was da los war Was? Das Programm hat einen kleinen Fehler Jetzt müsste es klappen Jetzt sollte er sich benehmen Probieren wir es aus Ein Moment, auf keinen Fall Es reicht für heute Wir müssen erst dieses Chaos aufräumen Keine Sorge Der Manipulator macht das für uns Das Virus Thomas, überhol ihn Gut gemacht, du bist gleich da Jetzt tritt ordentlich aufs Gas Ha, nimm das, Johnny Verlierer Trittst du nochmal gegen ihn an? Geht nicht Das war schon das letzte Level Oh, wir hatten doch gerade erst angefangen Warte mal Mal sehen, was da steht Herzlichen Glückwunsch Als Preis erhalten Sie ein Smartphone Und brandneue Levels Für das Spiel Oh, yeah Cool Klick es an Ich würde nicht einfach irgendwo draufklicken Hm, was soll schon passieren? Wow Hey, was ist los? Jemand hat die Zahlen verdreht Na bitte sehr Hab ich euch nicht gewarnt? Meinst du vielleicht, das war Johnny? Johnny Natürlich Er war sauer, dass wir gewonnen haben Also hat er sich eine Tarnkappe aufgesetzt Dann schlich er sich ins Zimmer Und radierte alles vom Computer weg Stopp Was aber redest du? Eine Tarnkappe? Das hat doch überhaupt gar nichts mit Johnny zu tun Sieht so aus, als ob du ein Virus hast Dann müssen wir von Thomas' Mama holen Wozu? Ist das nicht klar? Sie ist Ärztin Sie wird dieses Virus problemlos verschwinden lassen Daraus wird nichts Vergiss es Ein Computer mit einem Virus wird so nicht behandelt Ein Arzt wird dir nicht helfen können Besonders keine Zahnärztin wie deine Mutter Wer kann uns dann helfen? Dafür brauchst du eine besondere Software Antiviren Ein Computervirus ist ein zerstörerisches Computerprogramm Es kann nicht nur wichtige Informationen stehlen oder löschen Sondern auch den Computer vollkommen zerstören Das Schlimme an einem Virus ist Dass es sich sehr schnell ausbreitet Und andere verbundene Computer infizieren kann Ähnlich wie eine menschliche Krankheit Um solche Viren zu finden und zu stoppen Braucht man ein Antivirenprogramm Antivirenprogramme schützen einen Computer auch vor neuen Infektionen Und übrigens Dein Papa hat auf seinem Computer eine Antivirensoftware Und meine hat keine? Nein Du lässt ja niemanden in die Nähe deines Computers Du hast ja keine Zeit Papa Machen wir das später Okay Ich muss noch eine Runde schaffen Nur noch eine Minute Oh Seht mal Das Virus beginnt jetzt alles darin zu zerstören Das heißt Der Computer wird verschwinden Und das Zimmer auch Und Und wir alle Stopp, stopp Keine Panik Wir müssen den Computer retten Sofort Tom Thomas Dein Papa hat eine Kiste mit allen Antivirensoftwares Hol sie Spiele, Musik, Trickfilme Es gibt so viele interessante Dinge im Internet Aber genau wie in der physischen Welt Muss man sich an die Regeln halten, wenn man online ist Erstens Besucht nur Websites, die ihr kennt Manchmal könnte sich ein zerstörerisches Virus Hinter einem schönen Bild verstecken Und es gibt viele Betrüger im Internet Deswegen sollte man niemanden, den man nicht kennt Seine Adresse geben oder eine SMS schicken Um ein kostenloses Spiel herunterzuladen Wenn ihr eine Nachricht von einem Fremden bekommt Solltet ihr sie sofort euren Eltern zeigen Unterhaltet euch nur mit Menschen, die ihr kennt Und sitzt nicht den ganzen Tag drinnen und surft im Internet Es gibt immer noch nichts besseres als rauszugehen Und mit Freunden an der frischen Luft zu spielen Das war's Der Feind ist zerstört Der Feind ist zerstört Gut gemacht Mal sehen, ob jetzt alles funktioniert Tidisch 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 Jetzt müssen wir die Software deinstallieren Wieso? Das brauchen wir nicht Doch, das müssen wir Dieses Programm darf nur von einem Erwachsenen installiert werden Sonst finden deine Eltern noch heraus, dass du Hilfe von den Fixies bekommen hast Tut mir leid Schon erledigt Und hier kommt Papa Papa, kannst du das auf meinem Computer installieren? Bitte? Brauchst du es sofort? Hat das nicht Zeit? Nein Wir können das nicht länger verschieben Bitte schön Nun ist dein Computer geschützt Wieso bist du plötzlich so verantwortungsbewusst? Oh, Papa Du weißt wohl nicht, was für Viren da durch das Netz strömen Du hast recht Der Geschirrspüler Du fängst mich nie! Du fängst... Hast du Spaß? Alles andere ist dir egal Was? Wir sorgen uns um mehr als ihr zwei zusammen Ja, das ist uns sonnenklar Wollen wir wetten? Wie wäre es, wenn wir versuchen, euren Job zu machen und ihr macht unseren? Und wer verliert? Muss dem anderen einen Wunsch erfüllen Hier in der Küche ist ein Geschirrspüler, der nicht funktioniert und ihr lenkt uns mit eurem Unsinn ab Warte doch, wir machen es Findet das kaputte Teil So gut wie erledigt Wo ist es? Ihr seid die Erwachsenen Geht und findet es Passt gut auf euch auf Und ihr Kinder in die Schule Aber benehmt euch ordentlich War ich da, als wir in der Schule Geschirrspüler dran hatten? Das wichtigste Element eines Geschirrspülers ist dieses Teil Der Sprüharm Er sieht aus wie ein Propeller Nachdem die Pumpe des Geschirrspülers Wasser einleitet wird es erwärmt, mit Reinigungsmittel gemischt und dann mit hohem Druck hochgepresst Dadurch dreht sich der Propeller sehr schnell Sodass er das Wasser stark herausschießen kann Um all den Dreck von den Tellern und Gläsern abzuwaschen Das geschieht schonend Sodass das Geschirr nicht nur glänzend herauskommt, sondern auch unzerbrochen Soll das ein Elternabend sein? Oh nein, es ist ein Experiment Heute bin ich Simka Und ich Nolik Alles klar, wer kann dem Rest der Klasse sagen, was wir gestern gelernt haben? Simka Gestern? Oh! Schon vergessen? Setz dich! Dafür gibt's eine Fünf Das Problem liegt wohl im Schaltfeld Vielleicht ist der Spülmaschine Wasser ausgegangen Pappus, streite dich nicht mit deiner Frau Hopp! Dieses Teil funktioniert Und das auch Weißt du was? Warum spülen wir das Geschirr nicht einfach? Das wäre geschummelt Niemand wird es merken Das Geschirr wird blitzeblank sein Und bam! Wir gewinnen Seht mal, wir haben's geschafft! Wieso leuchtet die Anzeige nicht? Fixies reparieren Dinge Und wie nennt ihr das? Und ihr? Wart ihr beiden heute in der Schule? Klar waren wir das Ich, ich meine Simka, bekam eine Fünf für ihre Antwort Na danke, Marcia Und habt ihr mit Tom Thomas gespielt? Du weißt doch, dass wir uns den Menschen nicht zeigen Tom Thomas ist nicht irgendein Mensch Er ist unser Freund Entweder spielt ihr mit ihm Oder ihr verliert Genauso wie wir Keinesfalls Wir spielen noch eine Runde Die ersten Küchengeräte erschienen vor etwa 7000 Jahren Die Menschen machten sie entweder aus Stein oder aus Holz Andere Behälter für Essen waren Geflochtene Körbe Die Körbe wurden mit Ton bestrichen Sodass sie länger hielten Damals musste einer dieser Körbe in ein Lagerfeuer gefallen sein Und siehe da, der Korb außen verbrannte Und der Ton wurde hart wie Stein Diese Entdeckung führte zur Erfindung des Tongeschirrs Das bis zum heutigen Tag genutzt wird Später entwickelte man Geschirr aus Glas, Metall und Gusseisen Den reichsten Menschen wurde das Essen sogar auf Silber oder Gold serviert Heute ist Küchengeschirr nicht nur eine praktische Angelegenheit Sondern es kann auch als Dekoration im Haus glänzen Vergiss es, das ist unmöglich Sagen wir ihnen einfach, wir geben auf Simka, warum ist der Knopf schief und ragt nicht aus? Weil der Knopf eingeklemmt ist Ja, Nolik, du hast herausgefunden, was nicht stimmt Gut, dass ich den mit mir rumtage Dich! Eins Papus, wir haben alles repariert Drei Wirklich? Heißt das, ihr spielt mit dem? Vier Wir sind keine Drückeberger Fünf Wer von uns hat dann gewonnen? Ich komme Es ist ein Unentschieden Jedes Team hat einen Wunsch frei Unser Team will, dass ihr meine Fünf ausbügelt Und ihr beendet das Spiel mit ihm Kinderspiel Schönheit Schönheit Hey, lass das Wow So eine Angeberin wie Werder Und eins Nicht übel Was ist los? Schade, dass Feuer das nicht gesehen hat Ich trainiere nur für die Schule Du machst doch die ganze Zeit Drehungen und Verrenkungen für Feuer Hm, ich? Das ist doch vollkommen absurd Nolik, mach langsam Ja Spure, spielen wir lieber etwas schwach Aber ist Rollkunstlauf nicht wunderschön? Dreh mich Wie cool Warum rufst du so laut? Ich habe gerade zwei Karten bekommen für den absolut legendären Vektor Ah, prächtig Und wer kommt mit dir? Das weiß ich gar nicht Ich habe noch nicht drüber nachgedacht Was muss man da nachdenken? Lade doch einfach das allerhübscheste Mädchen der Schule ein Stimmt's? Haha, keine schlechte Idee, mein Freund Hahaha Hast du das gehört? Die Allerschönste wird eingeladen Tja, ich bin gar nicht interessiert Und weißt du was? Ich bin's auch nicht Unsere Welt ist voller Schönheit Es gibt zahllose, wunderschöne Pflanzen und Tiere Atemberaubende Berge, Wälder und Seen Aber das reicht den Menschen nicht aus Sie erschaffen auch selber schöne Dinge Künstler malen schöne Bilder Komponisten schreiben schöne Musik Architekten schaffen schöne Gebäude Und Modedesigner machen schöne Kleidung Das betrifft sogar auch Wissenschaftler Sie schaffen schöne Ideen Diese Ideen können die Basis sein für neue Technologien Die das Leben der Menschen verbessern Jeder hat seine eigene Vorstellung von Schönheit Es gibt so viele Meinungen, wie es Menschen gibt Aber jeder versucht auf seine Weise schön zu sein Sowohl Menschen als auch Fixies Bitte hilf mir Spule Wie kann ich schön werden? Hm, ich weiß nicht Frag doch Werder Sie hat das gewisse Etwas Was hat sie? Was ist denn das Schönste an ihr? Oh, nun ihre Haarnadel, die Versuche Das Grün steht ihr super Grün ist schön Aha Okay, bis später Hm? Spule Hä? Was ist deine Meinung? Meinst du Feuer mag Simka? Es sieht so aus Ist das, weil sie rote Haare hat? Orange Hm, jetzt verstehe ich Nun, ist das in etwa ihre Farbe? Nicht wirklich Ich brauche mehr Grün Was macht eine Person wirklich schön? Schicke Kleidung? Knalliger Nagel? Lackgefärbte Haare? Das macht einen nicht unbedingt schön Hier ist ein zuverlässigeres Rezept Zuerst Waschen und Haare kämmen Seht ihr? So seht ihr gleich viel schöner aus Nun die dreckigen, zerknitterten Sachen wechseln Und etwas Sauberes tragen Hm? Das ist sogar noch schöner Und zu guter Letzt Wenn man weniger Süßigkeiten isst Und ausreichend Sport treibt Dann wird man sicher ein hübscher Junge sein Hihi Oder ein bezauberndes Mädchen Feuer? Was ist los? Meinst du, du bekommst ein Autogramm von Vektor für mich? Na sicher Ich liebe seine Songs so sehr Ich auch Besonders der Song, der so geht Computer, 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 du bist super Ich spiel gern am Computer und meistens richtig laut In jeder Minute wär ich gern am Computer Doch nein, 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 das ist nicht erlaubt Ich hatte keine Ahnung, dass du so ein Fan bist Weißt du was? Ich hole dir kein Autogramm Warum denn nicht? Weil du es selber bekommst Weißt du was? Ich habe eine Extra-Karte Ich dachte, du nimmst das schönste Mädchen mit Ihr seid doch alle sehr schön Und mit dir macht es am meisten Spaß Los gehen wir Stopp Ha, wartet Oh, Simka oder Werder? Wohin geht ihr? Was meinst du wohin? Zum Konzert Werder? Nein, Simka Oder andersrum? Ich bin so verwirrt Komm schon, Spule Erkennst du sie denn nicht? Das ist Simka und das hier ist Werder Gehen wir, sonst kommen wir zu spät Blondinen haben immer Glück Ja, wahrscheinlich hätten wir uns blond färben sollen wie Spule Die Kopie Elisa Ach egal, ich habe es gefunden Ah nein, doch nicht Elisa Elisa Ich höre sie Ich komme Professor Eugenius Hast du diesen Regenschirm gesehen? Sieht aus, als hat der Professor wieder seinen Schirm verloren Ah Wie viele Flyer da sind Nolik, das sind alles Kopien von einem Flyer Elisa druckt viele davon, damit sie sie in der ganzen Stadt aufhängen kann Ein Kopierer ist ein Gerät, mit dem man viele Kopien von einem einzigen Bild oder Dokument machen kann Ein Bild, das kopiert werden muss, wird auf eine Glasscheibe gelegt unter einem Deckel Der Fotokopierer bestrahlt es dann mit hellem Licht, damit er ein klares Foto machen kann Dann wird das Bild auf Papier gedruckt, mit Hilfe besonderer Tinte und einer sich drehenden Walze So kann man identische Kopien wieder und wieder von einem Original machen Bis die Tinte oder das Papier alle sind Was ist passiert, Professor Eugenius? Äh, oi Mein Aktenkoffer, ich finde ihn einfach nicht Ach, sie sind so zerstreut Erst war es der Regenschirm, jetzt der Aktenkoffer Oh, ist das für mich? Ich mache das nicht mit Absicht Nun, wir finden Ihren Aktenkoffer Ich designe dafür einen Flyer und drucke ihn auch gleich aus Ah, jetzt weiß ich's wieder Sie wissen wieder, wo Ihr Aktenkoffer ist? Nicht das Diesen Morgen habe ich meinen Tee gar nicht getrunken Also müssen wir Ihren Tee auch noch finden Es ist so dunkel hier drin Leise Elisa kommt hoch Wir müssen uns verstecken Wo ist das Bild vom Aktenkoffer? Hier ist der Flyer für einen verlorenen Schlüssel Der für das Handy Der Flyer, falls der Professor verloren geht Hier der verlorene Aktenkoffer Exzellent Sieht aus, als sei die Luft rein Und wo ist Nolik? Äh, ah Äh, äh Da ist Nolik Gedruckt Er steckt im Kopierer fest Wir müssen ihn sofort halten Ihn retten? Wir müssen alle gerettet werden, Spule Wenn Elisa diese Flyer aufhängt Dann wird die gesamte Stadt die Fixes entdecken Also was sollen wir tun? Warte Äh, oh Wir können dieses Deckweiß benutzen Und Nolik zu übermalen Simka, sieh Da ist noch ein Nolik So, da ist noch einer Verdeckt ihn gut Und hier Nicht jeder hat die Möglichkeit Die Gemälde der großen Meister live zu sehen Aber dank der Kopiertechnologie Sind diese Bilder auf der ganzen Welt bekannt Junge Maler und Bildhauer lernen ihr Handwerk Indem sie die Werke der alten Meister studieren und kopieren Es ist wichtig, Kopien von wichtigen Dokumenten zu haben Für alle Fälle Was, wenn das Originaldokument zerstört wird? Dann gibt es wenigstens eine Kopie Kopien sind normalerweise sehr hilfreich Aber nicht alle Kopien sind gut Einige Kopien namens Fälschungen sind schlecht Eine Fälschung ist die Kopie eines Bildes, Dokuments oder sogar von Geldscheinen, die als Originale ausgegeben werden Gefälschte Kopien zu machen ist illegal Man kann sogar für solche Kopien ins Gefängnis kommen Und etwas hier Simka, ich kann nichts sehen Wir sind hier Das Licht war so geil da drin Ich dachte, ich war blind Und wir mussten jede einzelne Kopie nehmen und sie übermalen Damit die Menschen nichts über die Fixies herausfinden Schade, dass ich nicht dabei war Ich hätte euch helfen können Professor Ich gehe Da sind sie ja Haha, Elisa Elisa Sie ist gegangen und hängt die Flyer auf Ja Und ich habe den Koffer und den Schirm selbst gefunden Ich rufe sie an und sage es ihr Wo ist mein Handy? Habe ich es verloren? Keine Sorge, Professor Wenn Sie es nicht finden Elisa hat bestimmt ein Foto von ihrem Handy Hauptsache, Elisa geht jetzt nicht auch noch verloren Das Marshmallow Fixies Warum seid ihr so traurig? Bald ist doch Weihnachten Vielleicht wirst du sehr viel Spaß haben Aber wir nicht Warum das denn? Marcia und Papus hatten einen Streit Worüber? Ja Jedes Jahr müssen wir diese Lichterkette reparieren Oh ja, es ist schrecklich Es ist schon fast Weihnachten und es gibt noch so viel zu tun Was hältst du davon? Und das? Aha, ihr hört das Telefon nicht klingeln Ihr antwortet nicht auf die Nachrichten Und dabei haben wir eine Lichterkette, die nicht funktioniert Wir brauchen Hilfe Papus, noch ein paar Minuten, ja? Das hast du schon vor einer Stunde gesagt Schluss mit dem Zeitverschwenden Wir verschwenden keine Zeit Schau in die Kamera Was? Habt ihr eins von Masia? Ja Da seid ihr ja Und? Habt ihr eine tolle Zeit? Ähm, wir wollten gerade los und... Ihr könnt ruhig hierbleiben Ich habe schon alles alleine gemacht Offensichtlich habt ihr Wichtigeres zu tun Äh... Du hast mich da zurückgelassen, alleine Ich schufte mich ab, nur damit du spielen kannst Wohin gehst du? Mich entspannen Oh ja, soll mir recht sein Jetzt haben wir kein Weihnachten Keine Sorge, Nolik Deine Eltern werden das schon vergessen Äh, ich meine, sich vertragen Wie? Mein Papa sagt immer Man erobert das Herz einer Frau durch Blumen oder Süßes Und woher bekommen wir jetzt Blumen? Oh, wir machen sie aus Marshmallows Menschen versuchen ständig Rezepte zu verbessern Franzosen haben ein uraltes ägyptisches Malvenwurzelrezept für Marshmallows Ein luftiges Dessert, mit dem man Kuchen dekoriert Oder das man auf dem Lagerfeuer röstet Die Russen haben purierte Früchte und Beeren mit Eiweiß und Zucker gemischt Und dann geschlagen Um ihr eigenes weiches Dessert zu kreieren C4 Einige Zutaten haben sich über die Jahre verändert Aber diese alten Desserts sind immer noch beliebt Was werden die sich als nächstes einfallen lassen? Fisch! Und wie bringen wir Papus dazu, sie Marcia zu schenken? Wir organisieren ein tolles Date Mafia ruft dich, es ist dringend Tom Thomas, äh, Monitor funktioniert nicht Ich dachte, sie macht jetzt alles alleine Papus, du bist doch immer so lieb Und hilfst gerne anderen Komm schon Äh, na gut Nein, nein und nein Ich entspanne mich Tom Thomas wird die Karte für seine Mama nicht hinkriegen, wenn du nicht kommst Und dann bekommt sie kein Geschenk Gut, ich komme Aber ich komme nur für seine Mama mit Süßigkeiten sind nicht nur zum Essen da Sie können auch als tolle Weihnachtsdeko dienen Zum Beispiel ist es sehr einfach, diesen Weihnachtsbaum aus Marshmallows zu machen Legt eine Reihe aus Marshmallows auf einen Teller Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Die zweite Reihe hat sechs davon Die dritte Reihe fünf, dann vier, drei, zwei Und ein besonderes ganz oben Und Brotstücke unten als Baumstamm Und zum Schluss noch etwas süßes Konfetti Und schon ist es fertig Mit Hilfe einer kleinen Ausstechform kann man Herzen und Schneeflocken aus den Marshmallows machen Oder ihr könnt auch ein Rentier machen Steckt eine Zuckerstange durch ein Marshmallow Nehm Zuckerrüben als Augen und Nase Und Brezeln als Geweih Schön, oder? Frohe Weihnachten Hm, ich verstehe nicht, was los ist Der Monitor geht doch Wozu hast du mich gerufen? Äh, ich hab dich nicht gerufen Hm, und du hast nichts für mich hier zu tun? Nein Oh, dann nehme ich an, du wolltest dich entschuldigen? Äh, nein Weißt du was? Ich hab genug gehört Äh, also, äh Was steht da? Für Masia? Äh Für mich? Ja, für dich Das ist so süß Vergib mir, dass ich dich angeschrien habe Ich bin einfach müde Nein, mir tut es leid Es war falsch von mir, dich alleine zu lassen Und wo sind die Kinder? Es ist doch bald Weihnachten Da seid ihr ja, kommt her Oh, meine Süßen Hurra Frohe Weihnachten Die Maskerade Also, Ton Thomas Hast du schon ein Kostüm für die Silvesterparty? Noch nicht Die sind nicht gut Ich war schon ein Pirat Was ist mit einem Vampir? War ich schon Und ein Ritter? Mhm Dieses Jahr will ich etwas Besonderes machen Und was, wenn... Ich weiß was Verkleide dich als mich, als Snorik Perfekt Es hat sich noch nie jemand als Fexy verkleidet Vor langer, langer Zeit setzten sich Menschen Masken auf und tanzten, um böse Geister zu vertreiben Im antiken Theater wechselten Schauspieler Masken, um verschiedene Rollen spielen zu können Alle mochten die Idee, ihre Gesichter hinter mysteriösen Masken zu verstecken so sehr, dass Menschen anfingen, draußen Festivals zu organisieren Sogenannte Maskeraden Es gibt Länder auf der Welt, wie Brasilien und Italien, die während der Feiertage zu einem riesigen Maskenball werden Hallo, was macht ihr da? Ein Kostüm für eine Maskerade Erratet ihr, als was ich mich verkleide? Ja, aber warum muss so das Snorik sein? Weil's meine Idee war Vorher wäre ein viel cooleres Kostüm Ha! Das stimmt nicht! Schluss mit Streiten Ich verkleide mich als dich Und dich Schon besser Kluge Fixies tragen eine Brille Ha! Deine Brille ist zu klein, um überhaupt auf seinen Finger zu passen Dann mache ich mir einfach selbst eine Brille So ein süßer Fixie Prächtig Nicht schlecht Aber wenn ich du wäre, hätte ich einen Pakomatas Kostüm Jeder modebewusste Fixie trägt einen Und kannst du meine Locken machen, bitte? Äh Wenn nicht, verletzt du unsere Gefühle Cool! Kommt jetzt jeder vor? Oh, wir haben Simka vergessen! Wo soll denn jetzt noch Platz sein für sie? Was soll ich denn jetzt machen? Ich muss wirklich los Dann sagen wir nichts Bis später dann, Tom Thomas Danke, Leute Tisch! Wo wart ihr denn die ganze Zeit, während ich das Konfetti aufgefüllt habe? Wir haben Hausaufgaben gemacht Und dieses Magazin angesehen Und geredet Ja, all das Und mehr Ha! Eine bessere Ausrede ist euch nicht eingefallen? Los! Was vertuschelt ihr? Seid ihr völlig durchgedreht? Sorry, aber da war absolut kein Platz mehr auf Tom Thomas Das ist doch aber nicht, was ich meine Was ist die Regel Nummer eins der Fixies? Was ist unser Versprechen? Wir verraten unser Geheimnis niemandem! Genau, aber ihr habt's verraten! Jetzt wissen es alle! Tom Thomas wird niemanden von uns erzählen! Das hoffe ich schwer Vielleicht Wird jeder denken, sein Kostüm wäre Eine Süßigkeit! Was für eine Süßigkeit hat einen Rucksack auf und eine Brille? Wir stecken echt in der Klemme Ich fand die Brille sah klug aus Was werden wir jetzt nur machen? Den Professor rufen! Oder wir rufen Großfix oder Papus! Keine Panik! Warten wir, bis Tom Thomas zurückkommt Es gibt viele verschiedene Arten von Masken und manche von ihnen sind sehr wichtig Medizinische Masken werden von Ärzten und Kranken benutzt, um die Ausbreitung von Krankheiten zu reduzieren Sauerstoffmasken helfen Menschen zu atmen Fechter, Hockey-Torwarte und Boxer tragen Masken, um ihre Gesichter zu schützen Das blaue Glas in der Maske eines Schweißers wird genutzt, um seine Augen vor dem gefährlichen hellen Licht zu schützen Taucher tragen Masken, wenn sie unter Wasser tauchen Ohne eine Maske wäre es schwer, die Schönheit der Unterwasserwelt zu sehen Die Masken, die Menschen auf einem Karneval und einer Party tragen? Nun, die gibt es nur, damit Menschen Spaß haben und um die Stimmung aufzulockern Oder als Tarnung, damit man nicht sofort erkannt wird Es kann viel Spaß machen, jemanden so reinzulegen Und wie war's? Es war toll! Es gab einen Kostümwettbewerb und ich hab gewonnen! Hurra! Das war's! Wir sind erledigt! Seid bitte nicht sauer, Leute! Aber ich konnte ja nicht sagen, dass ich ein Fixi bin Das fiel mir dazu ein Erster Preis fürs Kostüm? Roboter Tukan? Hey, was soll das? Findest du, wir sehen wie Tukan aus? Ja? Ja! 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 Alles klar, Fixi-Tukane! Wir haben noch was vor! Ups! Frohes Neujahr! Wasser Hi, ich bin bereit Nolik? Der bleibt zu Hause, wie abgemacht Aha, bis bald! Wer war das? Nolik, du bist das! Ich muss los! Ich komm mit! Nein, wir müssen etwas Wichtiges erledigen Das ist nichts für kleine Kinder Warum darf ich nicht helfen? Weil diese Arbeit sehr anspruchsvoll ist Es ist langweilig und du bist ungeduldig Du störst nur! Hä? Aber ich bin geduldsam! Ich meine geduldvoll! Ich meine also supergeduldig! Beweis es! Wie? Siehst du diesen, ähm, Wasserfilter? Zähle, wie viele Gläser Wasser er säubert Wie viele soll ich zählen? Wenn du 100 erreicht hast, dann glaub ich dir Wozu brauchen sie den Filter? Wieso trinken sie nicht aus der Leitung? Ist doch egal! Du sollst zählen! Das war eins! Ohne Wasser ist Leben nicht möglich Der menschliche Körper besteht aus zwei Dritteln Wasser Und Menschen müssen es ständig trinken Aber nur sauberes Wasser Wasser wird aus Flüssen und Seen Durch Rohre in Häuser transportiert Auf dem Weg wird es gesäubert Von Ablagerungen und Schmutz Und trotzdem könnte das Wasser noch immer Giftige Stoffe oder schädliche Bakterien enthalten Deswegen nutzen Menschen Filter Und Trinkwasser zu säubern Durch diese letzte Schutzbarriere Kommt nichts so einfach durch Zwei Zehn Ha! Wo sind sie jetzt alle? Sie trinken nichts mehr Wie lange muss ich denn noch hier warten? Ho ho! Tom Thomas! Hast du Durst? Dann trink doch Wasser Aber ich will kein Wasser Aber du musst! Weißt du nicht, dass dein Körper fast nur aus Wasser besteht? Na und? Und was ist, wenn du nicht genug hast? Dann ist alles, was von dir übrig bleiben will Nur Haut und Knochen Oh, das sagt Mama auch immer Dass ich nur Haut und Knochen bin Das siehst du? Deswegen musst du Wasser trinken Trink doch mehr Und mehr Los, weiter! Das reicht Ich hab keinen Platz mehr Du hast noch sehr viel Platz Was kümmert dich, wie viel Wasser ich trinke? Weil ich zählen soll, wie viel Wasser durch den Filter fließt Verstehst du? Es muss sich wirklich Ja, na und? Muss es durch mich fließen, damit du es zählen kannst? Ich bin total voll Was soll ich denn nun machen? Ich warte den ganzen Tag hier in der Küche Aber keiner trinkt was Was ist los? Der Filter ist kaputt Du musst sofort Simka rufen 415 416 417 418 419 Was? Der Filter ist kaputt Wirklich witzig, Nullik Simka, das ist kein Witz Irgendwas ist da drüben los Wir müssen uns beeilen Wo ist denn der Notfall? Seht's! So, was ist hier los? Na toll Jetzt müssen wir auch noch den Filter reparieren Er ist nicht kaputt Das blinkende rote Licht ist ein Hinweis Das heißt, dass wir die Patrone im Filter ersetzen müssen Seit uralten Zeiten versuchen Menschen Wege zu finden Um sich an etwas zu erinnern oder nichts durcheinander zu bringen Knoten an Seilen wurden verwendet als Erinnerung Dass es Zeit wurde, Schulden zu begleichen oder zu ernten Menschen schnitzten Striche in Bäume, um sich an Zahlen zu erinnern Später erfanden Menschen Rechentafeln, Kalender und Terminkalender Und heutzutage ist es sogar einfacher, weil Geräte uns erinnern Wecker helfen den Menschen rechtzeitig aufzustehen Ein lauter Ofentimer kann einen Kuchen vom Anbrennen retten Das grüne Licht an Geräten zeigt an, ob sie eingeschaltet sind und benutzt werden können Ein rotes Licht zeigt das Gegenteil Ha! Moderne, intelligente Geräte können sogar ihren Besitzern anzeigen, was sie tun müssen Ohne sie können Menschen sehr zerstreut sein Es ist alles bereit Kies! Das müsste jetzt für die nächsten 2000 Gläser reichen 2000? Und was mache ich jetzt damit? Oh Okay Nolik, du hast das sehr gut gemacht Prima Ja, wenn du willst, kann ich das machen Tom Thomas, willst du Wasser trinken? Ah ah, ich kann nichts mehr trinken Und ich kann auch nicht mehr warten Sieht aus, als ob seine Anzeige jetzt aufleuchtet Der Papagei Lisa, willst du dein Futter? Wow, Tom Thomas, wer ist das? Simka, Nolik, das ist Lisa Mein Papa hat sie aus Afrika Oh, kaum zu glauben Du hast deinen echten Papa geil Kann der reden? Papa hat gesagt, sie kann Aber ich habe sie noch nicht gehört Nun mal sehen, ob sie kann Okay, sag, Lisa ist dein lieber Vogel Nein, sie soll meinen Namen lernen Das wäre so cool Lisa, sag Nolik Das ist mein Name Sie will über Nolik nicht sprechen Hm, vielleicht spricht sie keine menschliche Sprache Check das aus Anscheinend spricht sie die Hundesprache Nein, Nolik Sie spricht überhaupt keine Sprachen Wie kann sie dann sprechen? Papageien können viele verschiedene Klänge imitieren, die sie hören Zum Beispiel Hundebellen oder das Klingeln des Telefons Papageien können auch Worte nachahmen Und sogar ganze Sätze der menschlichen Sprache Aber Papageien verstehen nicht die Bedeutung der Worte, die sie sagen Sie wiederholen einfach nur wie ein Plattenspieler Hey, hallo Hey, hallo Deswegen wird man kein echtes Gespräch mit einem Papageien führen können Auch da nicht, wenn es ein sprechender Papagei ist Dann lassen wir sie eben etwas wiederholen Hey, Lisa Tidish Das ist der besondere Ausruf der Fixies Sag es Fixies haben einen besonderen Ausruf Tidish Mein Papa ist zurück Schnell, verstecken wir uns Hallo Und, wie läuft's? Redet ihr beiden schon miteinander? Ich kann sie nicht dazu bringen, etwas zu sagen Ja? Hm Lisa Wie geht's? Lisa ist ein guter Vogel Vorhin hat sie gar nichts gesagt Hm In meiner Nähe redet sie gerne Lisa ist ein guter Vogel Nolik ist mein Name Hm Wer ist denn Nolik? Äh, nein Lisa meint, sie hat kein Glück im Spiel Welches Spiel? Äh, verstecken wir uns Schnell Verstecken Äh, wir haben Verstecken gespielt Mit dem Papagei? Aha Fixies haben einen besonderen Ausruf Fixies haben einen besonderen Ausruf Fixies haben einen besonderen Ausruf Was? Fixies? Einen besonderen Ausruf? Äh, nein In Physik Gibt es Formeln und so Äh, das lernen wir gerade in der Schule Naja Wie besonders Physik ist Wow Beeindruckend Ähm, na dann mach weiter so, mein Joon Puh Ja Die Fähigkeit, das zu wiederholen, was Menschen sagen, haben nicht nur Papageien Krähen, Starre und andere Tiere können das auch Und abgesehen von Tieren können auch Maschinen die menschliche Sprache wiedergeben Zum Beispiel, wenn ihr jemanden anruft und hört Bitte hinterlassen sie ihre Nachricht nach dem Signalton Das ist ein Anrufbeantworter, der eine aufgenommene Stimme nutzt, um den Anruf zu beantworten Noch ein Beispiel ist die Stimme in Zügen und Bussen, die die Haltestellen ansagt Solche Stimmen sind normalerweise Aufnahmen, die immer wieder wiederholt werden Heute gibt es auch künstliche Stimmen auf Computern, Tablets und Smartphones, die Text lesen und ihn wiedergeben können Aber auch wenn eine Maschine weiß, was ihr sagt, weiß sie trotzdem nicht, warum ihr es sagt Das verstehen nur Menschen und natürlich Wixis Tom Thomas, du bist ein Held Du hast dich da wirklich gut rausgeredet Und Lisa, böser Vogel, du hättest uns fast verraten Pass auf mit diesen Papageien Ich verstehe Lisa, hör zu, vergiss alles, was wir gesagt haben Und erwähne nie wieder Nolik, okay? Ja, überhaupt nichts über die Fixis Ja, wenn du einen Fixi triffst, bitte, verrate es nicht, verstehst du? Ah, sie nickt Sieht aus, als hat sie verstanden Lass uns schnell gehen, damit sie uns so schnell wie möglich vergisst Jedoch, wenn diese Fixis sind, das ist ganz streng geheim Ah, die Dich, die Dich, die Dich Musiknoten Doch Nein Doch Nein Doch Nein Oh, es wird aber wirklich ein geistreiches Gespräch Geht das schon eine Weile so? Ja Simka, sag bitte Nolik, was das ist Ein Geschenk, oder? Aha, von Katja Und es hat einen Geheimcode Genau hier, siehst du? Ha, das ist kein Geheimnis Das sind Noten Musiknoten Ha, siehst du? Hab ich doch gesagt Dieses Gekritzel soll Musik sein? Das glaube ich nicht Komm schon, jetzt sagen es schon zwei Menschen Simka ist aber kein Mensch Sie ist ein Fixi Jedenfalls sind wir in der Überzahl Ihr habt euch gegen mich verschworen Wir verschwören uns nicht gegen dich, Nolik Musik ist etwas, was man spielen kann Oder was man mit den Ohren hören kann Aber das ist nicht alles Man kann sie auch aufschreiben Wenn wir Worte aufschreiben wollen Nutzen wir Buchstaben Und wenn wir Musik aufschreiben wollen Nutzen wir besondere Symbole Musiknoten genannt Es gibt sieben Noten C, D, E, F, G, A und H Je höher der Ton Desto höher sitzt die Note Auf den fünf horizontalen Linien Den Notenlinien Noten, die so aussehen Dauern länger Und solche Noten sind kurze, schnelle Töne Dank der Noten kann man Musik wie ein Buch lesen Und sie anschließend spielen oder singen Bis ich euch nicht spielen höre, was da angeblich steht Glaube ich euch kein Wort Worauf denn? Du weißt, dass wir keine Instrumente haben Dann spielt es mit Löffeln Hältst du dich für lustig? Hey, hört auf zu streiten Ich weiß, wie wir das Lied spielen können Mit Hilfe von Wasser Wasser? Nur um sicher zu gehen Versucht ihr die Musik zu spielen Oder wollt ihr sie waschen? Genau Gieß ein, Tomtommes Etwas mehr Hörst du, wie sich der Klang verändert? Ähä Stopp Und jetzt? Gieß etwas Wasser in das nächste Glas Bis du diese Note hörst Nämlich schau Ha Stopp Jetzt hast du's Und jetzt hier? Ja Uns fehlt immer noch eine Note Und was soll ich machen, wenn meine Mama heimkommt? Was soll ich sagen, was ich mache? Dass du lernst Musik zu spielen Und dabei noch Geschirr spülst Das war's Das war das hohe C Jetzt haben wir alle Noten, die wir brauchen plugs C D D E F G A H Und C Cool Los, Tomtommes Spiel Wie wärs, wenn wir alle zusammen spielen? Musikalische Töne können auf ganz verschiedene Weisen produziert werden Violinen und Cellos werden mit einem Bogen gespielt. Wenn der Bogen gegen die Seiten gerieben wird, vibriert die Seite, als ob sie zittert. Dabei entsteht ein wunderschöner Klang. Eine Gitarre hat auch Seiten, aber hier entsteht der Klang, wenn sie gezupft werden. Und in einem Klavier sind besondere Hammer, die die Seiten anschlagen, wenn der Pianist die Tasten nach unten drückt. Instrumente wie Trompeten, Posaunen und Flöten und Klarinetten machen Töne, wenn man in sie hineinbläst. Deswegen nennt man sie Blasinstrumente. Es gibt sogar Instrumente, die Klang erzeugen, wenn ein befeuchteter Finger über sie streicht. Versucht mal euren Finger zu befeuchten und ihn auf dem Rand eines Weinglases zu reiben. Mit etwas Übung werdet ihr einen bezaubernden Klang hören. Und? Seid ihr beiden bereit? Ja! Toll! Alle zusammen! Das kenn ich! Zum Geburtstag, viel Glück! Zum Geburtstag, Tom Thomas! Zum Geburtstag, viel Glück! Tom Thomas, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Siehst du, Nolik? Und du wolltest nicht glauben, dass das Musik ist. Dafür hab ich zuerst erraten, welches Lied es ist. Hey, danke, dass ihr mir geholfen habt, Katjas Geschenk zu entschlüsseln. Und wie wär's, wenn du ein Lied an Katja schickst? Ja! Wir können Musiknoten zu einem Lied über die Fixies aufschreiben. Die Fixies? Das geht nicht. Wir sollten nicht den Text schreiben. Aber wenn es nur die Noten sind, ist das kein Problem. Hurra! Los, spielen wir es! Na klar! Die Bratpfanne Juhu! Kannst du das hier? Ist doch leicht! Und das! Und voila! Sogar auf Schlittschuhen könnte ich das. Auf Schlittschuhen könnte ich zehnmal hintereinander springen. Und ich schaffe hundert mit geschlossenen Augen. Das will ich sehen! Es gibt keine Eisbahn. Aber bald! Was gibt es bald? Eine Eislaufbahn. Wow! In der Bratpfanne! Alles klar, meine Wettfreunde! Holt eure Schlittschuhe! Fixies lieben Sport. Vielleicht seht ihr einmal, wie erwachsene Fixies Gewichte heben. Oder sie eine Gymnastikroutine ausführen. Fixie-Kinder haben gerne Fixie-Board-Wettbewerbe. Oder sie nehmen an Parcours-Wettbewerben teil, wo sie rennen, springen und über alle möglichen Hindernisse hüpfen müssen. Derartige Wettbewerbe finden normalerweise in ausgeklügelten Geräten statt. Orientierungslauf wird auch in solchen Geräten gemacht. Fixies folgen dabei einer Karte durch eine komplizierte Route. An die muss man sich streng halten. Man darf nicht falsch abbiegen. Aber das Lieblingsspiel der Fixies ist selbstverständlich verständlich. Niemand kann sie in diesem Spiel schlagen. Ihr glaubt mir nicht? Haha! Seht her! Die Eisbahn ist gefroren. Also, wer fängt an? Nolle, komm schon! Und, wirst du springen? Ja! Wow, cool! Ist das alles? Noch lange nicht. No leg! No leg! No leg! No leg! Das schafft er nicht. Der hat nicht genug anlaufen. Ah! Ah! Ha! Ich kann nicht mehr. Ich bin verletzt. Klar, ich weiß Bescheid, Herr Angeber. Du bist dran, Simka. Also, sieh genau hin und lernt was. Leilai, 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 ups, leilai. Wow! No leg! Nimm's mir nicht übel. Leilai, leilai, ups, leilai, 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 leilai. Wie immer, sie steht mir im Weg und jetzt gewinnt sie auch noch. No leg, willst du sie echt schlagen? Aha! Siehst du das Salz? Wieso? Sollen wir sie kochen? Natürlich nicht. Aber wenn wir etwas Salz auf das Eis streuen, wird es schmelzen. Simka, hast du nicht gesagt, du kannst Eis laufen mit geschlossenen Augen? Kinder leicht! Was? Kannst du es nicht? Sieh und lerne. Eins. Und zwei. Ja, sehr gut. Und drei. Hey, das ist Salz. Das war nicht fair, Jungs. Du hättest eh keine 100 Sprünge geschafft. Wiederholen wir den Wettbewerb. Aber diesmal nach den Regeln. Oh, seht. Da ist ein Krapfer in der Pfanne. Was? Das ist ja schrecklich. In einer Pfanne kann man fast alles braten. Fleisch, Fisch, Gemüse. Damit das Essen nicht an der Pfanne kleben bleibt, sind moderne Pfannen beschichtet. Zum Beispiel mit Teflon. Mit solchen Pfannen kann man sogar ohne Öl braten. Und sie sind leicht zu säubern. Aber mit solchen Pfannen muss man sehr vorsichtig umgehen. Am besten nimmt man dabei keine Metallpfannenbänder oder Gabeln, die sie zerkratzen könnten. In einer Pfanne, die zerkratzt ist, sollte man nichts braten. Das ist ungesund. Ja, diese Pfanne ist völlig hinüber. Und das nur wegen deiner dummen Wette. Das ist nur, weil jemand geschummelt hat. Mama kommt. Bitte, Simka, hilf mir, ja? Ich erfülle dir auch einen Wunsch. Oder drei. Nein, fünf. Fünf? Ich kann euch helfen. Wenn ihr 100 Mal in die Luft springt, auf einem Bein. Wir machen 200. Tom Thomas, hast du heute Lust auf Krebs? Tiddy. Tiddy. Mh, diese Krebs sind perfekt. Ich liebe es, mit dieser Pfanne zu braten. Warum springst du? Ich möchte meine Beine stärken. Jedenfalls hättest du niemals 100 Mal springen können. Ah, ah. Ah! Der Stern. Also, das ist unser Sonnensystem. Und es besteht aus... Freunde, ihr werdet es nicht glauben. Ich fand... Nein, 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 nein. Ich entdeckte einen unbekannten Stern. Das ist grandios, Kollege. Ja. Und heute kommen Journalisten ins Labor für ein Interview. Wer wird interviewt werden? Wärst du pünktlich gekommen, wüsstest du es. Ich musste meine Haare machen. Sie sind da. Versteckt euch alle. Es gibt viele Galaxien im Universum mit Milliarden heißglühender Kugeln, die wir alle als Sterne kennen. Sterne werden aus riesigen Gas- und Staubwolken geboren, Nebel genannt. Wir sehen Sterne am Himmel als winzige Punkte. Aber das ist nur, weil wir sehr, sehr weit weg sind. Der unserem Planeten nächste Stern ist die Sonne. Obwohl die Sonne nicht der größte Stern ist, gibt sie uns Färme und Licht, was wir zum Leben brauchen. Professor Eugenius ist jetzt ein prominenter, international bekannt. Ja. Hey, habt ihr es gesehen? Wer, da hat es auch aufs Cover geschickt. Oh, wow. Wow. Ich finde, wir sehen gut zusammen aus. Also, wer will ein Autogramm? Vielleicht, wenn die Schule aus ist. Los. Kommt, wir gehen. Hey, kommst du nicht mit? Später vielleicht. Mein Kollege und ich haben Wichtigeres zu tun. Kollege? Der Professor. Wir beide sind jetzt Prominente. Wer da, es ist reiner Zufall, dass du auf diesem Cover bist. Oh, oh, oh. Jemand ist eifersüchtig. Also, wir haben einen neuen Stern. Wie soll ich ihn nennen? Ah, Kollege, warum nennen wir den Stern nicht? Werder. Schließlich klingt das doch sehr schön. Werder, Werder. Wie ein Vortex, der umherwirbelt. Tolle Idee. Schade, dass ihr kein Autogramm bekommen habt. Denn dieser neue Stern hat jetzt meinen Namen. Werder. Ihr solltet eine gebührende Feier zu meiner Ehre organisieren. Ich meine zu meiner und der des Professors natürlich. Von welcher Feier redest du? Mit einem roten Teppich und Blumen. Was steht dir da rum? Na los, wählt's bald. Das arme Ding, denkt sie, wäre ein Star. Ja, absolut. Was sollen wir dagegen tun? Mit Wahnsinnigen sollte man nicht streiten. Das hab ich gelesen. Dann spielen wir ihr dummes Spiel. Eure Hoheit. Der rote Teppich. Wie ihr wünscht. Dann roll ihn auf. Und die Blumen? Muss ich dem alles selber machen? Habe natürlich nicht. Hier, eure Hoheit, die Krone. Oh, fein. Na, das geht doch. Oh. Ich bin ein Star. Die haben sie nicht mehr alle. Mhm. Da kommt er. Endlich, endlich. Mein Traum wurde wirklich wahr. Hey. Äh, meine kleinen Fixie-Freunde, ihr seid das. Ich fühle mich so geehrt, dass ihr euch versammelt habt, um mir zu gratulieren. Äh, äh, uns. Ja, uns, ihnen, wir. Wir alle sollten feiern gehen. Nein, ich meine Sie und ich. Zeigen Sie mir, was Sie tragen. Natürlich, das Zertifikat. Da steht, dieser Stern, entdeckt von Professor Eugenius, wurde registriert mit dem Namen VE03732. Was? Was? So sollten wir von nun an unseren großen Star nennen. Was ist so lustig? Eine klare Nacht eignet sich perfekt, um am Himmel nach Sternenbildern zu suchen. Am einfachsten findet man den großen Bären oder den großen Wagen, der aussieht wie eine Suppenkelle. Sieht man eine Linie von den beiden äußeren Sternen des großen Wagens, sieht man den hellen Nordstern, der Teil des Sternenbildes kleiner Bär oder kleiner Wagen ist. Etwas weiter entfernt ist die W-förmige Cassiopeia. Und diese drei Sterne, die nebeneinander liegen, sind bekannt als Gürtel des Orion. Zieht man eine Linie durch sie, findet man einen Stern namens Sirius. Der ist Teil des großen Hundes. Das ist der hellste Stern des nächtlichen Himmels. Und auf der anderen Seite ist der Stern Aldebaran. Der gehört zum Sternenbild Stier. Und das sind nur ein paar der am besten sichtbaren Sterne. Man kann sich unmöglich vorstellen, wie viele Sterne es wirklich im Universum gibt. Schwule? Ich bin hier. Feuer? Hier. V-E-7-3-0-3-2? Ist das jemand Neues? Ja, wir haben eine neue Schülerin. Sie ist ein Star. Ein neuer Superstar. Ihr sagt es! Das Fenster Na ihr? Alle wach? Was machst du? Ich putze die Fenster. Äh, sieht aus, als putzt dieses Ding da. Richtig geraten. Das ist ein Fensterwäscher-Roboter. Ich habe ihn von einem Nachbarn geborgt zum Ausprobieren. Wir sollten uns auch einen kaufen. Das verstehe ich nicht. Wir haben doch schon einen Roboter. Äh, ich meine, Roboter. Dann haben wir eben zwei. Einen für die Böden und einen für Fenster. Ich kann die Fenster putzen. Aber das kann gefährlich sein. Hä? Was soll daran gefährlich sein? Ich kann sie problemlos sofort putzen. Und statt eines Roboters kaufen wir etwas, äh, Sinnvolles. Wie ein Skateboard. Für unseren Jungen. Ich hab schon eins. Dann hast du eben zwei. Cool. Aha, wenn du das sagst. Zufällig ist gerade ein dreckiges Fenster in deinem Büro. Mal sehen, wie du das machst. So gut wie erledigt. Mhm. Und wir putzen die Fliesen mit dem Roboter. Ein Fenster ist viel mehr als nur ein Loch in der Wand. Fenster spenden Häusern Licht, Luft und eine Aussicht auf die Welt da draußen. Moderne Fenster bestehen aus mehreren Glasscheiben. Zwischen jeder Scheibe ist ein Raum, der mit Luft gefüllt ist. Die Luft dient als Dämmung, damit die Wärme nicht nach außen weicht. Wisst ihr, wie man herausfindet, wie viele Glasscheiben das Fenster hat? Man kann eine Taschenlampe darauf richten. Die Anzahl der Reflexionen zeigt die Anzahl der Scheiben. Wow, so ein erstaunliches Gerät. Lass uns das von nah ansehen. Kaufst du mir wirklich ein neues Skateboard, Papa? Ja, natürlich. Aber erst muss ich das Fenster putzen. Na gut, Roboter. Pass gut auf. Tom Thomas. Papa zeigt es ihm selbst. Wir leben in einem sehr hohen Stockwerk. Ja, aber der Roboter hat vor Höhen keine Angst. Ich beginne mit dieser Ecke. So wirst du ewig brauchen. Gib es zu, der Roboter ist besser. Ist er nicht. Wir werden gewinnen. Hey, was macht er denn da? Ich bin nicht sicher. Hä? Mama! Mama! Der Roboter hat ein Chaos angerichtet. Das ist unmöglich. Seht. Hm, sehr witzig. Wartet nur. Ich kapiere nicht, wie du das machst. Ganz einfach. Jetzt kannst du auch noch sprechen. Und du hast dich nicht benommen. Ihr wart's? Ihr versucht mich aufzuhalten? Wenn du den Roboter schlecht redest, dann verteidigen wir ihn eben. Das ist nur, weil Papa sagt, ich kriege ein Skateboard. Ja, für eine schlechte Tat? Ah. Sag mal, schämst du dich denn gar nicht? Doch, tue ich. Lektion gelernt. Und vergiss nicht, Fixies kümmern sich um Geräte. Die Behausung der ersten Menschen hatte im Grunde überhaupt gar keine Fenster. Vielleicht gab es oben ein Loch, damit der Rauch des Feuers entweichen konnte. Aber das war's. Später begannen Menschen, Löcher in die Wände zu schlagen. Aber die Löcher waren so klein, dass nur sehr wenig Licht hereinkam. Die Fenstergröße wuchs beträchtlich mit der Zeit. Menschen deckten sie mit Tierhäuten ab, Stoffen, Papier oder Holzbrettern, um sich vor der Kälte und dem Wind zu schützen. Als die Menschen lernten, wertvolle Mineralien abzubauen, fingen sie an, Fenster mit dünnen Scheiben eines Minerals namens Glimmer zu bedecken. Fenster aus Glas waren sehr teuer und nur die reichsten Menschen konnten sie sich für ihr Zuhause leisten. Aber heute können wir uns Fenster ohne Glas gar nicht mehr vorstellen. Hä? Alles ist sauber. Und was ist mit der Außenseite? Vergiss es. Ich... Ich geb's auf. Kannst du es mit dem Roboter putzen? Ja, so gut wie erledigt. Ja, hattest recht. Ich sehe es ein. Es ist wirklich ein tolles Gerät. Und der Verteidiger des Gerätes ist noch toller. Da hast du wirklich recht. Fisch! Der Fernseher. Sieh genau hin. Erst nehme ich etwas vom Gelb. Dann etwas Blau. Dann mische ich sie. Und jetzt haben wir die Farbe Grün. Ist das nicht toll? Cool. Und das klappt nicht nur beim Malen. Dein Fernseher funktioniert ganz genauso. Wirklich? Unglaublich. Das ist peinlich. Nolik, du solltest das doch wissen. Wir leben doch in dem Fernseher. Zusammen mit Papus und Marcia. Komm schon. Der Bildschirm eines Fernsehers besteht aus winzigen leuchtenden Punkten, die rot, grün oder blau sind. Wenn grüne und blaue Punkte gleichzeitig leuchten, sehen wir die Farbe hellblau wie bei einem klaren blauen Himmel. Wenn grün und rot leuchten, sehen wir eine gelbe Sonne. Und wenn alle drei Farben hell zusammen leuchten, dann sehen wir weiß auf dem Bildschirm. Vielleicht ist das schwer zu glauben, aber es ist wahr. Alle Farben auf dem Bildschirm bestehen aus nur drei Farben. Rot, grün und blau. Also alles, was wir auf dem Fernsehbildschirm sehen, hat nur drei Farben. Rot, grün und blau. Ist das nicht toll? Woher weißt du das alles, hä? Übrigens, wahrscheinlich solltest du bald einen neuen Fernseher bekommen. Was meinst du? Klar. Toll. Dann nehme ich den hier mit. Zur Arbeit. Wir machen gerade eine Reportage über alte Geräte. Hurra. Ich bekomme einen mega coolen neuen Fernseher. Simka Nolik. Habt ihr das gehört? Seid ihr hier? Wahrscheinlich sind sie nach Hause gegangen. Ein Moment. Ihr Zuhause ist, ihr Zuhause ist der Fernseher. Das war doch so ein schönes Zuhause. Das ist okay. Dann ziehen wir eben in einen anderen Fernseher. Den in dem Wohnzimmer? Warum nicht? Das ist ein schöner, neuer mit einem riesigen Flachbildschirm. Wir werden das Sofa hier lassen müssen. Was? Wir haben nicht genug Platz im anderen Fernseher. Dann zieh ich da nicht ein. Wohin sonst? In den Kühlschrank? Nein, danke. Meine Nase läuft. Was ist mit dem Herd? Oh. Und was ist mit uns? Du hast doch gesagt, dass Kinder einem Herd nicht zu nahe kommen sollen. Wie wär's denn mit der Mikrowelle? Nein, es ist gefährlich dort. Dann ins Klavier. Welches Klavier? Es gibt kein Klavier in Tom Toms Wohnung. Schade. Ein Klavier wäre der schönste Ort für ein neues Zuhause. Sieht aus, als sind wir schon in einer Schachtel. Wir sitzen fest. Gut. Ah. Papa. Hey, Papa. Ich hab's mir anders überlegt. Ich möchte keinen neuen Fernseher. Hm. Warum willst du keine neuen? Ich hab mich so daran gewöhnt. Du bist ein Müllsammler. Genau wie du, Papa. Menschen hatten immer den Traum, etwas weit Entferntes sehen zu können. Wir alle kennen Märchen mit Kristallkugeln und Zauberspiegeln. Aber das Wunder des Fernsehers begann erst vor 100 Jahren. Die Bildschirme auf den ersten Apparaten waren so klein, dass Menschen Lupen nehmen mussten, damit das Bild groß genug war, um es sehen zu können. Seit den ersten Fernsehern änderten sich mit der Zeit sowohl das Innere als auch das Äußere dieses erstaunlichen Gerätes. Sperrige Fernsehröhren wurden ersetzt durch elektronische Chips. Bildschirme wurden größer und größer. Fernseher sind nicht mehr sperrig, sondern sie haben große, flache Bildschirme, die sogar an der Wand hängen können wie ein Bild. Und bald könnte es sogar möglich sein, dass man Fernseher wie eine Matte zusammenrollen und sie überall mit hinnehmen kann. Alles klar, ich stelle ihn zurück. Unter einer Bedingung. Wenn er kaputt geht, kaufen wir dir sofort einen neuen. Ja, klar. Mit uns geht er niemals kaputt, richtig? Wie und nimmer! Oh, da haben wir es. Die Farben sind vollkommen falsch, siehst du? Anscheinend müssen wir ihn doch wegwerfen. W-w-w-warte, das wird schon gleich wieder. Pass auf! Eins, zwei, und drei! Wie hast du das gemacht? Ich hab nur die drei Farben gemischt. Wie gesagt, rot, grün und blau. Tisch! Die Ampel. Rot, gelb, grün. Okay, los geht's! Tom-Tommes, warum halten wir? Da ist ein Zebrastreifen. Bei diesen Streifen muss man Fußgänger vorbeilassen. Los! Danke! Gute Fahrt! Warum halten wir? Hier ist kein Zebrastreifen. Aber das ist eine Schranke, Feuer. Du musst den Zug durchlassen. Wow, das ist cool! Hallo, Nolik. Komm mal her. Sieh dir diese Ampel an. Die ist neu. Ist das eine echte Ampel? Wundervoll, oder? Ja, die sieht cool aus. Nolik, wohin gehst du? Stopp! Anscheinend! Bist du verrückt? Was hast du gemacht? Ich wollte mir doch nur diese coole Ampel anschauen. Was? Mein Papa hatte sie mir heute erst geschenkt. Sieh dir das an. Äh, du hast mir die Vorfahrt genommen. Du bist auf die Straße gerannt, als die Ampel rot war. Eine Ampel ist eine Straßenlampe, die mehrfarbige Leuchtsignale an Fahrzeuge und Fußgänger sendet, damit sie sich nicht in die Quere kommen, wenn sie auf der Straße sind. Ist die Ampel rot, heißt das Stopp! Man sollte bleiben, wo man ist. Das gelbe Licht zeigt Fahrern an. Vorsicht! Gleich anhalten! Man darf die Straße erst überqueren, wenn die Ampel die Farbe grün anzeigt. Und selbst dann ist es wichtig, nochmal in beide Richtungen zu schauen, bevor man die Straße überquert. Verstehst du? Du darfst die Straße nur bei grün überqueren, Nolik. Selbst Kleinkinder wissen das. Aber die Ampel war grün. Nein, sie war rot. Nein, grün. Sie war rot. Sie war grün, ich schwöre es. Vielleicht bist du ja farbenblind oder so. Ja, möglich. Äh, was ist das? Farbenblind? Das heißt, man kann Farben nicht unterscheiden. Also weißt du nicht, was rot ist und was grün ist? Ah, das bin ich. Genau. Ha! Du hast doch noch nie Farben verwechselt. Okay. Welche Farbe hat der Nachttisch dort? Äh, rot. Und das Flugzeug da? Oh, das ist grün. Was ist mit mir? Welche Farbe bin ich? Grün, blau, braun, grau. Aber getupft. Ich bin was? Es stimmt. Er ist farbenblind. Armes Kind. Wie gesagt, nicht meine Schuld. Alles klar, wir klären das zu Hause. Und was machen wir mit der Ampel? Wir reparieren sie. Und dein Auto auch. Okay, welche Farbe hat das Auto? Lila? Wenn du das sagst. Wir haben viel zu tun. Also setz dich. Bevor du noch mehr verwechselst. Die Straße kann ein gefährlicher Ort sein. Es sind so viele Autos und Fußgänger unterwegs. Und alle haben es eilig ans Ziel zu kommen. Aber passt auf. Selbst wenn ein Fahrer einen Fußgänger auf der Straße bemerkt und bremst, dauert es immer noch eine kleine Strecke, bis er komplett anhalten kann. Um Unglück zu vermeiden, respektiert euch gegenseitig. Wenn ihr die Straße überqueren müsst, geht zunächst in Ampel zum Zebrastreifen oder Fußgängerschild. Solange ihr auf dem Zebrastreifen seid, seht nach rechts und nach links und achtet darauf, wie weit die Autos, Motorräder oder Fahrräder weg sind. Sind sie nah, dann bleibt, wo ihr seid. Ist der Fahrer verantwortungsbewusst und nett, hält er schon an, wenn er euch aus der Ferne sieht. Wenn ihr euch im Dunkeln besser sichtbar machen wollt, befestigt Sicherheitsreflektoren an eurer Kleidung. Dann ist es für jeden auf der Straße sicher. Alles operiert. Tom Thomas, probier es aus. Ich mache das Licht an. Und, funktioniert es? Ja, auf die Plätze. Alles klar, gehen wir. Auf die Plätze, fertig, los! Stopp! Alles ist durcheinander! Das Licht ist überall grün, anhalten! Ah! Ha! Das Spiel ist aus. Du bist nicht farbenblind, Nullik. Weißt du, was du bist? Ein Schwindler. Ich? Mhm. Mhm. Nun ja, ich habe ein bisschen davon hier. Und manchmal steigt es mir hier hoch. Äh, was ist nochmal ein Schwindler? Das U-Boot verschwammt in den Tiefen des Ozeans und ließ die bösartigen Haie einfach zurück. Ah, dieser Trickfilm war super! Cool! Richtig! Ach, ich wünschte, wir hätten auch ein U-Boot. Wie wäre es, wenn wir eins bauen? Aber wir wissen doch gar nicht, wie man ein U-Boot baut. Wie kommst du denn darauf? Das Wichtigste bei einem U-Boot ist, dass es luftdicht ist, damit Wasser unmöglich von außen eindringen kann. Im Inneren muss eine Sauerstoffreserve sein, damit man atmen kann. Damit ein U-Boot unter Wasser tauchen kann, hat es besondere Behälter. Sind die Behälter mit Wasser gefüllt, dann wird das U-Boot schwer und beginnt zu sinken. Will man, dass das U-Boot wieder auftaucht, wird das Wasser in den Behältern durch Luft ersetzt. Und so taucht das U-Boot an die Oberfläche auf. Worauf sollen wir es machen? Außer kaputten Spielzeug! Und wo wird es fahren? Im Aquarium! Spule, kommst du nicht mit? Ich habe Angst. Aber warum? Was, wenn Wasser in das U-Boot kommt und wir trinken? Oder wenn uns die Fische fressen? Komm schon, Spule! Das ist doch dumm! Nicht mal der kleine Nulik hat Angst davor! Ja! Na gut! Matrosen, Lein los! Die was? Binde das Seil los! Aha! Sag das doch gleich! Bereit? Dann bringen wir es runter! Hurra! Wir brauchen! Es ist einfach wunderschön hier! Hier sind sie! Die fiesen Haie! Die werden sich wundern! Nach rechts! Folge ihm! Du kannst uns nicht entkommen! Komm schon! Komm schon! Auf sie zu quillen! Das ist schrecklich! Was war das? Ich weiß nicht! Es haben sich Algen um den Propeller gewickelt! Ich will zum Mars, ja! Bleib cool! Kein Grund zur Panik! Versuchen wir aufzutauchen! Es klappt nicht! Natürlich! Ich hatte zu Recht Angst! Was sollen wir jetzt tun? Wie wäre es, wenn wir die Luke öffnen? Nein, das geht nicht! Das Wasser würde einströmen und wir würden ertrinken! Nun, dann weiß ich es auch nicht! Ich muss mir einen Plan ausdenken! Ja! Das erste nutzbare U-Boot der Welt wurde schon vor 400 Jahren gebaut in England. Es bestand aus Holz und konnte nicht gerade tief tauchen. Im Inneren des Schiffes saßen Männer mit Rudern, also konnte es sich nicht sehr schnell fortbewegen. Etwa 200 Jahre später wurden die Ruder durch einen Propeller ausgetauscht. Aber der Propeller dieses U-Bootes konnte nur von Hand gedreht werden. So war dieses U-Boot auch sehr langsam. Jeder gute Schwimmer konnte es einfach überholen. Erst nachdem elektrische Motoren erfunden wurden, konnten U-Boote sehr tief fahren und sich mit sehr hoher Geschwindigkeit durch das Wasser bewegen. Die heutigen modernen Militär-U-Boote haben Kernreaktoren für den Antrieb. Diese U-Boote können monatelang unter Wasser bleiben, ohne aufzutauchen. Feuer, kannst du dir schneller einen Plan ausdenken? Uns geht die Luft aus. Feuer, wir werden ersticken. Nein, werden wir nicht. Wahrscheinlich fressen uns Feuer die Fische. Hättet ihr sie nicht so geärgert? Ja, jetzt wird's ernst. Ich hatte euch doch gewarnt, oder? Ihr wolltet mich daran. Ihr habt genau das Gegenteil getan. Moment, vielleicht klappt's. Lass uns die Batterie umgekehrt anschließen. Wechseln wir Plus und Minus. Warum? Denn dann wird sich der Motor andersrum drehen und der Propeller wird aus den Algen befreit. Fittich! Hey, geht's auf! Wir werden euch auch nicht mehr ärgern. Versprochen! Frieden! Tausend Dank, Spule. Du hast uns gerettet. Das ist nur, weil ich am meisten Angst hatte. Nein, als alles gefährlich wurde, bist du cool geblieben. Wäre es nicht peichtig, wenn wir... Nächstes Mal... ...einem Helikopter wahren? Beton. Wann kommt ihr von dem Angelausflug zurück? Vorm Abendessen. Und du hast wieder keine Zeit, den Spiegel aufzuhängen? Hm, immer kommt ihm was in die Quere. Ähm, wir wollten ihn eigentlich gerade aufhängen. Äh... Das dauert doch nur zwei Minuten. Und dann gehen wir angeln. Papus! Hä? Was willst du, Nolik? Wann machen wir denn einen Angelausflug? Du weißt, dass Fixies nicht angeln gehen. Du hast versprochen, dass wir heute das Aquarium besuchen werden. Ich wollte nur hingehen, um es zu reinigen. Dann können wir da auch angeln gehen. Wir tun nur so. Papus, bitte. Okay, Nolik. Aber wir tun nur so. Hurra! Ah, du bist der beste Papus der Welt. Ach, damit geht's nicht. Warum nicht? Weil wir Betonwände haben. Die sind viel zu hart für Nägel. Siehst du? Wir werden bohren müssen. Ich nehme an, wir brauchen einen besonderen Bohraufsatz für diese Wand. Beton ist ein sehr starkes Baumaterial, bestehend aus kleinen Steinen, Sand, Zement und Wasser. Wenn die Betonmischung trocknet, wird sie sehr hart, wie ein fester Fels. Um Häuser, Brücken und andere große Bauwerke zu bauen, wird verstärkter Beton benutzt. Um den Beton zu verstärken, wird er in eine Form mit Stahlbalken gegossen. Wenn man in eine verstärkte Betonwand bohren will, muss man aufpassen, dass man nicht die Metallstäbe trifft. Papus! Sch-Menschen! Mh-mh, Schraube zu klein, die wird den Spiegel nicht halten. Wir haben keine andere. Also müssen wir los und eine andere kaufen. Da haben wir's. Also gehen wir heute doch nicht angeln. Ach, weißt du, sicher wird das hier eine Weile halten. Sieht toll aus. Also, bereit? Papus, haben wir Angelruten? Nein, aber wir denken uns was aus. Mir gefällt nicht, wie dieser Spiegel da hängt. So was passiert, wenn Menschen etwas in Eile erledigen. Wir Fixies arbeiten immer sorgfältig. Papus, gehen wir angeln oder nicht? Natürlich. Aber erst kümmern wir uns um den Spiegel. Im alten Rom halfen Vulkane, Beton herzustellen. Nach Vulkanausbrüchen konnten Menschen die vulkanische Asche mit Steinen, Kalk und Sand mischen. Aus diesem Material bauten sie viele der berühmten Gebäude, die wir heute noch kennen. Zum Beispiel das Pantheon mit der Betonkuppel. Und das hier ist das berühmte Kolosseum. Das wurde auch mit Beton gebaut. Das Kolosseum ist fast 2000 Jahre alt, aber es steht immer noch fest. Später, als das Land von anderen Nationen erobert wurde, vergaßen Menschen, wie man Beton herstellt. Gott sei Dank stellte man vor 200 Jahren wieder fest, was Beton für ein tolles Material ist. Und so wurde es neu erfunden. Das Sprichwort ist wahr. Alles Neue ist Vergessenes Altes. Papus, es reicht jetzt. Fast ist die Mutter der Unvollkommenheit. Hm, ich hab wohl keine Kabel mehr. Ungünstiges Timing. Ich muss ins Lager gehen. Ins Lager? Also gehen wir nicht angeln? Ach. Nolik, versprochen ist versprochen. Und das heißt, wir gehen. Äh, das müsste eine Weile halten. Hä, wie witzig. Fast wären wir ohne Angeln losgegangen. Keine Panik. Wir haben ihn gut befestigt. Weißt du noch? Fast ist die... Oh. Yeah. Ja, ich hab es mir nicht eingebildet. Es wird doch ein Ausflug zum Baumarkt werden. Für die Schrauben? Ja, und für einen neuen Spiegel. Sieht aus, als fällt unser Angelausflug heute aus. Und unsere auch, Nolik. Wenigstens freuen sich die Fische. Die Spinne. Kaubacke. Kaubacke. Tom Thomas, was machst du da? Ich streichle Kaubacke. Warum? Weil ihr das gut tut. Aber Rubbel, ihr Fell nicht ab. Ihr seid doch nur neidisch, Leute, weil ihr keine eigenen Haustiere habt. Was soll das heißen? Wir haben ein Haustier. Juhu. Buggy. Buggy. Sie war in der Entlüftung, als ich sie das letzte Mal sah. Buggy. Komm raus da. Wir müssen reden. Hier. Das ist unsere Freundin Buggy. Wartet. Dieses Insekt ist euer Haustier? Ha. So ein Witz. Buggy ist eine Spinne und nicht bloß dieses Insekt. Aber ist eine Spinne nicht ein Insekt? Als Insekten bezeichnet man Mücken, Fliegen, Käfer, Libellen, Schmetterlinge, Ameisen und viele andere. Spinnen sehen Insekten sehr ähnlich. Sie haben ähnliche Beinchen. Aber Spinnen sind keine Insekten. Es sind Arachniden. Insekten haben sechs Beine. Spinnen dagegen haben acht. Viele Insekten können fliegen, aber Spinnen nicht. Spinnen bauen Spinnennetze. Sie mögen schön aussehen, aber eigentlich sind das Fallen zum Jagen von Insekten. Wieso hat eure Buggy bitte nur fünf Beine anstatt acht? Ich weiß nicht. Sie muss sie verloren haben. Jedenfalls kann sie sehr viele Tricks. Hallo Buggy. Wie geht es dir? Den Trick können wir auch machen. Kaubacke. Pfötchen. Seht ihr? Und ich wette, eure Buggy kann das nicht. Kaubacke. Sitz. Buggy. Sitz. Warum sitzt du nicht? Platz. Jetzt du. Platz. Sie zu. Genau so. Platz jetzt. Das kann sie auch nicht. Das fünfte Bein ist ihr wohl im Weg. Platz, Buggy. Platz hab ich doch gesagt. Was für ein Haustier bist du eigentlich? Du kannst nicht mal einen einfachen Frick. Hey, wo gehst du hin? Warte, Buggy. Geh nicht. Nolik, du solltest dich wirklich schämen. Warum benimmt sie sich so dämlich? Hast du nicht gesagt, sie sei deine Freundin? Na und? Seine Freunde schreit man jedenfalls nicht an. Sie hat recht. Was für ein Freund bist du? Ich gehe sie suchen. Und ich entschuldige mich. Buggy. Hörst du mich? Wo bin ich? Wo bin ich? Au. Wow, es tut weh. Hey, kannst du mich hören? Kann mir jemand helfen? Bitte. Buggy? Bist du das? Ich glaube, mein Bein ist gebrochen. Kannst du mir helfen, Buggy? Du willst mir nicht helfen. Du hast recht. Ich verdiene es nicht. Denn ich war ein schlechter Freund. Menschen haben gerne Tiere in ihrem Haus. Hunde, Katzen, Hamster, Vögel, Fische, Schildkröten. Manche haben sogar Krokodile. Je größer das Tier, desto mehr Arbeit ist es, sich darum zu kümmern. Aber jedes Tier braucht Liebe und Zuwendung, egal wie groß es ist. Fixies haben auch gerne Haustiere. Alle möglichen kleinen Käfer, Spinnen und Fliegen. Fixies behandeln sie wie Freunde und kümmern sich um sie. Natürlich ist eine kleine Spinne nicht so klug wie ein Hund, aber sie können auch trainiert werden. Einige Fixies haben es geschafft, so große Insekten wie Bienen, Käfer und Libellen zu zähnen. Fixies fliegen auf deren Rücken und transportieren schwere Lasten. Das war's. Ich stecke ganz allein hier fest. Für immer. Simka? Wie hast du mich gefunden? Buggi hat mich hergeführt. Buggi, du hast mich doch nicht im Stich gelassen. Tut mir leid, ich verspreche dich nie, nie wieder anzuschreien. Au, mein Bein. Halte durch, Nolik. Wir holen dich hier raus. Es war so gruselig. Du hättest da unten sterben können. Ja, ich wäre fast gestorben. Aber weißt du was? Buggi hat mich gerettet. Ja, das ist cooler als Pfötchen zu geben. Buggi ist wirklich eine wahre Freundin. Tut dein Bein wirklich sehr weh? Ah! Nee, es tut nicht wirklich weh. Mir geht's gut, das war nur Spaß. Der Film. Erst zählt er, dann wirft er. Cool, kannst du das auch rückwärts? Ja, klar. Wie toll. Was für ein Wurf. Ich wünschte, Simka könnte das sehen. Warum machen wir keinen Film für Simka über Feuer? Wir können einen Fixie-Tab nehmen, es hat eine Kamera. Wieso ist er nur für Simka? Wir machen ihn für uns alle. Eine tolle Idee. Ich werfe den Ball in den Korb und Nolik wird es filmen. Was sollen wir tun? Ihr könnt sein, was ihr wollt. Die Cheerleader oder Trainerinnen. Ja, eine Cheerleaderin. Ich bin dabei. Filme wurden vor mehr als 100 Jahren erfunden. Nach der Erfindung des Celluloid-Films. Ein Film besteht aus einer Serie kleiner Fotos namens Frames. Wenn man sich die Frames schnell ansieht, eins nach dem anderen, sieht es so aus, als ob das Bild auf dem Bildschirm anfängt, sich zu bewegen. Schwer zu glauben, aber die ersten Zuschauer hatten Angst, als sie auf der Leinwand einen auf sie zu rasenden Zug sahen. Zuerst waren die Filme stumm. Erst später lernte man, wie man Filme mit Ton macht. Und bald darauf lernte man, wie man Filme in leuchtenden, schönen Farben macht. Heutzutage wird nicht mehr auf Film gedreht. Heute werden Filme mit Digitalkameras gemacht. Heute sind in fast allen Handys und Tablets Digitalkameras eingebaut. So kann jeder einfach seinen eigenen Film drehen und ihn mit seinen Freunden teilen. Feuer hat es drauf. Keiner wirft die Erde. Hey, die Kamera ist doch noch gar nicht an. Macht euch bereit. Los geht's. Feuer hat es drauf. Keiner. Schnitt. Ich hab's. Zeig mal. Feuer hat es drauf. Und wo ist der Ball? Er flog. Dorthin. So geht das nicht. Du musst den Ball filmen, wie er durch die Luft fliegt. Verstehe. Auf die Plätze. Feuer hat es drauf. Wie war das? Es war sehr gut. Ich hab's. Feuer hat es drauf. Und wo bin ich? Du bist irgendwo da drüben. Und wir sind nicht im Bild. Wozu machen wir das dann? Nolik, achte darauf, dass alle im Bild sind. Okay, ich versuch's. Ich versuch's. Und wenn du siehst. Wie war das? Und wenn ich den Ball werfe und Feuer filmt? Nein, Nolik. Es ist besser, wenn Feuer wirft und du filmst. Feuer trifft auch nicht immer. Versuche du mal zu treffen, wenn die alle im Weg stehen. Ah, jetzt sind wir schuld. Hm, warum lernst du nicht zu spielen? Streitet ihr schon wieder? Wir drehen einen Film. Wow! Kann ich ihn sehen? Da gibt es nichts zu sehen. Ich hab nur Teile. Und keiner ist gut. Keine Sorge, das ist kein Problem. Was ihr jetzt braucht, ist Schnitt. Was brauchen wir? Filme werden normalerweise nicht an einem Stück gedreht. Nur ein Teil nach dem anderen. Und jedes Stück kann mehrmals gedreht werden. Mit der Kamera in verschiedenen Perspektiven. Dann kann man daraus auswählen. Nach dem Dreh kann man die besten Teile nehmen, sie aneinander rein und daraus dann den Film machen. Diesen Prozess nennt man Schnitt. Mit dem Schnitt kann man Filme machen, die etwas zeigen, dass man unmöglich an einem Stück drehen könnte. Also mal sehen. Für den ersten Dreh haben wir dieses Teek hier. Für den Ball, der in dem Korb geht, das hier. Und ich mag das hier, wo ich werfe. Und vergiss nicht mich und Spule. Natürlich nicht. Und das ist unser Film. Feuer, hattest drauf! Der Film ist super! Darf ich auswählen? Ja, gerne doch. Das können wir jetzt unserem Lehrer zeigen. Und auch Ziffer. Und Pappus und Marcia. Seht, das ist meine Version des Films. Was war das? Das stimmt doch nicht! Oh doch! Mit meinem Schnitt? Das ist nicht fair, Nolik. Feuer konnte den Ball hundertmal treffen. Unbearbeitet. Du sicher nicht! Hey Leute, streitet euch nicht! Soll ich euch beibringen, wie man den Ball ins Netz wirft? Ja! Alles klar! Dann mal los! Und auf! Feuer, hattest drauf! Keiner wirft wie er! Wuhu! Die Kaffeemaschine Tidisch! Hallo Tomtommes! Bereit für die Schule? Aha, und du? Ich helfe heute Marcia, statt in die Schule zu gehen. Drei weitere Patienten? Wie soll ich das denn schaffen? Mir wird die neue Ausrüstung geliefert und ich muss die Präsentation diese Woche halten. Na gut, ich muss sehen, wie ich das alles machen soll. Guten Morgen! Ja, echt toll. Ich stecke bis zum Hals in der Arbeit. Okay, eine Tasse Kaffee ist das Einzige, was mich heute noch retten kann. Was soll das? Was mir jetzt noch fehlt, ist zu spät zu kommen. Die Maschine beginnt den Reinigungskreislauf. Sie muss warten. Was ist das Problem? Was ist das Problem? Warum geht's nicht? Wird das heute noch oder was? Oh, die arme Kaffeemaschine! Ah, Tomtommes arme Mutter! Es reicht! Funktioniere! Was ist heute nur los? Hey Mama, komm schon! Lass mich es versuchen. Mir reicht es alles. Wir müssen ihr helfen! Ich hoffe, nichts ist kaputt gegangen. Keine Sorge, wir kriegen das hin. Lenk deine Mama ab! Mama, und was, wenn die Kaffeemaschine plötzlich wieder gehen würde genau jetzt? Könnte das deinen Tag retten? Mhm. Die ersten Kaffeegeräte erhebsten das Wasser und drängten es durch den gemahlenen Kaffee. Die heutige Generation der Geräte nennt man oft Kaffeemaschinen. Sie können so viel mehr und haben die Funktion, sich selbst reinigen zu können. Diese Maschinen können den Kaffee unterschiedlich stark machen und Milch und Zucker hinzufügen, wenn ihr das mögt. Und praktischerweise können sie die Kaffeebohnen malen, bevor der Kaffee gebrüllt wird. Man drückt nur den Knopf und die frische Tasse Kaffee ist fertig. Und dieses Aroma! Die Hauptsache bei allen Kaffeemaschinen ist, dass man nett zu ihnen ist. Dann gibt man ihnen etwas Zeit und sie funktionieren von selbst. Das ist doch absurd! Neustart ist der erste Schritt. Simka, stecke das Kontaktkabel ein und wieder aus. Mhm. Siehst du? Genau das meine ich. Eine Kaffeemaschine ist doch kein Wesen. Das ist eine Maschine, mehr nicht... Warum hast du sie dann so geschlagen? Hm. Aber wenn du sehr nett zu ihr bist und sie streichelst... Dann geht sie summen! Hörst du? Sie fand das super! Kaffeemaschine, blinke, wenn du bereit bist, wieder zu funktionieren. Mach den Bildschirm an! Mhm. Siehst du? Sie antwortet uns! Als wäre sie wirklich am Leben! Also Kaffeemaschine, mach Kaffee! Das ist unmöglich! Tisch! Zeit für eine Überraschung! Aber verrate nicht unser Geheimnis! Du hast es repariert! Was ist dein Geheimnis? Ganz einfach! Wenn man gut mit Geräten umgeht, dann gehen sie gut mit dir um! Der magische Geschmack von Kaffee wurde zuerst in Arabien genossen. Deswegen heißt die bekannteste Kaffeesorte Arabica. Kaffeebäume wachsen auf der ganzen Welt, in Bergregionen, wo es warm und feucht ist. Die Äste der Kaffeebäume sind voller Kaffeebeeren. Aber um Kaffee zu trinken, brauchen wir nicht die Beeren, nur die Samen darin. Nachdem die Bohnen geröstet und dann gemahlen werden, gibt man heißes Wasser dazu. Jede Kultur serviert Kaffee unterschiedlich. Manche heiß, manche kalt. Mit Zucker, mit Milch, mit Eis, mit Zimt, mit Ingwer und sogar mit Salz oder Pfeffer. Man sagt, Kaffee gäbe den Menschen Energie und hilft ihnen, sich nicht so müde zu fühlen. Aber es ist wichtig, nicht zu viel zu trinken. Ah. Tom Thomas, du bist ein echter Zauberer. Sie glaubt es. Juhu. Erstaunlich. Ich hätte nie gedacht, dass eine gewöhnliche Kaffeemaschine so emotional sein könnte. Armes Ding, vergib mir, ja? Und das ist nicht alles. Wenn du sehr gut mit einer Kaffeemaschine umgehst, kann sie sogar, sogar ein Lied singen. Oh, du lieber Augustin, Augustin, Augustin. Jetzt höre ich schon Stimmen. Jetzt hast du mich total verzaubert, Tom Thomas. Zeit zu gehen. Augustin. Oh, du lieber Augustin, Augustin, Augustin. Warum hast du gesungen? Tut mir leid, es ist mir so passiert. Ja, mit mir auch. Sing es mir nochmal vor, ja? Oh, du lieber Augustin, Augustin, Augustin. Oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Die Zahnpasta. Astronopennahrung bereit. Fertig. Rakete bereit. Und wer fliegt zur Sonne? Ich bin bereit. Ein echter Held. Tom Thomas. Weißt du, wo? Da ist sie. Du hättest fast ein wichtiges Experiment verdorben. Von globaler intergalaktischer Wichtigkeit. Was verdorben? Unsere wissenschaftliche Prüfung der neuesten Zahnpastaformel. Ich putze meine Zähne damit. Und ich als Chefzahnärztin werde die Tests überwachen. Also, rühr sie bitte ja nicht an. Toll. Und wie soll ich jetzt bitte zur Sonne fliegen? Komisch. Die Zahnpasta ist doch für Kinder. Na und? Aber dein Papa wird sie testen? Hä? Das stimmt. Ich werde es ihr sagen. Mama, die neue Zahnpasta. Ich sollte sie testen. Nein, dein Papa testet sie. Denn er ist verantwortungsbewusst. Das bin ich auch. Sehr verantwortungsbewusst. Aber sicher. Dein Zimmer ist ein Chaos. Ich hatte keine Zeit aufzuräumen. Die Blumen sind nicht gegossen. Hab's vergessen. Hast du Zähne geputzt? Ja. Und zwar eine ganze Minute. Du solltest deine Zähne zwei Minuten lang putzen. Morgens und abends. Tut mir leid. Tolle Zahnpasta, Schatz. Wenn ihr keine Zahnschmerzen haben wollt, müsst ihr euch gut um eure Zähne kümmern, indem ihr sie mit Zahnbürste und Zahnpasta putzt. Zahnpasta entfernt Essen, das zwischen den Zähnen steckt. Tötet schädliche Bakterien, sodass eure Zähne stark, gesund und schön bleiben. Zahnpasta sollte in jedem Haushalt sein. Erwachsene sollten Zahnpasta für Erwachsene nehmen. Und Kinder sollten die nehmen, die gesünder und sicherer für jüngere Zähne isst. Es ist wichtig, die Zahnpasta zu nehmen, die für euer Alter gedacht ist. Tom Thomas, fass sie nicht an. Sie ist für das Experiment. Ich will nur dran riechen, keine Sorge. Und? Es riecht nach Kaugummi. Hey! Will nur die Farbe anschauen, das war's. Komm schon. Willst du das Experiment ruinieren? Leg die Zahnpasta sofort wieder zurück. Hm. Schon wieder? Ups. Und nun wieder erwischt Ich möchte diese Zahnpasta unbedingt ausprobieren Nun, was wenn du... Wisst ihr, wie man seine Zähne korrekt putzt? Mal sehen Erstens, nehmt die Zahnbürste und befeuchtet sie mit Wasser Presst etwas Zahnpasta heraus Ein kleiner Tropfen in Erbsengröße ist alles, was ihr braucht Dann putzt äußerlich an den vorderen Schneidezähnen hoch und runter Zweitens, putzt die Zahninnenseite vom Zahnfleisch nach oben Drittens, öffnet eure Zähne sehr weit und putzt die Backenzähne Diese Zähne werden fürs Kauen benutzt Geht vor und zurück, mehrmals Ihr solltet ganze zwei Minuten putzen, nicht weniger Jetzt wird es Zeit, die Zahnpasta aus dem Mund herauszuspülen Und die Zahnbürste zu säubern Ganz richtig, die Zahnbürste muss auch gesäubert werden Und bitte seid nicht faul Wenn ihr eure Zähne zweimal am Tag putzt Werden sie für viele Jahre in guter Form bleiben Mama, Papa, seht ihr? Hab alles gemacht Gut gemacht Und ich verspreche, dass ich meine Zähne putze und zwar richtig So lange, wie es sein soll und... Und zweimal täglich? Nur wenn ich Teil eures coolen Experiments sein darf Bitte, darf ich? Nun, ich weiß nicht Ich glaube, wir könnten es probieren Oh Was? Wir haben auch diesen Schaum für Zähne Wer wird den testen? Ich! Ein echter Held Wie oft haben wir schon versucht, ihn dazu zu bringen, seine Zähne zu putzen? Wir haben vorher nicht seine Fantasie angeregt Deine Idee mit dem Experiment war grandios Simka, sollten wir es ihm sagen? Die Antwort ist nein Wir wollen doch das Experiment nicht stören Der Regenschirm Hm, warum funktioniert das nicht? Das werden wir gleich sehen, Kollege Zuerst schalten wir das Hubwerk aus Ansonsten... Ah, Spule, da bist du ja endlich Wo warst du denn? Ich habe einen Schirm gesucht Was? Wozu brauchst du einen Regenschirm? Weil es heute in Strömen regnen soll Wie kommst du denn darauf? Hab ich gehört? Gehst du schon los? Ja, ich muss das Auto rechtzeitig waschen Ah, dann nehme ich einen Schirm mit Hm? Du kennst das Omen, Schatz Wenn du dein Auto wäschst Wird es regnen Oh Tom Thomas' Mama hat nur einen Witz gemacht Über Omen lacht man nicht Es wird ganz sicher regnen Aber mit einem Schirm macht das nichts Der Regenschirm ist eine antike Erfindung Fast 3000 Jahre alt In China und Ägypten machten sich Menschen Schirme aus Blättern, Federn und Papier Die Diener mussten sie über den Köpfen der Könige halten, um sie vor der Sonne zu schützen Als Schirme in Europa modern wurden, begannen die Leute sie als Regenschutz zu nutzen Am praktischsten sind Schirme, die man zuklappen kann Ihr Design ist sehr einfach Die Stoffenden werden an den Schirmrippen befestigt Wenn man ihn öffnet, breiten sich die Rippen in alle Richtungen aus und dehnen den Stoff über eure Köpfe aus Mit automatischen Schirmen geht das sehr schnell Sobald man den Knopf drückt, öffnet sich der Schirm sofort Und eure Kleidung bleibt trocken, als gäbe es keinen Regen Ein geschlossener Schirm kann als Spazierstock dienen Und wenn sich der Griff auch einklappen lässt Dann kann man ihn in einer Tasche verstauen, wenn er nicht gebraucht wird Also, die Kontakte sind in Ordnung Und alle Kabel sind am rechten Ort Was ist dann das Problem? Ich weiß nicht Wir werden es austesten Spule, leg den Schirm beiseite Aber was ist mit dem Omen? Ach, ein Omen allein zählt nicht Ich brauche einen Schraubenzieher Verstanden Wird ausgeführt Oh, die Gelenke des Manipulators quietschen Das ist auch ein Omen für Ein Omen, dass sie geölt werden müssen Hilfst du mir? Warte kurz Dann helfe ich dir Danke Siehst du? Du mit deinem Omen Es wird trotzdem regnen, das weiß ich Siehst du die welkenden Blumen im Topf? Ist das kein Omen? Die Blumen hängen herab, weil Elisa im Urlaub ist Und mein verehrter Kollege vergessen hat, sie zu gießen Oh, ja, 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 ja Gleich nach der Reparatur werde ich sie gießen Versprochen Deswegen funktioniert es nicht Dieses kaputte Teil hier muss ersetzt werden Los, helft mir Ich fliege ins Lager und hole ein neues Feuer fliegt aber tief, hm? Aha, na und? Wenn Vögel sehr nah am Boden fliegen, dann... Feuer ist doch kein Vogel Aber er fliegt tief, siehst du's nicht? Spule, gib mir den Schmiedehammer, okay? Und leg den Schirm jetzt weg Schau, der Himmel ist völlig wolkenlos Weil es früh am Morgen ist Dieses Omen kennt ihr sicher Wenn morgens keine Wolke am Boden schwebt, wird es am Nachmittag... Es reicht, wir sind drinnen Mit einem Dach überm Kopf Es kann ja nicht regnen Schaut, es regnet Seht ihr, ich hab's gesagt Und ihr habt mir nicht geglaubt Ich will probieren Mal zu spazieren Aber es regnet Den ganzen Tag Doch das hält mich nicht fern Denn ich mag ihn sogar gerne Mit meinem Regenschirm Geh ich wohin ich mag Ich nehm den Regenschirm Den guten Regenschirm Öffne den Regenschirm Und geh hinaus Regenschirm Mein Lieblings Regenschirm Und in den Schirm Geh ich nicht raus Wenigstens muss ich die Pflanzen nicht mehr gießen Da haben sie recht Ich will probieren Mal zu spazieren Heute scheint die Sonne Der Tag beginnt Doch hab ich eine Ahnung Bezüglich meiner Planung Vergiss den Schirm Und es regnet ganz bestimmt Ich nehm den Regenschirm Den guten Regenschirm Öffne den Regenschirm Und geh hinaus Regenschirm Mein Lieblings Regenschirm Ohne den Schirm Geht die Babypuppe Die Babypuppe Spule, steig wieder aus Wir passen nicht alle rein Diesmal fahren wir Und nächstes Mal du Ich muss wieder alleine fahren? Hey, keine Sorge Ich bekomme nachher So ein cooles Auto Spule Ein großes? Groß genug für euch alle Tom Thomas Hier, dein Spielzeug Genau was du wolltest Toll Moment, was ist das? Eine Babypuppe? Prächtig Mama Wo ist das Auto? Oh Da ist wohl ein Fehler passiert Ich finde es für dich heraus Ich rufe dort an Es ist schön ein Kind zu sein Man kümmert sich um dich Füttert dich Kauft dir Spielzeug Und liest die Gute-Nacht-Geschichten vor Und im Gegenzug musst du auf Erwachsene hören In die Vorschule gehen Dann zur Schule Und nie vergessen eine Mütze aufzusetzen Alle Kinder wünschen sich Eltern zu werden Zumindest für kurze Zeit Denn Mamas sind auch nur Menschen Menschliche Mamas können Wäsche waschen Mittag kochen, bügeln Und die Hausaufgaben ihrer Kinder kontrollieren Fixie-Mamas können Bügeleisen und Föhne reparieren Und jungen Fixies zeigen, wie sie das machen Schade, dass man nicht Eltern werden kann, bevor man erwachsen wird Aber man kann so tun, als ob Deswegen spielen Mädchen gern mit Puppen Viele Jungs mögen das nicht, aber ich verstehe gar nicht, warum Papas sind auch tolle Eltern Was soll ich denn jetzt damit machen? Ich bin doch kein Mädchen, das mit Puppen spielt Hey, komm schon Diese Babypuppe ist wirklich süß Leg sie doch weg, damit wir weiter Auto fahren können Warte, warte Das Baby hat Hunger Es muss essen Tom Thomas, hilf mir Nein, werde ich nicht Ich bitte dich, es schreit Hörst du es nicht? Mama Oh Mama Reicht das? Wie ich ihn geliebt hab Wie ich ihn geliebt hab Wie ich ihn geliebt hab So wie mich Mama Ich gab ihn zu essen Trinken nicht vergessen Hab bei ihm gesessen In das Bett gebracht Püppchen, Püppchen Du mein Liebespüppchen Du mein Liebespüppchen, Liebespüppchen, du. Püppchen, Püppchen, du mein Liebespüppchen. Du mein Liebespüppchen, Liebespüppchen, du. Spule, was ist passiert? Die Poppe ist verschwunden. Wie? Tom Thomas, hast du sie gesehen? Äh, nein, ich passe nicht auf dieses Kind auf. Was, wenn etwas Schlimmes passiert ist? Oh, wie warst du niedlich und auch so gemütlich und fast immer friedlich. Ich hab dich geliebt, aber nein, das gibt's nicht. Aber nein, das gibt's nicht. Irgendwas geht's schief. Püppchen, Püppchen, ich verloh mein Püppchen. Ich verloh mein Püppchen. Ich hab dich verloh. Püppchen, Püppchen. Ich verloh mein Püppchen. Ich verloh mein Püppchen. Ich hab dich verloh. Liebling, sei nicht traurig über dieses Auto. Es wird bald ankommen. Übrigens, warum hast du die Puppe in den Schrank getan? Sie war so schwer zu finden. Ist sie noch zu Hause? Sie ist in der Kiste da. Bald schicke ich sie zurück. Meine arme Puppe ist weg. Mein Püppchen. Wir sollten sie eigentlich heute zurückschicken. Aber ich hab Mama gesagt, ich will sie behalten. Hey, und was ist mit deinem neuen großen Flitzer? Später. Hast du das alles für mich getan? Weißt du... Papa! Wow! Wow! Der Kleber. Loli, komm, wir trennen uns. Wir sind ein cooles Team, hab ich recht? Nee. Warum nicht? Wir sind das mega super wuper coolste Team des Universums. Was sagst du, wenn wir alles zusammen machen und niemals jemals streiten? Alles klar. Kinder, wenn ihr hierher seht, könnt ihr sehen, dass der Griff der Lieblingstasse des Professors abgebrochen ist. Und es ist unsere Pflicht, sie zu reparieren, indem wir ihn wieder ankleben. Ha, hier sind sie ja, die unvertrennlichen Freunde. Ruhe bitte. Da ihr beiden heute zu spät kommt, warum fliegt ihr dann nicht schnell ins Lager für uns und holt den Kleber? Ja, Sir. Ja, Sir. Ist dann noch Kleber drinnen? Noli, los, spring auf die Tube. Ei, 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 ei. Toll, mehr als genug. Unser Super-Duper-Team hat das Super-Duper-Toll gemacht. Was ist da los? Wir kleben fest. Los, zieh doch. Ei, ei, dieser Kleber ist klebrig. Mit Hilfe von Kleber kann man fast alles zusammenkleben. Papier, Plastik, Glas, Gummi, Holz und sogar Metall. Kleber funktioniert so gut, weil alles, sogar ein gewöhnliches Blatt Papier, eine raue Oberfläche hat. Seht euch diese Gruben und Furchen an. Wenn wir zwei Blätter Papier nehmen, diese Furchen mit Kleber füllen und sie zusammenpressen, verbinden sich die Moleküle des Klebers. Danach muss der Kleber nur noch trocknen. Und was jetzt? Wir können doch so fliegen. Haha, gute Idee. Alle werden sich darüber amüsieren. Na? Kopf hoch, Leute. Mission erfüllt. Gut gemacht. Setzt euch hin. Und die Hände auf den Tisch. Das können wir nicht. Wir kleben aneinander. Verstehe, kommt mal her. Wir wollen nicht, dass du unsere Hände trennst. Denn wir denken, dieser Kleber macht unsere Freundschaft stärker. Stimmt's? Meint ihr wirklich, man könnte Freundschaft so messen? Spring! Eins, zwei, drei, ja! Tidisch! Tidisch! Komm schon, ich muss da hin. Aber ich will auch da. Das ist alles deine Schuld. Meine? Und wer hat gesagt, ich soll hüpfen? Es reicht. Ich hab genug von deinem Blödsinn. Von nun an bist du nicht mehr mein Freund. Und du bist nicht meiner, klar? Ah, Lulik! Feuer! Wie viele der Substanzen die Menschen sich zunutze machen, wurde auch Kleber von der Natur selbst erfunden. Zum Beispiel kleben Fische ihre Eier zusammen. Und Weichtiere produzieren eine klebrige Flüssigkeit, mit der sie an der Oberfläche haften können. Eine Spinne schmiert Kleber auf ihr Netz. Ein Vogel nutzt Speichel, um sein Nest zusammenzuhalten, während Raupen ihren Speichel nehmen, um ihre Kokons zu spinnen. Der Harz einer Pili oder Birke ist Kleber. Und das klebrige Eiweiß kann als Klebergrundlage benutzt werden. Aber heutzutage wird der meiste Kleber in Fabriken hergestellt. Wenn man mit Kleber arbeitet, muss man aufpassen, dass man den Raum lüftet, damit keine schädlichen Dämpfe einziehen. Und andere Sicherheitsvorkehrungen treffen. Und versucht nicht, euch irgendwo festzukleben. Es könnte sehr schwer werden, euch wieder loszureißen. Nulik, halte durch! Hüsch! Feuer, du hast mich gerettet! Wie haben wir uns voneinander gelöst? Vielleicht war das schlechter Kleber. Nein, wir haben so oft versucht, euch zu trennen, bis der Kleber seine haftenden Eigenschaften verloren hat. Und unsere Freundschaft? Haftet sie jetzt auch nicht mehr? Weißt du was, Nulik? Es tut mir leid. Wir brauchen keinen Kleber, um Freunde zu sein. Frieden? Frieden! Oh! Oh oh! He he, nur Spaß! Der Helikopter Es ist sehr wichtig und ich brauche euren Rat. Tut mir leid, ich komme spät. Oh, Mädchen, ich kann es kaum erwarten. Da ist es! Hallo ihr! Woher habt ihr den Helikopter? Der Professor wollte ihn wegschmeißen, aber wir haben ihn repariert. Geht eine Runde mit. Na los! Auf keinen Fall. Wir haben was vor. Was denn? Etwas Wichtiges. Hände dann anderen Orts zum Fliegen. Wie ihr wollt. Kein Problem. Zurück zu unserem Vorhaben. Und dann los! Und vielleicht seit Trom keinen Fall kommt's los. Einmal coated, läuft die Nerven. Verstehen wir eine Knie mit ihm weiter. weiter. Helikopter fliegen mit Hilfe von Propellern. Der größte heißt Hauptrotorflügel. Wenn der Motor ihn dreht, drückt der Rotor die Luft mit so viel Kraft nach unten, dass sie den Helikopter vom Boden heben. Natürlich können Helikopter nicht so schnell fliegen wie Flugzeuge, aber dafür können sie einfach auf einer kleinen Fläche landen. Und anders als Flugzeuge können Helikopter lange Zeit in der Luft stehen bleiben und sogar rückwärts fliegen. Ziffer, lenke uns nach links. Jetzt nach rechts. Und her. Ziffer, Feuer und Nolik sind dumm, aber du bist klug genug, um zu wissen, wie gefährlich das ist. Lande ihn. Wartet, wartet. Das ist eine faszinierende, motorgesteuerte Maschine. Leonardo da Vinci hatte selbst so einen Design und seht mal, wer sie jetzt steuert. Das ist ja sehr beeindruckend. Du bist ein Genie, wie du das steuerst. Und so klug. Und mutig. Mädchen finden solche Jungs echt süß. Ja, so bin ich eben. Klar, du bist toll. Und jetzt lande ihn. Ziffer! Nolik! Keine Panik! Wir müssen abstringen! Was ist mit mir? Wo ist Feuer? Hier! Ihr hättet abstürzen können. Und wenn wir nicht wären... Wenn ihr nicht unseren Piloten abgelenkt hättet, wäre alles gut gegangen. Ein echter Pilot lässt sich nicht einfach ablenken. Und erst muss er mit einem Simulator lernen zu fliegen. Richtig, Ziffer? Mhm. Ja, schon. Aber wir haben keinen. Wartet hier. Ja. Flugzeuge, Helikopter, Züge und sogar Autos sind komplizierte Maschinen, die schwierig zu navigieren sind. Und wenn man nicht aufpasst, was man macht, kann man schnell einen Unfall bauen. Deswegen erhalten zukünftige Piloten, Lokführer und Fahrer eine umfassende Ausbildung. Dabei lernen sie, ein Flugzeug zu fliegen oder einen Zug zu steuern, mit Hilfe von Simulatoren. Das hier zum Beispiel ist die genaue Kopie eines Cockpits. Nur ohne Flügel und mit Bildschirmen statt Fenstern. Man lenkt das Steuer und die Kabine bewegt sich genauso, wie man fliegt. Und auf den Bildschirmen sieht man die Erde unter den Wolken vorbeiziehen. Es ist atemberaubend. Berufspiloten müssen viele solcher Simulationen machen, bevor sie ein echtes Flugzeug fliegen dürfen. Unser Piloten-Simulator ist bereit. Oh, wow. Und ich bin der erste, der ihn ausprobiert. Und los. Ach, Kinder. Stimmt's, Ziffer? Ich gehe mal zu Ihnen, um einen Blick darauf zu werfen. Ihr wisst ja, wie die sich manchmal bedienen. Ich passe nur auf. Hey, wartet. Jetzt bin ich dran. Jungs können nicht ernst sein. Die machen immer nur totalen Quatsch. Apropos ernst. Wir müssen uns um eine wichtige Angelegenheit kümmern. Du hast recht. Ich weiß einfach nicht, wie ich die tragen soll. Vielleicht am Pakomat. Oh, das ist ein ernstes Problem. Ja? Das ist wirklich wichtig. Nicht wie die Jungs mit ihrem Quatsch. Das Juwel. Tom Thomas, Zeit zu essen. Wo ist er? Kaubacke. Hast du diesen kleinen... Ich glaube nicht, dass ich jetzt schon meinen Hund frage. Tom Thomas, suchst du uns? Hey, Fixies, vielleicht könnt ihr mir helfen. Einer dieser Steine fehlt. Na und? Na und? Diese Stecknadel ist sehr wertvoll. Und der Stein auch. Wenn ich den Stein nicht bald finde, bedeutet das das Ende. Liebling, dein Essen wird kalt. Kein Grund zur Panik. Wir finden deinen wertvollen Stein. Einen Moment. Können Steine wirklich wertvoll sein? Na klar können sie das. Juwelen sind die seltensten und schönsten Steine von allen. Aber es ist nicht leicht, sie zu finden. Diamanten, Smaragde, Ruwinen, Saphire. Menschen finden sie unter der Erde und im Inneren von Bergen. Mutige Taucher tauchen auf den Meeresgrund, um Perlen zu finden. Menschen haben Heldentaten vollbracht und waghalsige Verbrechen begangen, um diese wertvollen Juwelen zu bekommen. Der magische Glanz von Juwelen kann sowohl verzaubern als auch zerstören. Denkt daran, nur ehrlich erworbene Juwelen machen fröhlich. Ich kann ihn nirgends finden. Vielleicht haut Kaubacke ihn. Sie hat gesehen, dass er wertvoll ist und... Ham! Hast recht. Kaubacke, gib uns das Juwel, okay? Geh bis zurück, haben wir gesagt. Warum ärgert ihr Kaubacke denn? Weil sie den Stein zurückgeben muss. Welchen Stein, Simka? Einen ganz teuren. Hunde sollten Schätze eigentlich bewachen. Aber der hier frisst sie. Vielleicht habt ihr nicht genug gesucht. Zum Beispiel, was ist mit... Blumentopf. Das ist Zeitverschwendung. Der ist nicht in der Erde. Wir haben ihn hier verloren. Ups. Ist das so? Alles klar, spuck das aus. Sieh mal her. Ein Diamant. Der wird einfach perfekt zu meinem Pakumat passen. Aber ich hab ihn doch gefunden. An meinem sieht er auch perfekt aus. Dann holen wir sie jetzt und probieren's aus. Wir lagern ihn hier zur Sicherheit. Nun, wer könnte ihn genommen haben? Wir müssen noch im Inneren von Kaubacke suchen. Das ist doch nicht dein Ernst. Sie wird dich auffressen. Wohin geht ihr? In das Innere von Kaubacke, um den Stein zu holen. Nein, tu's nicht, bitte. Ich bin bereit, alles für meinen Freund zu tun. Hey! Sucht ihr zufällig vielleicht das hier? Hä? Worum alles in der Welt hast du ihn gefunden? Schau mal, der war vergraben! Sieht wie ein Diamant aus, aber um sicher zu gehen, müssen wir ihn testen. Ein Rohdiamant sieht wie ein normaler Stein aus. Aber nachdem man ihn schleift und jede einzelne Facette poliert, wird aus diesem besonderen Stein ein seltenes und sehr teures Juwel. Es kann eine Kette ziehen, eine Krone oder im Ausstellungskasten eines Museums sein. In Wahrheit wird nur ein kleiner Teil aller gefundenen Diamanten als Schmuck genutzt. Das liegt daran, dass Diamanten das härteste Gestein des Planeten sind. Damit sind sie ideal, um Glas zu schneiden. Diamanten werden genutzt, um starke Bohreinsätze und Schneideplatten zu machen. Viele wichtige medizinische Geräte könnten nicht ohne sie existieren. Mit Hilfe von Diamanten kann man sogar in einen Berg bohren. Wenn man einen Tunnel baut. So wertvoll sind Diamanten. Sie können ein Rohr schneiden und passen gut zu einem Kleid. Ist der nicht schön? Leider ist er kein. Von Thomas! Hier ist ein Stern! Und jetzt ist er weg. Kaubacke, gut gemacht! Danke, liebste Fixies! Ich dachte schon, mein wertvolles Geschenk wäre verloren. Für wen ist das Geschenk? Katja! Ich hoffe, sie wird es mögen. Ich muss dir was sagen, Tom Thomas. Der Stein ist wertlos. Der Stein besteht bloß aus Glas. Ich weiß. Aber das ist egal. Was? Ich habe mein Leben riskiert, um ein Stückchen Glas zu retten? Erstens war das für deinen Freund. Und zweitens, es geht nicht um den Preis eines Geschenks. Der hat gute Gedanken zählt. Keime Hurra! Mittag! Tom Thomas, du legst einen Ball auf den Tisch? Der ist doch dreckig. Weißt du nicht, wie viele Keime darauf sind? Wasch dich schnell. Guck! Alles sauber! Hier, komm! Für dich! Das habe ich gesehen. Geh ins Bad und wasch die Hände. Warum? Hat Kaubacke Keime? Sehr viele. Komm schon, gib ihn zurück. Schon wieder? Hi Tom Thomas. Mhm. Warum bist du so sauer? Wasch du mal deine Hände fünfmal hintereinander. Keime hier, Keime da. Die existieren sicher nicht mal. Natürlich gibt's die. Sie sind nur so winzig, dass man sie ohne Mikroskop nicht sehen kann. Tom Thomas. Lass uns in das Büro deines Papas gehen. Er hat doch ein Mikroskop. Und so können wir uns die Keime ansehen. Keime und Mikroben sind so kleine Kreaturen, dass wir sie nur mit einem Mikroskop sehen können. Aber sie leben überall. In der Erde, im Wasser, in der Luft. Sie sind überall. Auch auf uns. Manche Mikroben können sich bewegen durch kleine Filamente oder Schwänze. Die meisten Keime sind harmlos, aber es gibt auch gefährliche. Geraten sie in euren Körper durch die Nase oder den Mund, könntet ihr Halsschmerzen oder Bauchschmerzen bekommen. Dreh noch ein bisschen. Stopp. Und jetzt schau hinein. Das ist ja schrecklich. Hey, lass mich auch sehen. Wow, die sind ja gruselig. Wartet mal. Hab ich wirklich auch Keime, die auf meinen Händen leben? Du sagst es. Aber ich hab sie gewaschen. Äh, sieben Mal. Mit Seife? Nein, nur Wasser. Du musst Seife nehmen, wenn du Keime loswerden willst. Nicht nur Wasser. Also, welche Seife soll ich nehmen? Egal. Diese oder diese. Sie sind beide antibakteriell. Sie töten also Bakterien. Und was ist mit Keimen? Sterben sie auch? Natürlich. Bakterien sind nur eine andere Bezeichnung für Keime. Sie sind dasselbe. Wasch dich. Von Thomas, gib mir einen Tropfen der flüssigen Seife. Ich möchte richtig saubere Hände. Gut gemacht. Weiter so. Wow, wir sind sauber. Lass uns das Puzzle zusammensetzen. Alles klar. Oh, sind da nicht viele Keime auf jedem Teil? Und sie sind auf dem Fußball. Was sollen wir tun? Ich denke, wir waschen sie mit Seife. Nein, das ganze Zimmer. Hast recht. Wir sind umgeben von Millionen von unsichtbaren Bakterien. Dazu zählen auch die, die Krankheiten auslösen. Aber es gibt keinen Grund zur Sorge, wenn man folgende einfache Regeln befolgt. Esst nur gewaschenes Obst und Gemüse. Haltet euer Zuhause sauber und wascht die Hände gründlich mit Seife. Am besten mit antibakterieller Seife. Und zwar jeden Tag. Antibakterielle Seife schützt euch ein paar Stunden lang nach dem Händewaschen. Sie reinigt nicht nur eure Hände, sondern hält auch Bakterien davon ab, sich zu vermehren. Es gibt auch nützliche Bakterien. Manche Bakterien können in Milch gegeben werden, um Joghurt und Hüttenkäse herzustellen. Andere werden für die Reinigung von Wasser eingesetzt. Sogar im Inneren des Menschen sind viele nützliche Bakterien, die dem Körper helfen, Essen zu verdauen. Nolik, was denkst du? Gibt es Mikroben, die auf Seife leben? Ich weiß nicht. Wir sollten die auch waschen, um sicher zu gehen. Hey, was macht ihr zwei hier? Wir waschen die Seife. Mit Seife. Damit keine Keime drauf sind. Das ist nicht euer Ernst. Hört zu, alle Keime loszuwerden ist unmöglich. Und unnötig. Ihr müsst euch nur vor den Schlechten schützen. Ah, Bakterien? Null. Tom Thomas, ich muss kurz rein und... Dein Zimmer säubern. Aber ich hab schon alles geputzt. So ein braver Junge. Der Tisch glänzt ja. Alles ist so sauber hier. Gut gemacht. Was ist los? Gar nichts. Du wirst doch nicht krank, oder? Nein. Tom Thomas, du hast das wirklich toll gemacht, aber du gehst etwas zu weit mit dem Putzen. Verstehst du? Ich verstehe. Und verstehst du's? Ich? Was denn? Das Allerwichtigste ist, dass du deine Hände mit Seife wäschst. Okay. Auf die Keime, Kämpfer! Ihr macht die Welt wieder sicher. Wieder ein paar Keime weniger. Das Sportgerät. Nolik? Ich bin nicht hier. Du hast mich nicht gesehen. Was ist los mit dir? Da ist dieses Rennen, das sehr weit beginnt. Jungs gegen Mädchen. Ihr Team gegen unsers. Na und? Na und? Ich bin der Kleinste im Team. Ich will nicht alle enttäuschen. Deshalb verstecke ich mich hier, damit mein Team nicht verliert. Gib doch nicht einfach auf. Du kannst lernen, schneller zu rennen, wenn du willst. Meinst du? Natürlich. Deswegen trainiert man schließlich. Du brauchst ein Laufband, um stärker zu werden. Cool. Und wo kriegen wir so ein Pferd? Wir machen es selbst. Sportgeräte wurden erfunden, damit Menschen trainieren können, ohne nach draußen zu gehen. Mit einem Laufband kann man zum Beispiel sehr lange laufen oder rennen, ohne den Ort verlassen zu müssen. Das elementare Teil des Laufbands ist ein Förderband, das von einem elektrischen Motor angetrieben wird. Heutzutage können Laufbänder auch die Geschwindigkeit messen, die zurückgelegte Strecke, den Puls und sogar das Ergebnis des letzten Workouts. So, fertig. Kriech! Es wird Zeit, mit der ersten Trainingseinheit zu beginnen. Wie soll ich denn bitte schnell rennen lernen, wenn du so langsam drehst? Ah, ah, ah! Hey, das war etwas zu schnell. Oh, tut mir sehr leid. Ich hab's. Das nennt man Training. Dann, Thomas, was denkst du? Vielleicht habe ich schon genug trainiert? Noch nicht. Du musst noch weitermachen. Äh, ich kann nicht mehr. Hören wir auf. Puh, auf keinen Fall. Dreh weiter. Los! Es gibt alle möglichen Sportgeräte, die uns helfen können, in Form zu kommen. Dieses hier simuliert Skifahren. Es trainiert die Arme, Beine und Herz. Und mit dem kann man rudern, wie mit einem Ruderboot. Und wenn man treten will, garantiert ein Übungsfahrrad ein tolles Workout, egal wie schlecht das Wetter gerade ist. Es gibt auch Kraftsportgeräte. Es gibt auch Kraftsportgeräte. Diese Geräte können helfen, große, starke Muskeln aufzubauen und den Körper in Form zu bringen. Allerdings kann man auch tolle Übungen machen ohne diese sperrigen Geräte. Es gibt zahlreiche, viel einfachere Geräte, die in jeden Haushalt passen. Zum Beispiel eine Stange für Klimmzüge. Ein Seil an der Decke zum Klettern. Springseile, Gewichte, Hula-Hups und Gymnastikbälle. Wichtig ist, etwas zu tun. Ha, 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 okay. Mädchen, macht euch gefasst. Oh, hab ich ja ne Angst. Wir zeigen Ihnen, wer hier der Sieger ist. Richtig, Spule? Ich gebe mein Bestes. Spule wird Nolik auf jeden Fall schlagen. Wir müssen den Zahn zulegen. Es wird Zeit, das Rennen zu starten. Teams, seid ihr bereit? Bereit. Auf die Plätze, fertig, los! Komm schon, Zipa, du schaffst das! Komm schon, Zipa, du schaffst das! Schneller, schneller! Zipa, Zipa! Komm schon, Zipa! Jawohl! Du schaffst es! Zipa, komm schon! Komm schon, Zipa! Konntest du nur gegen Zipa verlieren! Aufgrund ihrer höheren Geschwindigkeiten. Ha, jetzt werden die Mädchen gewinnen. Nolik wird Spule nie einholen. Spule! Spule! Los geht! Es scheint, als holt er auf. Du schaffst es! Los, zieh doch! Schneller, komm schon! Komm schon, Nolik! Schleller, komm schon, Nolik! Lulik, Lulik! Du hast es, Nolik! Los, zieh doch hier! All das Training am Sportgerät hat wirklich gewonnen! Spule! Steiner, Nolik! Seht, dass Spule passiert ist! Nolik! Nolik, wohin gehst du? Das Ziel ist dort! Nolik! Danke, Nolik! Du bist mein Held! Weiter, Nolik! Weiter! Spule! Du schaffst es! Ja! Hurra! Also, welches Team hat gewonnen? Wir natürlich! Unentschieden! Tom Thomas, das ist nicht fair! Es war aber eins! Und ein sehr nobles! Alles klar! Wartet nur auf das nächste Rennen! Nolik wird es sicher gewinnen! Jetzt dürft ihr alle fünf auf die Siegertreppe steigen! Oh nein! Alle ersten Plätze sind belegt! Für dich finden wir ein! Die Toilette Hey Tom Thomas, du kannst doch kein Wasser aus der Toilette trinken! Ich trinke es nicht! Was dann? Wischst du ab? In der Toilette? Komm schon! Was starrst du denn dann da drinnen so an? Ich glaube, die Toilette ist kaputt! Das Wasser hört nicht auf zu laufen! Ja, und? Was meinst du damit? Wir müssen Wasser sparen! Simka, du hast mir das beigebracht! Du hast recht, Tom Thomas! Es ist wichtig, kein Wasser zu verschwenden! Aber das Problem von dieser Toilette liegt woanders! Wo? Im Spülkasten Fast alle Toiletten haben einen Spülkasten, der Wasser speichert! Wenn nötig, wird das Wasser in die Schüssel gespült! Wasser fließt in den Kasten durch einen Wasserhahn, der mit einem Hebel verbunden ist! Wenn der Wasserstand im Spülkasten steigt, hebt sich der Hebel! Und wenn genug Wasser im Kasten ist, schließt der Hebel den Wasserhahn und das Wasser stoppt! Aber wenn der Hebel bricht, fließt immer mehr Wasser durch das Fallrohr in die Toilettenschüssel! Wir sind gleich wieder da! Ja! Sieh mal! Kaum zu glauben, wie schön das ist! Ha! Ich sehe, was hier nicht läuft! Der Hebel, auf dem wir stehen, ist aus irgendeinem Grund abgefallen! Deswegen fließt das Wasser hier weiter heraus! Verstehe! Und es fließt immer weiter durch das Rohr in die Schüssel! Und? Was ist das Problem? Der Hebel! Er ist abgekoppelt! Könnt ihr ihn befestigen? Nö, leider nicht! Ohne Papus schaffen wir das nicht! Wir holen Papus und du, Tom Thomas, du bewachst die Tür! Ja, sonst kommt jemand und betätigt die Spülung, während wir im Kasten arbeiten! Dann werden wir runtergespült! Wohin? Direkt in den Abwasserkanal! Und das heißt dann Bye-Bye, Tom Thomas, auf immer! Das Abwassersystem ist ein riesiges Netzwerk von Rohren, die unterirdisch verlaufen. Hierhin wird das dreckige Wasser aus Waschbecken und aus Toiletten gespült. Die Abwasserrohre befördern dann das dreckige Wasser in Klärwerke. Dort wird das Wasser gesäubert, bevor es in einen Fluss oder das Meer geleitet wird. Bevor die ersten Abwasserkanäle entwickelt wurden, warfen die Menschen ihren Dreck einfach durch ihre Fenster auf die Straßen. Och, der Gestank in den Städten war einfach schrecklich. Selbst die ersten Abwassersysteme bekamen den Gestank nicht in den Griff. Dieses stinkige Problem wurde erst gelöst, als die moderne Toilette erfunden wurde. Sie hat unten ein gebogenes Abflussrohr. Das hat einen Geruchsverschluss, sodass der Gestank nicht ins Haus gelangt. Frag nicht warum, aber niemand darf durch diese Tür. Es ist ein Geheimnis, Kaubacke. Tom Thomas, kommst du essen? Nicht jetzt, Mama! Nicht mal einen Keks? Äh, äh, hm, hm. Na gut, hör mir gut zu. Bewache die Tür, damit niemand spült. Und das gilt auch für dich. Oh, das ist ja schrecklich, wie viel Wasser verschwendet wird. Gut, dass ihr das gemerkt habt. Tom Thomas hat das gemerkt. Hä? Nun an die Arbeit. Ah! Das ist ja schlimm. Na gut... Pappus, warte. Traubacke. Hey, wer ist da drin? Ich. Papa, benutze nicht die Spülung. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte gerade duschen. Okay, aber benutze nicht die Spülung. Warum denn nicht? Sie ist kaputt. Wirklich? Mal sehen. Nein, tu es nicht. Hilfe! Jetzt! Ich habe gesagt, du sollst nicht spülen. Papa, warum? Warum weinst du? Wir haben es repariert. Ihr seid hier. Ich dachte, ihr wurdet in das Abwassersystem gespült. Es war sehr knapp, aber Nolik hat uns gerettet. Mich und Pappus. Komm, Thomas. Warum bist du so traurig? Wegen der Toilette? Aha. Sei nicht traurig. Die Toilette funktioniert einwandfrei. Nein. Wirklich? Ich musste sie testen. Jetzt muss ich auch gehen und sie testen. Das Bügeleisen. Fertig. Danke für eure Hilfe. Professor Eugenius. Ja, Elisa? Die Preisverleihung ist in einer Stunde. Sie müssen bald los. Ich weiß doch, Elisa. Wofür kriegen Sie denn einen Preis? Es geht um das Genie des Jahres. Nicht gerade bescheiden, aber wohlverdient. Wow. Und Sie bekommen den Preis? Nun, ja. Kommt das ins Fernsehen? Aber klar doch. Cool. Und können Sie mich in Ihrer Rede grüßen? Und mich und mich. Und Finka. Ja, sagen Sie folgendes. Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen und die Fixies grüßen. Das ist ja eine großartige Idee. Dann erfährt die ganze Welt von den Fixies. Professor Eugenius, habe ich nicht vorhin hier ein Bügeleisen gesehen? Hm? Hm? Oh. Ach, kommen Sie, Elisa. Das ist doch nicht nötig. Da gibt es keine Diskussion. Sie müssen einfach perfekt aussehen. Sonst denken doch alle, ich würde mich nicht um sie kümmern. Erst lasse ich das Bügeleisen aufwärmen und dann bügle ich ihren Anzug. Der wichtigste Teil eines Bügeleisens ist die Heizspule. Sie liegt in der Bügeleisensohle versteckt. Wenn das Bügeleisen an Strom angeschlossen wird, wird die Spule heiß und erwärmt die Sohle. Ein Bügeleisen braucht man, um Falten in der Kleidung zu glätten. Bügeleisen haben auch einen Wassertank. Wenn das Wasser erhitzt, wird es zu dampf. Der Dampf kommt durch die Löcher in der Bügeleisensohle. So wird es einfacher, Falten zu glätten. Oh, das ist heiß. Jetzt muss ich es nur noch mit Wasser füllen, Professor. Das ist doch Wasser, oder? Ja, ja, Wasser. Selbstverständlich. Was soll es denn sonst sein? Nein, 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 nein. Moment, Moment. Das ist kein Wasser. Was denn sonst? Nun, es ist Saft. Saft? Ja, Saft. Oh, nein. Das hält das Bügeleisen nicht aus. Iiiiih, und das stinkt so widerlich. Ich habe es kaputt gemacht. Wie schrecklich. Nein, nein, Elisa. Machen Sie sich nicht verrückt. Mich nicht verrückt machen? Es ist die Genie des Jahres, Zeremonie. Und Sie werden in einem zerknetterten Anzug vor dem ganzen Land stehen. Oh, das überlebe ich nicht. Oh, oh, ah, Elisa. Halten Sie durch. Passen Sie auf. Elisa. Oh, oh, oh. Oh. Elisa. Professor Eugenius, ist alles okay? Ach, könnte nicht besser sein. Wir kümmern uns um das Bügeleisen. Und Sie kümmern sich so lange um Elisa. Ah, das wäre toll. Ah, Sie da drüben. Ich repariere den Kontakt. Du und Noli könnt den verbrannten Saft abkratzen. Mhm, mhm. Elisa, Elisa. Bitte wachen Sie auf. Ah. Geschafft. Es ist repariert. Elisa, Sie sollten das Bügeleisen sehen. Es funktioniert. Was? Und ich liege hier nur herum? Ich muss mich beeilen. Bügeleisen und Anzug. Zerknitterte Kleidung ist nicht gerade schön. Und deswegen haben Menschen schon zu Urzeiten versucht, faltenlos zu werden. Zum Beispiel, vor langer Zeit legten Menschen ihre Kleidung unter einen schweren, glatten Stein. Im antiken Rom schlugen Menschen ihre Gewänder mit einem Metallhammer. Und in China wurde Kleidung mit heißen Bratpfannen gebügelt. Bügeleisen in der Form, die wir heute kennen, erschienen erstmals im Mittelalter. Sie waren aus gegossenem Eisen und mussten in einem Ofen erhitzt werden, bevor sie genutzt werden konnten. Später erhitzte man das Bügeleisen, indem man heiße Kohle hineinlegte. Und endlich, im 19. Jahrhundert, wurde das praktische elektrische Bügeleisen erfunden und wurde seitdem genutzt. Und der Preis für das Genie des Jahres geht an Professor Eugenius. Bravo, bravo Professor. Ich! Ich! Danke sehr. Meinen aufrichtigen Dank an Sie. Bei dieser Gelegenheit sende ich meine Grüße an die Fix... Äh, äh, an alle Fixi Physiker. Geht den Preis schon her. Ah, das war echt knapp. Brillant. Er ist einfach sensationell. Perfektion von Kopf bis Fuß. Äh, äh. Nun ja, fast perfekt. Das Bau-Set Tom Thomas! Hä? Warum sitzt du im Dunkeln? Weil es so besser aussieht. Guck doch mal. Ah! Ah, seht euch das an! Was für ein wunderschönes Schloss das ist! Wie aus einem Märchen! Nein, es ist aus meinem Bauset. Ich hab selbst zusammengebaut. Cool! Äh, spiel mir Ritter! Ich liebe dieses Spiel! Und der alte Drachen auch! Wer hat die schöne Prinzessin in dieses Schloss eingesperrt? Ich bin natürlich die Prinzessin. Hopp! 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 Oh! Oh! Wo ist der tapfere Ritter, der mich vor diesen bösen Drachen retten wird? Warte! Ich rette dich, Mk! Nolik, du siehst wirklich nicht aus wie ein Ritter. Du hast nicht mal ne Rüstung. Rüstung? Warte, ich bin gleich zurück. Mit einem Bauset kann man viele verschiedene Dinge aus einem Set von Bausteinen bauen. Setzt man sie so zusammen, hat man ein Haus. Und so ein Auto. Oder so ein Raumschiff. Die Teile können auch aus Metall und durch Schrauben verbunden sein. Manche Bausteine bestehen aus Plastikteilen, die man zusammenstecken kann. Andere Sets sind Modelle, wo die Teile zusammengeklebt werden. Es gibt auch Magnetsets. Legt die Teile zusammen. Durch die magnetische Anziehung haften sie... Pass auf, Drache! Oh, rette mich! Oh, hilf mir! Hm, wo steht denn dieser Ritter? Und wo ist das Schloss? Der Planet wurde von Robotschern angegriffen. Sie haben das Schloss zerstört. Und sie haben mich entführt. Und bist du noch ne Prinzessin? Na klar bin ich noch ne Prinzessin. Oh, rette mich, tapferer Ritter. Gut! Was ist hier los? Das ist ein magnetisches Bauset. Und deine Rüstung besteht aus Metall. Also wirst du von den Magneten angezogen. Tom Thomas, das ist nicht fair. Mach mich hier los! Hahaha, okay. Oh, rette mich! Hilf mir! Du musst mich retten! Halte durch! Ich komme gleich zurück! Ich muss mein Kostüm wechseln! Ich bin aus dem Kostüm wechseln! Und ich bin nicht sobald. Ich bin sobald. Und ich bin sobald. Ich bin sobald. Der ist nicht sobald. Hä? Was ist das Ding? Ein böser Tauberer hält mich in einer Kristallkugel gefangen. Und nun kann nur noch ein tapferer Ritter... Ich hab doch schon den Ritter gespielt. Dann spiel ihn eben noch mal. Na gut, aber das ist das letzte Mal. Und bald gefälligst nichts um. Simka, bin gleich zurück. Und denke nicht mal daran zu flehen. Und so geschah es, dass jeder die arme Prinzessin im Stich ließ. Simka ist meine große Schwester. Deswegen meinte sie, sie könnte mich herumkommandieren. Aber ich nehme es ihr nicht übel. Denn sie ist sehr klug und sie denkt schnell. Wahrscheinlich weiß niemand so viel über Geräte wie sie. Mit ihr ist es immer interessant. Und sie ist wirklich sehr schlau. Sie bekommt nur Einsen in der Schule. Alle in der Klasse lieben sie. Nur sie und Werder verstehen sich nicht so gut. Das ist wegen Feuer. Nun, ihr wisst schon. Manchmal ist Simka viel zu streng mit mir. Du das nicht, fass das nicht an. Aber wenn sich ein aufregendes Abenteuer ankündigt, ist sie immer ganz vorne mit dabei. Simka ist mutig. Und sie ist geschickt. Ja, sie ist immer für eine Herausforderung zu haben. Ich hab ne tolle Schwester. Aber behaltet das für euch. Denn wenn ihr es ihr sagt, bildet sie sich noch was drauf ein. Wie lange soll ich denn noch hier sitzen? Hey, irgendwer? Hey? Hilf mir! Hilf mir! Hilf mir! Geht's euch gut? Ich kann euch ja keine Minute alleine lassen. Ja, ich glaub, es geht schon. Nullik kam rechtzeitig und hat mich diesmal wirklich gerettet. Wie ein ganz echter Ritter. Ach komm schon. Ein Ritter? Das ist kein Witz. Du verdienst es, Ritter zu sein. Und jedes Lebewesen vor fiesen Kaubacken jederzeit zu schützen. Ich schwöre. Oh kühler Fixie, ich schlage dich nun zum Ritter, Sir Nullik. Hurra! 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 Tief! Der Stein. Sonst ist es zurück. Hurra! Also, wie war das Zelten? Super! Seht mal, was ich gefunden habe. Steine? Das ist nicht alles. Wow, ist das eine Schraube? Das sieht sehr komisch aus. Sie wurde versteinert vor Millionen von Jahren. Ha! Schrauben gab es zu dieser Zeit doch noch gar nicht. Woher weißt du das? Vielleicht ist es die erste, die es je gab. Vielleicht ist die Schraube besonders. Ihr wisst schon. Meinst du damit, das wäre vielleicht... Ein Fixie! Fixies glauben, dass ihre Vorfahren vor gar nicht so langer Zeit entstanden sind. Zu der Zeit, als Menschen begannen, kompliziertere Geräte zu entwickeln. Aber was, wenn das nicht stimmt? Vielleicht gab es vor Millionen von Jahren noch vor den Dinosauriern eine andere Art von Fixies, die die Erde bewohnte. Vielleicht gab es auch damals schon Menschen und Fixies mussten sich nicht vor ihnen verstehen. Sondern sie waren Freunde und halfen einander. Zusammen machten sie Erfindungen, bauten Gebäude und machten wissenschaftliche Entdeckungen. Aber dann geschah eine schreckliche Katastrophe und diese ganze Zivilisation verschwand. Und was, wenn Forscher eines Tages Spuren dieser Zivilisation finden? Dann werden auch Urfixes entdeckt werden. Das wäre so cool! Meine Fantasie ist ein bisschen mit mir durchgegangen. Du hast recht! Er könnte unser Ur-Ur-Ur-Großfix sein! Oder Ur-Ur-Ur-Großmaß, ja. Meint ihr, wir könnten ihn wieder zum Leben erwecken? Lasst uns sie einfach einschrauben. Ihr bekommt doch Energie durch Elektrizität, oder? Tolle Idee! Aber was, wenn unser Ur-Ur-Ur Angst bekommt, weil alles so anders ist? Wir könnten ihm eine steinzeitliche Welt bauen, in der er aufwacht. Lassen wir ihn wieder auferstehen! Und du, TomTom, ist harne dich! So geht er kaputt. Wir müssen uns anders anstellen. Wir brauchen mehr Strom dafür. Damals gab es noch keinen Strom. Deswegen funktioniert die Schocktherapie nicht. Oh, lieber Ur-Ur-Ur-Harran! Der zu uns kam auf einer anderen Seite! Sei befreit vom Steine! Sei frei! Warum sind Verwandte immer so kompliziert? Wach auf! Wach auf! Und was, wenn... ... ... Wir haben alles probiert. Das ist pure Zeitverschwendung. Oh, lass uns das Schraubenlied singen! Unser Lied! Lollig! Das wird nie was! Das weißt du nicht? Wir können es doch probieren! Störst du dich an einer Schraube? Nimm sie raus, doch pass auf! Ist da keiner einzig Schraube? Stürzt es ein, nimm das in Kauf! Seht, es bewegt dich! Das ist unmöglich! Es bewegt dich wirklich! Störst du dich an einer Schraube? Nimm sie raus, doch pass auf! Tom Thomas! Hey! Und, wie war das zelten? Äh... Scheint so, als war es erfolgreich. Ja! So, mal sehen, was du gefunden hast. Weißt du, was das ist? Nur ein Stein! Oh nein! Das ist der Stängel einer Seelilie. Du meinst eine Blume? Ein Tier, das auf dem Meeresgrund lebt. Durch den Stängel sieht es aus wie eine Blume, wie eine Lilie. Auf dem Planeten Erde gibt es viele Steine. Einige sind tief unter der Erde versteckt. Und andere kommen durch die vulkanische Labe ans Licht. Erinnert ihr euch an die Märchen, in denen eine böse Hexe alles Lebendige in Stein verwandelte? Nun, das ist wirklich passiert. Nur ganz ohne Magie. Einige Tiere und Pflanzen wurden vor Urzeiten versteinert. Und seitdem sind sie so geblieben. Dank ihnen haben wir eine Vorstellung darüber, wie das Leben vor Millionen von Jahren aussah. Das ist ein Tintenfischpilz. Eine Art Tintenfisch. Woher weißt du das alles? Als ich in deinem Alter war, sammelte ich Fossilien und Steine. Komm mit, ich zeige dir meine Sammlung. Denkst du, einige unserer Vorfahren waren Seelilien? Nö, nö. Schade. Warum ist meine Fantasie so mit mir durchgegangen? Es gab keine Urfixes in dieser Welt. Hm. Aber ich, ich glaube noch an sie. Der richtige Stein ist nur noch nicht gefunden worden. Das wird er aber noch. Ganz sicher. Vitamine. Sieben mal fünf ist 35. Sieben mal sechs. Hm, Moment mal. Äh, es ist, äh... Tom Thomas, bist du bereit? Wofür? Den Spaziergang. Schon vergessen? Oh, ja. Ich habe solche Probleme mit meinem Gedächtnis. Ich versuche diese Tabelle auswendig zu lernen, aber ich schaffe es nicht. Wenn du dein Gedächtnis verbessern willst, brauchst du Vitamine. Vitamine? Und? Wie läuft es, Tom Thomas? Nicht gut. Ich kann mir nichts merken. Lernen bringt mir gar nichts. Hey, lass dich nicht entmutigen. Wir helfen deinem Gedächtnis. Mit Vitaminen. Oh, jetzt sagst du das auch schon. Äh, wer denn noch? Nur ein Schulfreund. Na, alles klar. Vitamine sind sehr wichtig für die Gesundheit. Auch wenn man nicht so viele davon braucht. Zum Beispiel ist Vitamin A wichtig für gute Augen und Wachstum. Vitamin T hilft uns, nicht krank zu werden. Vitamin D macht Zähne und Knochen stark. Normalerweise bekommt man Vitamine, die man braucht, indem man Obst, Milchprodukte, Gemüse und anderes gesundes Essen isst. Aber wenn man immer noch nicht alle Vitamine bekommt, die der Körper braucht, empfehlen Ärzte, besondere Vitamintabletten zu nehmen. Okay, nimm dir etwas Obst und Gemüse. Und ein paar Beeren. Die haben auch viele Vitamine. Vergiss es. Wir wollen dein Gedächtnis mit Vitaminen stärken. Und gleichzeitig kannst du die 1x1-Tabelle lernen. Ah ja, da sind drei Kirschen auf jedem Haufen. Tom Thomas isst fünf Haufen. Na los, iss, iss. So, jetzt kommt die Frage. Wie viele Kirschen hat Tom Thomas insgesamt gegessen? Ich weiß nicht. Was sagst du? Ich sagte, ich weiß es nicht. Dann zähl doch die Kerne. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Das ist einfach. Die Antwort ist sechs. Ich habe leider nicht mehr Äpfel gefunden. Tomtomas, nicht schlapp machen. Um das Problem zu lösen, musst du die Äpfel essen. Sie haben Vitamine. Das war's. Ich kann nicht mehr essen. Iss weiter. Sie haben Vitamine. Wir haben sowieso nicht genug Karotten, damit ich lerne, mit neun zu multiplizieren. Na gut, du. Dann helfe ich dir. Um zwei mit drei zu multiplizieren, muss man nur drei Zweien addieren. Es ist viel schwerer, eine Zahl mit neun zu multiplizieren. Es dauert zu lange, das zu addieren. Deswegen soll man in der Schule diese Tabelle auswendig lernen. Aber man kann ganz einfach neun multiplizieren, ohne die Tabelle oder einen Taschenrechner. Angenommen, ihr wollt drei mit neun multiplizieren. Legt eure Hände vor euch mit dem Handrücken nach unten. Jetzt nehmt den dritten Finger von links und bolt ihn nach unten. Was sehen wir? Da sind zwei Finger links vom gebeugten Finger und sieben Finger rechts. Zwei und sieben bedeutet, die Antwort ist 27. Verstanden? Toll! Lösen wir noch eine Aufgabe. Was ist sieben mal neun? Hier sind sechs Finger und dort drei. Das stimmt. Die Antwort lautet 63. 63. 63. 63. Tom Thomas, hast du all das gegessen? Aber du hast mir doch gesagt, du musst Vitamine essen. Deswegen habe ich diese Vitamine mitgebracht. So wenig? Wieso denn wenig? In diesem Glas ist genug für einen Monat. Los, nimm einen. Die sind sehr gut für dich. Sie schmecken auch gut. Stimmt. Besser als die Zwiebel. Oder der Rettig. Kann ich noch eine haben? Nein, das reicht. Du solltest nicht mehr als eine Vitaminkapsel pro Tag nehmen. Ich weiß noch, wo ich das gesehen habe. Das gleiche Glas mit dem grünen Deckel habe ich bei Katja gesehen. Übrigens, wie sieht's aus mit der Multiplikationstabelle? Angenommen, du und Katja nehmt jeder eine Vitamintablette pro Tag. Also, wie viele habt ihr nach neun Tagen gegessen? Die Antwort ist 18. Ha, gut gemacht. Es wird besser. Vitamine helfen wirklich. Die Sprühdose Aha. Fußspuren. Das habe ich mir gedacht. Sind das eure Fußspuren? Nicht unsere. Was ist denn auf euren Schuhen? Was habe ich mir nur eingebrockt? Wie? Das ist Schädlingsspray. Elisa, was für ein schrecklicher Geruch. Was ist das? Das ist Gift. Warum brauchen wir Gift? Ich vermute schon eine ganze Weile, dass hier irgendwas in unserem Labor lebt. Also, habe ich gestern, als es dunkel wurde, heimlich den Tisch mit Mehl bestreut. Und, und was? Hier, sehen Sie. Fußspuren. Und ich werde Sie zerstören. Zerstören? Wen? Kommen Sie nicht von selbst drauf? Kakerlaken überall. Kakerlaken überall. Eine Kakerlake. Das denkt sie von dir. Äh, woher wollen Sie wissen, dass das Kakerlaken sind? Was soll es denn sonst sein? Nun, äh, vielleicht eine Spinne? Hm. Nun, Spinnen sind süß. Und nett ebenfalls. Aber wo ist dann das Spinnennetz? Ich, ich, ich weiß es nicht. Ganz genau. Das ist ein Kakerlaken. Das Zeug ist widerlich. Wo kommt das Zeug her? Es kommt aus einer Aerosol-Sprühdose, Nolik. Aerosol besteht aus winzigen kleinen Teilen und Partikeln, die ziemlich lange in der Luft hängen können. Stau, Rauch und Nebel. All das ist Aerosol. Menschen haben vor langer Zeit gelernt, wie man Aerosol herstellt. Man hat eine Flüssigkeit genommen, die Mücken abweist und in eine Dose gefüllt und Gas hinzugegeben. Wenn man den Knopf drückt, drückt das Gas, die Flüssigkeit durch ein winziges Loch. Und so funktioniert ein Insektenspray. Dieses Spray wird die Fixes vergiften. Wir müssen Elisa unbedingt aufhalten. Lasst uns die Sprühdose zerstören. Auf keinen Fall. Das können wir nicht machen. Und was, wenn wir sie mit Schlagseine auswechseln? So ein Quatsch. Wir müssen Elisa überzeugen, dass es nämlich eine Spinne war und nicht Kakerlaken. Spinnen findet sie süß. Du hast recht. Lasst uns Buggys suchen. Sprühdosen werden ganz unterschiedlich verwendet. Sie sind zum Beispiel sehr praktisch, um Medizin in einen geschwollenen Hals zu sprühen. Sie können genutzt werden, um die Luft mit dem süßen Duft von Parfüm zu erfüllen. Oder um unangenehme Gerüche mit Deodorant zu übersprühen. Mit Sprühdosen kann man auch sehr gut Farbe auftragen. Damit kann man sehr gleichmäßig malen. Manche Sprühdosen werden sogar für Essen gebraucht. Aber in Sprühdosen können auch tödliche Gifte sein, wie Insektenspray. Passt also auf, welches Spray ihr benutzt. Und ihr müsst immer vorsichtig mit Sprühdosen umgehen, damit niemand in eurer Umgebung verletzt wird. Eine Sprühdose darf man niemals öffnen, auseinandernehmen oder in sie hineinstechen. Und Spraydosen dürfen niemals erhitzt werden oder in die Nähe eines offenen Feuers geraten. Denn sie beinhalten Gas, das explodieren kann. Buggy! Hallo Du! Warte! Hey, wo gehst Du hin? Buggy, wir brauchen Deine Hilfe. Warte doch! Buggy, hab keine Angst. Wir sind Deine Freunde, stimmt's? Kannst Du uns helfen, bitte? Das sind ja neue Spuren. So, liebe Kakerlaken, das wird Euer Untergang. Bist Du bereit? Dann los! Schnell! Oh, verschone Buggy! Noo! Oh, du bist so süß! So eine süße Spinne. Wollen wir Freunde sein? Es hat geklappt! Ich hoffe, jetzt wird sie niemanden mehr vergiften. Meine kleine Spinne, ich hätte Dich ja fast vergiftet. Spinne? Wohin gehst Du? Wir sind doch Freunde! Ja, das war eine gute Idee. Sei lieber mit uns befreundet. Buggy, warte! Sie ist sauer. Wegen uns wäre sie fast vergiftet worden. Sie will uns schon verzeihen, wenn wir uns nett entschuldigen. Die Pyramide Tom Thomas, kann ich die Augen öffnen? Noch nicht. Beeil dich, okay? Das war's. Ich bin bereit für den Wettbewerb. Tada! Warte, das ist Gebäck? Das ist ein Gebäck, Nolik. Aber das ist eine ägyptische Pyramide. Oh, wow! Sieht das nicht einfach aus wie ein Ameisenbau? Stimmt schon. Ich erinnere mich, dass Großfix uns erzählt hat, dass in ein Labyrinth ist und die Mumie von einem Floh. Von einem Pharao. Die ägyptischen Pyramiden sind einfach erstaunliche antike Bauwerke. Die größte von ihnen ist die große Cheops-Pyramide. Sie ist mehr als 4000 Jahre alt und über 100 Meter hoch. Wie ein 40-stöckiges Hochhaus. Wie es damals möglich war, so einen Giganten zu bauen, ist immer noch ein Mysterium. Damals gab es noch keine Hebekräne. Manche Menschen glauben, die Pyramiden wären von Außerirdischen gebaut worden. Aber ich glaube, sie hätten nicht ohne die Hilfe der Fixies gebaut werden können. Und, hast du ein Labyrinth eingebaut? Na klar! Zeig mal! Ist das dein Ernst? Ich habe sie gerade für den Wettbewerb gebaut. Ich breche sie nicht nochmal auf. Hey, ist das nicht der Eingang? Wohin gehst du? Ich will mir nur das Labyrinth ansehen. Und die Mumie! Mumie? Wovon redest du, Nolik? Und? Wohin jetzt? Stopp! Du verirrst dich! Ich verirre mich nicht! So, ich glaube, ich gehe hier lang. Und dann hier lang. Komm zurück, Nolik! Ich war schon hier. Und ich war hier. Oh! 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 Ich habe mich verirrt! Hattest recht! Was? Hallo du! Weißt du, wo Nolik ist? Da drin. Er ist auf Mumienjagd. Und er hat sich verirrt. Mumie! Wow! Ein echter? Cool! Nein! Nolik! Juhu! Bist du hier? Nein! Wo denn? Weiß nicht! Wer baut denn solche Labyrinthen? Hey! Keiner hat nicht gebeten, es zu betreten. Mit wem redest du denn da? Ziffer! Feuer und Nolik sind da drin und ich muss jetzt in die Schule. Nolik! Feuer! Nun, ich habe mich noch nie in einem Labyrinth verirrt. Ich weiß, wie man herauskommt. Immer mit der Hand an der Wand entlangtasten. Ich finde sie für dich. Wo seid ihr, Jungs? Hier! Ich habe vergessen, welche Wände ich berührt habe. Hast du sie? Nein, und ich habe mich total verirrt hier drinnen. Tom Thomas, du musst doch heute in die Schule, oder? Ja, eigentlich schon, aber meine Pyramide ist voller Fixies. Wie ein Ameisenbauch. Mhm. Der Erste wollte auf Mumienjagd, der Zweite wollte den Ersten suchen und der Dritte alle beide. Wir haben uns verirrt. Und ich muss in die Schule. Warte, vielleicht kannst du sie einfach herausschütteln. Gute Idee. Hast du ein Seil? Guck mal, so verirrt man sich nicht. Wenn ihr einen Ausflug macht, achtet darauf, dass ihr den Rückweg findet und euch nicht verirrt. Verlasst euch nicht nur auf die Karte und das Navi in eurem Handy. Nehmt einen Kompass mit, der zeigt euch die Himmelsrichtung, ohne dass ihr dafür das Handy braucht. Man kann auch Norden und Süden finden, indem man die Sonne beobachtet, Sterne oder sogar einen Ameisenbau im Wald. Schaut mal her. Die Seite, die flacher ist, zeigt nach Süden und die steilere Seite zeigt nach Norden. Und wenn ihr einmal in ein Labyrinth geht, verirrt euch nicht. Berührt mit einer Hand immer die Wand und irgendwann kommt ihr heraus. Noch eine Art, durch ein Labyrinth zu kommen, ist ein Seil am Eingang festzubinden und es auf dem Weg auszurollen. So findet man den Weg wieder nach draußen. Hier ist der erste und der zweite. Und Nolik? Eine Mumie, lebt sie? Ich bin Snolik. Ich hab deine nicht gefunden. Ja, weil da keiner ist. Was? Meinst du, ich hab mich umsonst verehrt? Du warst in so einer Eile, du hast mir gar nicht zugehört. Aber wie wirst du ohne Mumie gewinnen? Oh, vielleicht kannst du meine Mumie sein. Nein, danke. Und? Hast du gewonnen? Aha. Meine Pyramide hat gewonnen. Und ihr bekommt einen besonderen Extra-Preis dafür, dass ihr wieder herausgefunden habt. Schon wieder? Noch eine Box für diesen Gepäck? Ich finde das gut. Ich liebe die. Die sind super. Ich wünschte, Fixies könnten essen. Wie schade. Dann gib es doch deiner Mumie. Der Detektiv. Gut, das kommt hierhin. Ist das nicht toll, dass wir nach der Stunde noch bleiben durften, um den Film zu sehen? Ja, dieser Film war toll. Dieser Detektiv. Was für ein Typ. Er hat den Täter sofort identifiziert. Verbrechen aufdecken ist nicht gerade einfach. Aber sicher macht es viel Spaß. Ich glaube, es wäre so cool, einen Fall zu lösen. Wo ist mein Glücksschraubenzieher? Ich kann nichts ohne ihn machen. Da haben wir es. Das könnte das Verbrechen des Jahrhunderts sein. Detektiv Nolik, bist du bereit? Aber wir sind keine... Im Schicksal entkommen wir nicht, Kollege. Die Zeit ist reif. Um ein Detektiv oder Ermittler zu werden, muss man sehr aufmerksam und scharfsinnig sein. Denn Detektive klären Ungereimtheiten auf, finden Verlorenes und entwirren. Das sind die verrücktesten Fälle. Zum Beispiel, wer hat ohne Erlaubnis den ganzen Kuchen gegessen? Einem echten Detektiv fallen diese feinen Details sofort auf. Krümel unter dem Sofa, Fußspuren im Raum oder Flur. Wenn er den Spuren auf die Schliche kommt, wird ein wahrer Detektiv den Dieb leicht finden. Alles klar. Es ist an der Zeit herauszufinden, wer den Schraubenzieher geklaut hat. Sollten wir nicht den Schraubenzieher finden? Nicht jetzt. Erst müssen wir den Dieb finden. Oh, sieh mal. Es ist Siffer. Siffer. Hä? Warum bist du wieder im Labor? Die Schule ist längst vorbei. Ich will mit dem Professor reden. Ich habe einen super Einfall. Was für ein Einfall? Das ist geheim. Das ist nicht sehr glaubwürdig. Alles klar, Verdächtiger. Was hast du nach der Schule gemacht? Was meinst du mit Verdächtiger? Das muss ein Missverständnis sein. Weißt du der Frage aus? Versuchst du das Thema zu wechseln? Das war's. Ich gehe. Keine Schraubenzieher, keine Experimente. Du möchtest Eugenius Stelle einnehmen. Und deswegen hast du seinen Glücksschraubenzieher geklaut. Du bist verhaftet. Die wichtigsten Fähigkeiten eines Detektives sind Intelligenz und Logik. Logik ist eine alte Wissenschaft, die Menschen lehrt, mit dem Verstand zu denken, sodass sie Probleme, Puzzles und Rätsel lösen können. Wollt ihr wissen, wie man sich als echter Detektiv fühlt? Dann versucht herauszufinden, was ich euch beschreibe. Ich denke an ein Tier, das man zu Hause oder auf der Straße treffen kann. Es hat einen Schwanz, der lang ist. Was ratet ihr? Ein Hund, eine Katze oder eine Maus? Aha, die Informationen reichen auch noch nicht aus. Aber was, wenn ich hinzufüge, dass es Miau sagt und den ganzen Tag schläft? Dann ist die Antwort klar. Ein Detektiv arbeitet genauso. Er sammelt die Fakten, entscheidet, was davon wichtig ist und wird los, was nicht wichtig ist. Und erst dann findet er die richtige Antwort. Versteht ihr? Dann seid ihr bereit für ein weiteres Rätsel. Sag doch, wer gehört nicht hierher? Spuck es schon aus. Was für lustige Schnurrbärte ihr habt. Oh, für eine Party, oder? Mhm, ich bin verhaftet. Spielt ihr irgendein Spiel? Spule, du glaubst doch, dass ein Objekt Glück bringen würde. Oder etwa nicht? Oh ja, na und? Dann ist klar. Du hast dir vergeholfen, den Glücksschraubenzieher zu stehlen. Ja, denn du magst Glücksbringer. Verhafte sie! Spule, wie lange muss ich noch warten? Simka, du musst das sehen. Wir haben die Verbrecher gefasst, die den Schraubenzieher des Professors gestohlen haben. Cool, hä? Beeindruckend. Los, komm Spule. Sie bleibt hier, unter Arrest. Ja, kapiert. Na los, komm mit. Wir machen keine Witze. Oh, und welchen Beweis genau könnt ihr heranbringen? Welchen Beweis ich hab? Äh, also... Das dachte ich mir. Du hast nichts vorher. Sie ist die Komplizin. Also los! Nulik, verhafte sie sofort! Was hat sie getan? Das ist absurd. Tu, was ich sage. Werde ich nicht. Ah, du also auch? Stell dich zu den anderen Gaunern. Hey, wir sind Partner, oder nicht? Warte mal eine Sekunde. Mittlerweile glaube ich, du bist der Dieb. Ich? Ja, genau. Ich weiß nicht, ich schwöre. Ich bin der Detektiv. Ah, Nulik, bitte sag's Ihnen. Sie haben es weggelegt? Ins Lager? Ah, Elisa. Ich hab Ihnen doch schon hundertmal gesagt. Bitte rühren Sie mein Chaos nicht an. Äh, scheinbar war ich auf der falschen Spur. Hättet ihr besser mal den Schraubenzieher gesucht, Detektive. Hab ich auch gesagt. Na gut. Für den nächsten Fall brauchen wir eine neue Taktik. Was meinst du denn mit der nächste Fall? Wo ist mein Glückslötkolben? Also, Detektiv Nulik. Fangen wir an. Hi. Geld. Hallo? Aha. Feuer, kannst du mir bitte helfen? Sorry, Werder. Ich muss ins Lager gehen, sofort. Ich habe dir gestern geholfen, oder nicht? Aber ich dir am Tag davor. Ach ja? Und was ist mit letzter Woche? Ich habe dir dreimal geholfen, weißt du was? Dafür ab. Ihr habt euch geholfen, als es nötig war. Kein Grund, das zu zählen. Natürlich, Spule. Keiner von uns fragt so oft nach Hilfe wie du. Das stimmt nicht, Werder. Seht doch, wie Elisa Professor Eugenius hilft. Sie streitet nicht mit ihm? Natürlich nicht. Sie ist ja auch verknallt in den Professor. Genau genommen ist das ihr Job. Und dafür, dass sie ihm hilft, bekommt sie Geld. Hm, Geld. Das ist eine clevere Idee. Geld wird ständig von einer Hand in die andere gereicht. Ein Mensch führt eine Arbeit aus und im Gegenzug bekommt er Geld dafür. Er kann es nutzen, um sich Dinge zu kaufen, die er braucht, wie Kleidung und Essen. Oder er kann andere für deren Arbeit bezahlen. Zum Beispiel einen Taxifahrer für eine Fahrt, einen Friseur für den Haarschnitt oder einen Techniker für den reparierten PC. Alle Menschen sind Teil des Geldkreislaufs. Aber anders als Menschen benutzen Fixies gar kein Geld. Wir kommen gut ohne, klar. Von jetzt an machen wir es so wie die Menschen. Wenn du für jemanden arbeitest, bekommst du Geld dafür. Und wenn du Hilfe brauchst, bezahlst du. Und dann gibt es keinen Streit mehr. Oder falsche Anschuldigungen. Und die sind für Simka und Nulik. Jetzt ist alles fair. Was ist das? Na, Geld. Was sollen wir damit machen? Das weißt du nicht. Du bezahlst jemanden, der dir hilft. Ich mag diese neue Idee gar nicht. Gar nicht. Ist das? Du bezahlst du nur die Möglichkeit, die Ich will keine Ahnung, der schwenst. Ich will nicht. Wer ist ein Wälder. Ich will nicht mehr, ob die für die Wälder sind. Ich muss nicht mehr, die Wälder sind. Wer ist die Wahrheit. Wer ist das? Der ist das? Vielleicht geben wir ihnen unser Geld, damit sie nicht mehr streiten. Ich habe eine coolere Idee. Hey, wer braucht ihr von euch Geld? Denn wir haben... Jetzt haben wir genug Fahne! Wo seid ihr? Hier drinnen! Das ist alles deine Schuld, Feuer. Und deine Schuld? Nein, das Geld! Das ist an allem schuld. Er hat recht, deswegen haben wir uns gestritten. Wir haben nicht mal den Drucker repariert. Geld ist nichts weiter als bloß Papier. Obwohl Geld streng geheim gedruckt wird, wissen wir trotzdem etwas über den Prozess. Das Papier, das für die Geldscheine benutzt wird, besteht aus Baumwolle und Lein. Es ist stärker als normales Papier, das aus Holz gemacht wird. So zerreißt es nicht so leicht, selbst wenn man es tausendmal faltet. Die Tinte, die für das Gelddrucken benutzt wird, ist auch besonders. Sie kann nicht abgerieben werden oder in der Sonne verbleichen. Das ist noch nicht alles. Die Tinte hat geheime Elemente, die nur gesehen werden können, wenn man das Geld in einem besonderen Licht sieht. Das schützt die Menschen vor Falschgeld. Aus dem gleichen Grund gibt es Wasserzeichen mit Metallfäden und winzig kleine Schrift. Diese Schrift ist sehr schwer lesbar. Es sei denn, man ist ein Fixie. Hoffentlich habe ich nicht zu viel verraten. Alles geschafft. Zeit für einen Test. Und was sollen wir drucken? Ein Wort mit echtem Wert. Ja, etwas sehr Wertvolles. Nein, es ist nicht Geld. Ja, so ist es viel besser. Ja. Ja. Freundschaft. Tisch. Das war's. 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Und 101, 102, 103, 104, 100 und... Nulik! Hey! Komm schon! Tom Thomas hat mir versprochen, dass ich mit ihm draußen Fahrrad fahren darf. Ich muss losgehen. Du Glückspilz. Ich würde so gerne Fahrrad fahren. Ja, das würde ich auch gern. Ihr dürft nicht gehen. Warum nicht? Tom Thomas ist nicht euer Freund, okay? Er hat nur mich eingeladen. Wenn ihr eine Fahrradfahrt genießen wollt, dann sucht euch gefälligst deinen eigenen Menschenjungen. Hey Tom Thomas, bist du bereit? Geht nicht. Wir können nicht losfahren. Das Rad hat ein Loch. Ich hab versucht es aufzupumpen, aber die Luft strömt raus. Hm, was sollen wir jetzt tun? Ich dachte, du weißt das. Du bist doch ein Fixie. Wie, ich meine, ich habe es noch nicht gelernt. Warte kurz. Spule, Ziffer, warte kurz. Wir haben ein Loch im Fahrradreifen gefunden. Hm, meinst du das, welches nur Freunde mitnimmt? Sei doch nicht so. Bitte helft mir. Ich dachte, Tom Thomas wäre nur dein Freund. Äh, warum kommst du nicht und fragst ihn selbst? Er könnte dann auch dein Freund sein. Seit tausenden von Jahren helfen Räder Menschen auf der ganzen Welt. Der Vorfahre des Rads ist ein Baumstamm. Menschen legten Stämme unter schwere Lasten, um sie zu bewegen. Dann hatten Menschen die Idee, die Stämme in Scheiben zu sägen und die Scheiben durch eine Achse zu verbinden. Und da war es, das Rad. Räder machten das Leben angenehmer. Später kamen Räder mit Speichen, Metallfassungen und Gummireifen. Bald darauf rollten die Menschen auf der ganzen Welt mit allen möglichen Fahrzeugen umher. Töpfer, Mühlen, Huren. Es gibt so viele Verwindungen für Räder. Und mit der Dampflok, Dampfschiffen und Autos verbreiteten sich die Räder auf der ganzen Welt. Sie haben sogar den Planeten Mars erreicht. Das Rad ist wirklich eine der einfachsten und erstaunlichsten Erfindungen des Menschen. Puh, es ist ab. Und was jetzt? Jetzt muss der Schlauch raus. Meinst du dieses Gummiding? Ja, das ist der Fahrradschlauch. Da muss irgendwo ein Loch sein. Pumpe ihn auf, Tomtommes. Dann sehen wir, wo die Luft rauskommt. So findet man kaum das Loch, Nulli. Warum denn nicht? Weil das Loch wahrscheinlich winzig klein ist. Wie findet man es sonst? Um es zu finden, brauchen wir Wasser. Wieso? Ja, wieso? Jetzt verstehe ich, warum wir Wasser brauchen. Da, seht ihr die winzigen Bläschen? Ja, seht ihr? Das ist die Luft aus dem Schlauch Inneren. Das bedeutet, das Loch ist hier. Nulli, du bist ein Genie. Huah, ich habe es gefunden. Schaut. Überlass das bitte mir. Ich habe den richtigen Klebstoff im Pakomat. Das Loch ist genau hier. Ich habe es entdeckt. Aber erst müssen wir das Pumpe trocknen. Sieht trocken aus. Dann können wir jetzt kleben. Es ist repariert. Tiddy! Alles klar, alles bereit. Hurra! Pfeffer, Spule, kommt ihr mit? Ich weiß nicht. Wir wurden nicht eingeladen. Ich bin sicher, er wird euch einladen. Stimmt's, Tom Thomas? Natürlich werde ich das. Wir sind doch Freunde, oder? Hup! Hehe! Fahren wir los! Sieht das Rad, sieht das Rad, sieht das Rad, es erspart uns viel Zeit, welch ein Segen. Sieht das Rad, sieht das Rad, sieht das Rad, rollt auf allen Wegen. Sieht das Rad, sieht das Rad, es bezwingt jeden See, alle Berge. Sieht das Rad, sieht das Rad, sieht das Rad, rollt durch weite Ferne. Ja, ich liebe das Rad, wie die Sonne mit goldenem Schimmer. Sieht das Rad, goldens Rad, sieht das Rad, scheint in unserem Zimmer. La 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 la... Die Befestigung. Und natürlich müssen alle Teile des Gerätes gut befestigt werden. Was machen Sie da, Kollege? Heute kommt Elisa aus ihrem Urlaub zurück. Also habe ich entschieden, das Labor aufzuräumen, bevor sie hier ist. So eine noble Initiative. Also, wo war ich? Du hast gesagt, alle Teile müssen befestigt sein. Ha, genau. Und welche Art von Befestigung kennt ihr? Feuer? Äh, eine Schraube. Mhm. Und was noch? Äh, noch eine Schraube. Das wären schon zwei Schrauben insgesamt, Simka. Um Holz oder Plastikteile zu verbinden, kann man Nägel nehmen. Nägel werden mit einem Hammer eingeschlagen. Bei Metall oder Stein muss man erst Löcher bohren für die Schrauben. Damit die Schraube besser hält, kann sie in einen Wanddübel eingeschraubt werden. Der Unterschied zwischen einer Holz- und einer Maschinenschraube ist, dass die Schraube für Holz eine Spitze hat. Maschinenschrauben gehen in bereits existierende Löcher oder in eine Mutter. Und was, wenn es gerade keine Schrauben oder Nägel gibt? Nun, dann kann sich ein Fixie in eine Schraube verbandeln und sich selbst einschrauben. So. Meisterhaft gemacht. Feuer. Meinst du, du kannst das? Na klar. Ja. Nolik? Ist es okay, wenn ich es nicht mache? Was meinst du, du machst es nicht? Ach. Warte, ich hab's nicht so gemeint. Ähm, äh, nein, es war doch so gemeint. Hab keine Angst. Du hast das schon so oft gemacht. Mhm. Hast recht. Du musst natürlich darauf achten, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Ja, wahrscheinlich. Diesmal wird dir das nicht passieren. Alles ist unter Kontrolle. Na los. Hab immer noch Angst. Wie wär's, wenn du's nochmal probierst? Wer hätte eigentlich diese dumme Idee mit der Schraube? Der Legende nach wurde die Schraube in der Antike erfunden, vom großen Archimedes. Durch seinen schraubenähnlichen Mechanismus baute Archimedes eine besondere Maschine, mit der man Wasser aus dem Kanal pumpen konnte. Im antiken Rom benutzten Menschen Holzschrauben und Pressen, um Öl aus Oliven zu pressen. Schrauben wurden auch zum Bohren genutzt oder als Wagenheber. Aber als Befestigung wurden Schrauben erst im 15. Jahrhundert genutzt. Bald darauf wurden Schrauben so beliebt, dass man heute kaum noch ein Gerät ganz ohne Schrauben findet. Und sollte eine dieser kleinen Schrauben herausfallen, eilen wir Fixies zur Hilfe. Denn wir verwandeln uns nicht nur in Schrauben, wenn wir uns vor Menschen verstecken. Wir machen es immer dann, wenn Hilfe gebraucht wird. Nolik, probieren wir's mal zusammen. Hab keine Angst, wir sind bei dir. Bereit? Nolik, sieh zu, mein Kind. Ich habe mich schon über 100 Jahre nicht eingeschraubt, aber ich habe keine Angst. Siehst du, es ist kinderleicht. Großfix? Ich stecke fest. Alles meine Schuld. Kein Grund zur Sorge. Professor Eugenius, können Sie Großfix rausrauben? Ich bin gleich bei euch. Die ist etwas rostig. Eine alte Schraube. Ich weiß, was da hilft. Ein Tropfen Öl. Au! Professor Eugenius, ist alles okay? Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Achtung, es fällt runter. Wir müssen das Regal an der Wand befestigen. Nolik, hilf uns, wir schaffen es nicht ohne dich. Finkai, ich hab auf. Nolik, rette mich. Was ist da draußen los? Kein Problem, Kollege. Ich wurde nur etwas vergraben. Kann mich jemand herausschrauben? Ich wünschte, ich könnte... Und wir halten das Regal. Und Nolik? Ich auch, ich hab's geschafft. Ich hab mich eingeschraubt. Gut gemacht, Nolik. Ich wusste, dass du das kannst. Und wer hilft uns jetzt? Elisa wird bald kommen. Alles klar. Wir warten auf Elisa. Ja, ich hoffe nur, ihr Rückflug hatte keine Verspätung. Plastik. Schluck runter! Schluck runter! Schneller! Schlucken! Das war eine super Zeit. Wenn du jetzt noch härter trainierst, brichst du den Rekord. Ja, ja, das stimmt. Zeit, es in die Hand zu nehmen. Moment bitte. Hast du den Müll runtergebracht? Ich hatte keine Zeit dafür. Gut, genau das wollte ich hören. Und die Flasche auf dem Tisch, brauchst du die? Super, danke. Ich hab noch fünf mehr. Und das ist nur der Beginn unserer Mission. Unsere Rettungsmission. Was hat dein Papa vor? Rettungsmission. Kann es sein? Dein Papa ist vielleicht ein Superheld. Meinst du? Nolik, du bist einfach zu komisch. Was ist so witzig daran? Wer sonst plant eine geheime Rettungsmission? Und die Flaschen? Meinst du, die braucht er für seine Heldentaten? Oder vielleicht hatte er vor, den Plastikmüll zu trennen? Hä? Was? Plastik ist langlebiges, menschengemachtes Material. Viele praktische Dinge bestehen daraus. Verpackungen, Spielzeug, Geräte und sogar Möbel. Aber Plastik sollte man nicht einfach so wegwerfen. Die Natur kann es nicht abbauen. Und so könnte die Erde irgendwann unter einer dicken Plastikschicht vergraben werden. Ihr könnt alle helfen, dieser Katastrophe vorzubeugen. Werft Plastik in Plastikcontainer. Statt dem Planeten damit zu schaden, könnte man es in etwas Sinnvolles umwandeln. Nein, das ergibt keinen Sinn. Simka! Superhelden sammeln doch keinen Müll. Wir beweisen es. Du wirst sehen. Natürlich. Das ist unsere Evolution. Ich meine, Revolution. Zusammen retten wir unsere Erde. Du hast echt Glück, Tom Thomas. Zusammen retten wir unsere Erde. Tom Thomas, hast du noch mehr Plastik im Zimmer, das ich nehmen kann? Eine Sekunde. Aber diese Dinge brauchst du doch noch. Für so eine noble Mission? Kein Problem. Um brauchbare Dinge sollten wir uns kümmern. Papa, ich möchte dir wirklich gerne helfen. Helfen? Wobei? Was du machst. Du weißt schon, die Mission. Den Planeten retten. Wie du am Telefon gesagt hast. Ah, du meinst das Plastik aufsammeln, oder? Klar. Ich habe schon ein paar Kisten mit Plastik vollgepackt. Bringen wir sie zum Recycling? Wirklich? Wofür denn? Werf es doch einfach in den Müll. Sohn, wenn wir nicht tun, was wir können, um zu recyceln, befürchte ich, unser Planet wird zu einer riesigen Müllhalde. Es gibt viele Dinge, die Menschen einfach wegwerfen, die zu etwas komplett anderem umgewandelt werden könnten. Zum Beispiel kann aus einer gewöhnlichen Plastikflasche ein Kugelschreiber gemacht werden. Eine Uhr, ein Stuhl, Geschirr und sogar Kleidung. Zum Beispiel gibt es Fabriken, in denen altes Plastik sortiert wird, zerstampft und gewaschen und dann zu Fäden langgezogen wird, die für die Herstellung von Kleidung genutzt werden können. Ist das nicht fantastisch? Aber das ist nur möglich, wenn Menschen lernen, ungebrauchte Flaschen zu sammeln und Tüten, Tassen und andere Plastikteile getrennt vom anderen Müll zu entsorgen. Stellt euch vor, wie froh das die Natur machen würde, wenn die Berge und Berge von Plastik aus den Wäldern und Meeren verschwinden würden. Kommt, kümmern wir uns um unseren Planeten. Gemeinsam! Ich dachte, du versuchst, den Planeten zu retten. Wie ein Superheld. Eigentlich sind wir Superhelden und wir sind doch ein bisschen wie Zauberer. Wirklich? Einen Moment. Siehst du dieses Hemd? Das besteht aus recycelten Plastikflaschen wie diese da. Cool, oder? Unglaublich! Also, bist du bereit? Zeit zu gehen. Diese glücklichen Menschen, sie trennen den Müll und wir, wir Fixies, geben alles dafür, das Leben von Geräten zu verlängern. So werden sie nicht weggeschmissen. Und wir sollten auch Müll trennen. Das ist eine gute Idee. Hm... Die Zeitmaschine. Oh, wow! Was ist denn das für ein Gerät? Vielleicht ein Wecker? Nein, das ist eine Zeitmaschine! Bip, 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 bip! Zeitmaschinen? Die gibt es nicht. Wow! Wie schade. Ich hab das gelernt, das gelernt. Gut gemacht, Ulle. Ah! Ah! Womit bin ich zusammengestoßen? Mit was wohl? Mit einer Zeitmaschine! Ich dachte, Zeitmaschinen gibt's gar nicht. Klar gibt's die. Steig ein und ab geht's in die Zukunft. Oder die Vergangenheit. Prächtig! Viele von uns würden gerne mit einer Zeitmaschine reisen. Vielleicht in die Vergangenheit, um eine schlechte Note zu korrigieren. Oder um einen Einblick in die Zukunft zu kriegen. Das wäre natürlich interessant. Aber Zeitreisen sind nicht möglich. Gott sei Dank! Stellt euch nur vor, wie alles durcheinander geraten könnte. Der eine holt sich einen Dinosaurier aus der Vergangenheit und der andere ein Alien aus der Zukunft. Niemand müsste irgendwas erfinden. Geräte würden ungebraucht rumliegen und Fixes hätten nichts zu tun. Schrecklich! Du hast also überhaupt keine Ahnung? Ich hab's gelernt. Aber ich erinnere mich nicht. Sehr ungünstig. Denn morgen gibt es einen schweren Test. Bereite dich bitte vor. Ich werde sicher durchfallen. Du bestehst. Du hast doch gelernt, oder? Und? Also mach dir doch bitte nicht so große Sorgen. Das wird schon. Ich wünschte, das ginge. Arzt Mädchen. Wie können wir ihr helfen? Hey, ich weiß wie. Heute Morgen hat mir Spule geglaubt, dieses Ding da wäre eine echte Zeitmaschine. Klingt nach einem unwissenschaftlichen Plan. Keine Sorge. Es ist einfach. Wir schicken dich nach morgen. Du setzt dich, machst den Test und kommst dann prompt zurück. Ich wünschte, ich könnte gehen. Es ist wie eine Generalprobe. Das Wichtigste ist, locker bleiben. Und was mache ich dann? Äh, zieh an dem Kabel und du kommst wieder zurück. Los, mach dich auf! Ah, es ist morgen. Hallo? Bist du bereit? Aha. Großfix ist krank. Also gebe ich euch die Tests. Ich habe Angst. Keine Sorge. Es ist nur eine Probe. Also. Wer hatte den besten Test? Gratulation! Spule! So cool! Super! Das war gar nicht so schlecht. Beeindruckend! Was ist eigentlich mit dem Professor? Äh, Großfix. Äh, du weißt das, oder? Eine Schraube fiel auf seinen Kopf. Du hast sie fallen gelassen. Was, ich? Ja, gestern. Ich glaube, ich mag diese Zukunft nicht. Und, wie war es dort? Später. Jedoch, wer diese Pixies sind, das ist ganz streng geheim. Verhalte das auf bis morgen. Was ist das? Komm zurück! Nein! Wenn ich das tue, könnte ich dich verletzen. Mich? Wieso? Wäre es nicht faszinierend? In die Zukunft zu reisen und zu sehen, was aus euch wird? Leider ist das nur in unseren Träumen möglich. Aber wenn ihr einen Traum habt und keine Angst vor Herausforderungen und Misserfolgen, dann könnt ihr sich eure Zukunft so gestalten, wie ihr es euch wünscht. Ihr wollt Weltmeister werden? Dann müsst ihr heute noch mit dem Training beginnen. Träumt ihr davon, der beste Programmierer der Welt zu werden? Dann verbessert zuerst eure Mathe-Note. Träumt ihr davon, durch die Ozeane zu segeln? Dann müsst ihr sehr viel lesen, denn ein Kapitän muss sehr vieles lernen. Beginnt noch heute, eure Zukunft zu gestalten. Und wir Fixies stehen an eurer Seite, um euch zu helfen. Wir stellen sicher, dass die Maschinen, die ihr braucht, um eure Träume zu erreichen, noch viele Jahre lang funktionieren. Hallo, bist du bereit? Aha, bis jetzt ist alles genau gleich. Spule, nimm den zurück. Es hat geklappt. Und verteile die Tests. Ihr dürft anfangen. Diese Fragen sind anders. Wer hatte den besten Test? Gratulation, Spule! Wozu mache ich mir Sorgen? Ich weiß doch, dass alles gut laufen wird. Nun gut, alle Testergebnisse waren gut. Aber keiner von euch konnte erraten, was dieses Gerät ist. Was heißt das? Ist das keine Zeitmaschine? Nein, das ist ein automatischer Pflanzengießer. Das ist alles. Seht ihr? Cool, oder? Wow, das ist fantastisch. Moment mal. Ihr habt mich reingelegt? Aber du hast bestanden, stimmt's? Nun, na gut. Dann vergeb ich euch. Die Sonnenfinsternis. Alles klar? Da ist es. Aha. Aha. Tom Thomas! Wofür ist das? Für die Sonnenfinsternis heute. Bitte. Seht. Und ich werde sie beobachten. Das ist cool. Und wofür brauchst du die Kiste? Simka, weißt du nicht mehr? Es ist zu gefährlich, direkt in die Sonne zu blicken. Hä? Wow, so dunkel. Wann wird es denn dunkel, Tom Thomas? In einer halben Stunde. Wir würden dir gerne dabei helfen, oder? Aber eines verstehe ich nicht. Das Licht wird weg sein? Ich meine, für immer weg sein? Wie kommst du denn darauf, Nolik? Es gab schon viele Finsternisse vor dieser. Im Weltraum ist alles ständig in Bewegung. Die Erde dreht sich um die Sonne. Und der Mond dreht sich um die Erde. Manchmal steht der Mond zwischen der Sonne und der Erde und verdeckt die Sonne. So sieht man die Sonne für kurze Zeit nicht mehr als strahlender Stern, sondern als schwarze Kugel. Dieses Phänomen nennt man Sonnenfinsternis. Aber eine Sonnenfinsternis kann nur von Menschen und Fixies gesehen werden, die in ihrem Schatten stehen, wenn es passiert. Aber alles könnte passieren. Was, wenn etwas stecken bleibt? Wird es dann für immer dunkel bleiben? Und wann soll das je geschehen sein? Es geschieht jetzt! No leak. Entweder hilf uns oder hör auf zu stören. Alles klar, schau. Das ist die Erde, hier. Und der Mond, da. Die Taschenlampe ist die Sonne. Siehst du? Der Mondschatten fällt auf die Erde. Und jetzt pass auf. Wenn der Mond weiterzieht, kommt das Licht wieder. Steckt er jetzt fest? Ich hab's doch gesagt. Das Ende ist nah. Ewige Dunkelheit. Jemand sollte vorsichtiger mit dem Kleber umgehen. Es ist möglich, eine gewöhnliche Kiste zu nehmen und daraus ein spezielles Gerät zu machen, das von Menschen vor langer Zeit erfunden wurde. Das nennt man Kamera Obscura. Diese clevere Erfindung wurde von Künstlern genutzt und Wissenschaftlern. Sie war die Grundlage des ersten Fotoapparates. Es ist einfach, eine Kamera Obscura nachzubauen. Schneidet ein kleines Quadrat in eine Seite der Kiste. Bedeckt es mit einer transparenten Folie und stecht ein kleines Loch in die Mitte. Legt ein Blatt Papier auf die gegenüberliegende Seite. Das Licht wird durch das Loch gehen und durch die Dunkelheit strahlen. Auf dem Bildschirm werdet ihr die Eklipses sehen. Aber man wird sie verkehrt herumsehen. Um sie zu sehen, muss man von oben darauf schauen. Aber lasst kein zusätzliches Licht hinein. Wunderschön. Und passt immer schön auf, wenn ihr mit der Schere schneidet. Aber versteht ihr nicht, dass es unheimlich ist im Dunkeln? Und man kann unmöglich so leben. Sei kein Feigling. Du leuchtest doch im Dunkeln. Aber was ist mit Tom Thomas? Wird er jetzt so laufen müssen? Ah! Du wirst ihm den Weg leuchten können. Und wenn meine Batterie leer ist? Ich hab ne Taschenlampe. Und wenn die Batterie leer ist? Entspann dich, ich hol ne neue. Im Dunkeln? Nein, wir müssen uns sofort vorbereiten. Siehst du die Sonne? Aha! Noch eine Minute. Seid ihr bereit? Eine Minute? Warte! Was? Ich bin doch nicht bereit. Ich leide noch etwas auf. Nein, ich muss doch die Batterie holen. Zehn Sekunden. Neun Sekunden. Acht Sekunden. Was soll ich tun? Sechs. Was soll ich tun? Fünf. Vier. Drei. Zwei. Was? Ja! Es geht los. Wow. Das ist einfach wunderschön. Nolik, komm doch raus. Du verpasst alles. Es ist erstaunlich. Cool. Toll, dass wir das gemacht haben. Seht, seht. Jetzt kommt die Sonne wieder heraus. Zeig mal. Es ist nichts stecken geblieben. Die ganze Finsternis ist vorbei. Das war cool, nicht wahr? Aha. Nur, dass ich alles verpasst habe. Nun, du wirst die nächste sehen, nicht wahr? Wenn du nicht wieder so eine Angst kriegst. Sie werfen diese Kiste aber nicht weg, oder? Ich hebe sie auf. Ich kann sie nutzen, um was drin zu lagern. Batterien zum Beispiel. Was, wenn es morgen kein Licht mehr gibt und Nolik ist nicht bereit? Der Bluttest. Hi, Thomas. Hä? Kämpfst du gegen Fliegen? Nein. Papa hat mich angemeldet. Und zwar bei einem Kampfsportkurs. Wirst du kämpfen wie in den Filmen? Ja, und ich werde auch der Star in den Filmen sein. Ich werde den Superhelden spielen. Er wäre bestimmt eine tolle Windmühle. Tom, Thomas. Hast du morgen früh die erste Stunde frei? Ja. Ausgezeichnet. Dann nehme ich dich morgen mit zum Bluttest. Ein Bluttest? Wozu brauche ich den denn? Um sicherzugehen, dass du gesund bist. Für deinen Kampfsportkurs. Und denk dran, nichts vor dem Test zu essen. Keine Sorge, das ist nur eine kleine Nadel. Eine kleine was? Mama, und wenn ich stattdessen irgendeinen anderen Sport mache, wie Schach zum Beispiel, dann brauche ich keinen Bluttest. Was ist? Hast du Angst? Nein. Ich bin stolz auf dich. Papa hat diesen Bluttest nie erwähnt. Es scheint, dass unser Superheld etwas Angst hat. Das hätte ich bestimmt auch. Blut klingt unheimlich. Daran ist gar nichts unheimlich. Der menschliche Körper hat eine große Anzahl von kleinen Röhren namens Blutgefäße, durch die Blut fließt. Das Blut transportiert Sauerstoff und Nährstoffe zu den Zellen, nimmt das Kohlendioxid auf und schützt sie vor schädlichen Bakterien. Um festzustellen, ob man gesund ist, kommt man oftmals einen Bluttest. Die genauesten Resultate kommen aus dem Blut, das aus der Vene entnommen wurde. Die Probe wird dann analysiert, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Wenn nicht, verschreibt der Arzt eine Behandlung. Siehst du? Es ist total sicher. Und nichts behandeln ist unheimlich. Mhm. Oh, Blut sollte nur auf nicht deinen Magen entnommen werden. Was heißt das? Das heißt, dass man vom Test nichts essen darf. Was passiert, wenn ich esse? Nun, dann werden sie kein Blut entnehmen. Hm, gute Idee. Welche Idee? Ähm, keine Ahnung. Okay, gute Nacht. Hast du keine Angst mehr? Mh-mh. Aus irgendeinem Grund glaube ich ihm nicht. Hey, was soll das? Du darfst nichts essen. Gib das zurück. Hm. Oh, meine Mama kommt. Höh. Ha, ha, ha. Oh. Tom Thomas, hast du's vergessen? Du darfst doch jetzt nichts essen. Muss ich diesen Test machen? Komm schon. Mach dich fertig. Versuchst du abzuhauen? Schhh. Ich dachte, du willst ein Superheld sein. Du bist nichts als ein Feigling. Ich bin kein Feigling. Bist du doch? Bin ich nicht. Du benimmst dich so. Jedenfalls gehe ich da nicht hin. Das kommt gar nicht in Frage. Nolik, hilf mir. Bist du bereit? Alles klar, Tom Thomas. Komm, es wird Zeit. Na, dankeschön. Unsere Freundschaft ist jetzt vorbei. Eine akkurate Blutanalyse zu machen, ist keine leichte Aufgabe. Ursprünglich wurde diese Arbeit von Menschen gemacht, die einen Bluttropfen unter einem Mikroskop untersucht. Heute, in modernen Laboren, analysieren Techniker das Blut mithilfe von intelligenten Maschinen. Diese Maschinen erledigen diese Arbeit viel schneller. Und sie machen keine Fehler, wie es Menschen passieren kann. Nachdem man etwas Blut abgibt, wird die Testampulle auf eine Reise geschickt, um das Labor zu erreichen. Im Labor wird sie von einem Analysator zum nächsten gereicht. Jeder untersucht einen anderen Teil des Blutes. Dann werden alle Daten zusammengeführt und das war's. Der Bluttest ist beendet. Man bekommt eine E-Mail, wenn das Ergebnis da ist und kann es online einsehen. Man muss also nicht mal aus dem Haus gehen, um es abzuholen. Ziemlich cool, oder? Dank dir haben wir unseren Freund verloren. Das war, weil er ein Feigling ist. Und wenn es meine Schuld war, dann nur ein kleines bisschen... Wixi! Seid ihr hier? Wir sind hier. Seht, was ich habe. Ein Tapferkeitszertifikat. Du hast den Bluttest gemacht und du hattest keine Angst? Ah-ah. Seht. Gut gemacht. Also, sind wir wieder Freunde? Aber natürlich. Cool. Kannst du mir dann ein paar deiner Moves zeigen? Ja, klar. Hoia! Hoia! Das Butterbrot. Komm, Thomas, man sollte nicht essen, während man spielt. Das hat dir deine Mama doch gesagt. Komm schon, lenkt mich nicht ab. Oh nein, jetzt habe ich verloren. Das nennt man Murphys Gesetz, Nolik. Nein, das ist das Butterbrotgesetz. Das Butterbrotgesetz? Das ist doch kein echtes Gesetz. Menschen sagen, das Brot immer auf die Butterseite fällt. Die Wissenschaftler lachen darüber, aber da ist was Wahres dran. Also, erstens fällt ein Sandwich meist von der niedrigen Tischhöhe. Und so hat es nur Zeit für eine halbe Drehung. Zweitens, die Brotseite mit der Butter ist schwerer. Und das zieht sie zu Boden. Und drittens, Menschen erinnern sich an die schlechten Dinge, die ihnen passiert sind. Also glauben sie, dass Butterbrot immer falsch landet. Das ist Blödsinn. Ich glaube nicht an dieses Gesetz. Es ist wahr. Und das gilt nicht nur für Butterbrot, sondern für alle geschmierten Brote. Dann lass uns ein Experiment machen. Wir haben massig viel Essen hier. Wir schmieren es aufs Brot und werfen es. Alles klar, das machen wir. Nun die Marmeladenseite unten. Aha, die Käseseite auch. Und der Schokoaufstrich hat auch kein Glück. Bei der Matadella lief es auch nicht besser. Glaubst du mir jetzt? Noch nicht. Sehen wir weiter. Probieren wir noch andere Werfmethoden. Oh, das war alles. Nichts mehr da. Nein, es gibt noch Putenfleisch. Wo hast du es gesehen? Hier ist es. Nimm stattdessen zum Teller. Deine Mama hat es schon gekocht. Hey Pute, zeig ihm, wie man richtig fällt. Aha, hab ich's nicht, äh, gesagt? Ihr Vandalen! Warum werft ihr hier mit Essen herum, hä? Das ist ja schrecklich. Hey, gib es zurück! Bitte, wir testen das Butterbrot-Gesetz. Das ist nicht euer Ernst. Deine Mutter wird das ganz toll finden. Könnt ihr das Handwich endlich auf den Teller legen? Es ist zu schwer für uns, um es zu halten. Gut, so ist es richtig. Tom Thomas, hast du irgendeine Vorstellung davon, wie nährreich diese Pute ist? Und lecker, denke ich mir. Und Pute ist ein gesundes Essen mit vielen Proteinen, Vitaminen und, wie heißen die, Mikronährstoffen. Da ist mehr. Wenn du die Pute isst, dann wirst du wachsen. Durch dieses Sandwich kannst du ein Zentimeter wachsen. Ganz bestimmt. Ja, und das gibt dir dann extra Kraft, die du brauchen wirst, wenn du die Küche sauber machst. Menschen essen nicht nur, damit sie stark werden, sondern auch, um zu wachsen und um sich zu entwickeln. Seht euch all das verschiedene Essen an. Meint ihr, da gibt es irgendeine Gemeinsamkeit? Eigentlich ja. Ja, jedes Nahrungsmittel hat Nährstoffe wie Proteine, Fett und Kohlenhydrate. Die richtige Kombination ist das Geheimnis der Ernährungswissenschaft. Essen mit Kohlenhydraten und Fetten gibt Menschen Energie. Während Proteine essentiell sind, damit Kinder wachsen können. Menschen essen gerne leckeres, frisches und abwechslungsreiches Essen. Versucht möglichst gesundes Essen zu essen, wie Salate und Suppen, Müsli, Kartoffeln, Gemüse und Fleisch. Und nicht nur Sandwiche. Aber wenn es Zeit wird für einen kleinen Steck, kann ein Sandwich genau das Richtige sein. Und es ist so leicht zu machen. Wo ist denn unser ganzes Brot hin? Es ist nur eine Scheibe übrig. Ich habe ein Experiment gemacht. Ein richtiges. Ich verstehe. Nun, Wissenschaft erfordert Opfer. Ja, und zweifelsohne sind wissenschaftliche Experimente viel besser, als den ganzen Tag mit dem Handy zu spielen. Stimmt's? Mhm. Kann ich noch ein Stück Pute haben? Ich weiß nicht warum, aber ich habe großen Hunger heute. Hm. 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 Oh. Oh, das nenne ich Murphys Gesetz. Nein, das ist das Butterbrotgesetz, Papa. Habt ihr gehört? Gesetz ist Gesetz. Das Herz. Ha. Wo ist mein Pakomat? Hier ist er auch nicht. Ich glaube, ich habe eine Schraube locker. Hm. Oh. Tom Thomas. Warum schmeißt du dein Zeug umher? Hm. Weil ich ein echtes Problem habe. Was ist los? Ich weiß nicht, für welche AG ich mich entscheiden soll. Johnny hat sich für Robotertechnik eingeschrieben und Katja für Schach. Das nennst du ein Problem? Geh mit Johnny. Warum nicht mit Katja? Äh. Äh. Dann eben Schach. Aber dann mache ich nicht Robotechnik. Mama sagt, ich soll auf mein Herz hören. Weißt du, wie man das macht? Ha. Ich habe ihn. Bis dann. Ich muss los. Nolik. Simka kann es dir sagen. Sie weiß alles. Das Herz ist die Hauptpumpe eines lebendigen Organismus. Es ist ein einzigartiges Muskelorgan mit zahlreichen Blutgefäßen, die darin hängen. Die Hauptfunktion des Herzens ist, das Blut unentwegt durch den Körper zu bewegen. Das menschliche Herz pumpt etwa 6 Liter Blut pro Minute, obwohl diese Pumpe nicht so groß ist. Bald mal die Faust. Euer Herz hat in etwa dieselbe Größe. Um sicherzustellen, dass das Herz gesund bleibt, muss man viel Sport treiben und sich gesund ernähren. Nolik. Hilf mir bitte mal. Warum ich? Spur ist stärker. Interessant. Und weißt du, was das Wort herzlos bedeutet? Ich glaube, das ist eine menschliche Krankheit. Darf ich? Spule. Herzlos ist, wenn ein Mensch oder ein Fixie jemanden vernachlässigt, der ein Problem hat. Ja. Hä? Oh. Ah. 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 Ah, danke sehr, junger Mann. Ähm, ich meine, junger Fixie. Herzlosigkeit. Bleibt das für immer? Natürlich nicht. Wir müssen uns nur öfter gegenseitig helfen. So ist das. Aha. Tom Thomas, mein Freund. Hier bin ich. Wie geht es dir? Wie es mir geht? Warum fragst du? Oh, übrigens, ich weiß jetzt, wie man auf sein Herz hört. Du brauchst eine Röhre. Die heißt... Trudoskop. Stethoskop. Aber ich hab keins. Dafür bin ich da. Ha, dieses Ding ist viel zu winzig. Hm. Ah, deine Mama hat doch eins. Oh ja. Ja. Und? Es schlägt. Laut. Und was sagt es dir denn? Kein Wort. Und jetzt? Es schlägt. Hä? Was war das? Äh. Das ist doch absurd. Ein Herz kann nicht sprechen. Weißt du was? Warum versuchst du es nicht nochmal? Tom Thomas. Ah, wer ist da? Es ist ein Herz, das spricht. Bum, bum. Hörst du mich? Aha. Ich glaube, Roboter-Technik ist das Richtige für dich. Äh, und was ist mit Schach? Bin interessiert schon Schach. Roboter sind viel cooler. Diese Stimme erinnert mich an jemanden. Ha, also so siehst du aus, mein süßes kleines Herz. Nun, ich hab das von ganzem Herzen getan. Wenn ein Mensch ruht, schlägt sein Herz zwischen 60 und 100 Mal pro Minute. Diesen Rhythmus nennt man Pulsschlag. Legt zwei Finger auf euer Handgelenk oder euren Hals. Könnt ihr es hören? Bum, bum. Bum, bum. Ihr könnt die Schläge zählen. Im Schlaf wird der Puls langsamer. Aber wenn ihr euch freut, rennt oder euch sorgt oder Angst habt, schlägt euer Herz schneller und pumpt das Blut stärker. Manchmal fühlt es sich an, als schlägt es so schnell, dass man sagt, oh, mein Herz hüpft mir noch aus der Brust. Aber keine Angst, es hüpft nirgendwo hin. Und wenn jemand sagt, hör auf dein Herz, heißt das nicht, dass das Herz reden kann. Es bedeutet, dass man sich vertrauen sollte und auf seine Gefühle hören sollte. Und dann findet ihr auf jeden Fall die Antwort, die ihr sucht. Sieht aus, als ob ich am Ende doch herzlos bin. Ich könnte meinem Freund überhaupt nicht helfen. Nolik, du hast doch geholfen. Wirklich. Ich weiß jetzt endlich, zu welcher AG ich gehen will. Robotechnik, wie ich gesagt habe? Das nicht. Ich will Medizin lernen. Okay. Heute werde ich euch auf jeden Fall schlagen. Schon vergessen? Du bist nur einer. Und wir sind ein Team-Baby. Wartet nur. Eins zu null. Hallo. Ähm, Katja? Äh, hi. Was machst du hier? Katja wollte etwas für ihre Mama abholen. Ich muss noch was erledigen. Kannst du hier warten? Ja, natürlich. Das wäre toll. Wir könnten etwas spielen. Hm, nur vielleicht nicht Hockey. Ich verstehe einfach nicht, warum Jungs das so umwerfend toll finden. Das frage ich mich auch. Oh, die Fixies sind hier. Hi, Leute. Wie geht's? Auch wenn du Hockey nicht verstehst. Sorry, wir spielen zu Ende. Und danach gehen mein Papa und ich und sehen ein echtes Hockey-Spiel in der Arena. Sicher ist ein echtes Spiel genauso langweilig. Stimmt nicht. Hockey ist ein sehr erstaunlich interessantes Spiel, aber es ist nicht leicht. Ein Spieler braucht so viele verschiedene Fähigkeiten. Sehr schnell skaten, sehr schnell bremsen, die Gegenspieler abwehren, den Schläger kontrollieren und den Puck ins Ziel schießen. Und all das könnte man unmöglich ohne Wissenschaft schaffen. Zum Beispiel wird kalkuliert, wie stark man den Puck schlagen muss oder wie schnell man anhalten muss. All das lernen Hockey-Spieler im Training. Sie setzen ihren Schutzhelm auf und legen los. Und das ist noch nicht alles. Hockey-Spieler müssen auch mutig und flink sein. Ansonsten können sie nicht richtig bremsen und stürzen an den Rand. Oder schießen den Puck an den Kopf. Au! Wie sagt man doch gleich? Hockey ist nichts für Feiglinge. Tidisch! Worauf wartest du? Katja! Wegen dir habe ich es verpasst. Tut mir leid. Schieß gegen die Wand! Das reicht jetzt! Ich helfe dir hier, falls du es nicht merkst. Du hast gesagt, du magst kein Hockey, also gib mir keine Ratschläge. Wie du willst. Das war schon mein zweites Tor von hier aus. Reines Glück. Aha, ganz sicher. Er wird weniger Glück haben, wenn du diesen Spieler hinten lässt. Und der hier muss den Puck weitergeben. Die Ziellinie muss näher anstecken. Sie meinte doch, sie wüsste nichts über Hockey. Verstehst du, was ich dir erkläre? Also spielen wir oder nicht? Das ist für mich. Ein Angriff, Schuss und schnell zurück. Ein Wechsel steht bevor. Der neue Spieler hat mehr Glück. Der schießt den Punkt ins Tor. Einer für alle Vorbildsucher mit Mannschafts-Geistens-Ziel. Denn alle sind für einen da. Ja, das ist unser Spiel. Hockey ist toll. Hockey, 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 Hockey ist toll. Wie heißt unser Spiel? Ich kann euch nicht hören. Hockey, Hockey ist toll. Hockey, Hockey ist toll. Hockey, Hockey ist toll. Ja! Gewonnen! Wenn Katja bloß nicht wäre. Aber das Siegertor war meins. Tom Thomas, Zeit fürs Spiel. Bist du bereit? Katja, ich bring dich heim. Oh, ähm, darf ich mitkommen, das Hockeyspiel sehen? Ich wusste nicht, dass das so ein tolles Spiel ist. Hey, weißt du was? Warum gehen wir nicht zusammen zum Spiel? Vielleicht gefällt es mir auch. Toll, gehen wir los. Na kommt. Wie konnten wir es noch verlieren? Sind wir kein tolles Team? Nun, Tom Thomas hat jetzt sein eigenes Team. Und nicht nur das. Sie geben auch nicht auf. Das war es nicht. Es war Anfängerglück. Das war alles nichts weiter. Der Rucksack Alles klar. Fertig mit den Hausaufgaben. Können wir jetzt spielen? Tom Thomas, packst du so deinen Rucksack? Warum nicht? Wo liegt das Problem? Ich frage mich, wie du überhaupt noch irgendwas darin findest. Tu ich doch. Dann suchen. Dein Lineal. Hier ist es. Deinen Radierer. Ein kleinen Moment, bitte. Wo ist der? Ah, du findest ihn nicht. Wie schade. Das liegt an diesem dämlichen Rucksack. Dein Rucksack ist voll in Ordnung. Wenn du nichts verlieren willst, musst du eben besser packen. Oder man hat einen Pakomat, der dir einfach alles reicht. Oh ja, genau das brauche ich. Ein Pakomat. Nur Fixies haben Pakomaten. Ich will auch einen. Ich mach mir einen. Auf keinen Fall. Doch. Ich werde ihm dabei helfen. Klar, Nolik. Ein Rucksack ist eine Tasche mit Trägern für die Schultern. Er wurde erfunden, damit es leichter ist, schwere Lasten zu tragen, wenn man weite Strecken läuft. Und auch, um die Hände frei zu haben. Statt krumm zu gehen, behalten wir durch Rucksäcke eine gute Haltung, indem wir die Last auf unserer Rückenmuskulatur und Wirbelsäule verteilen. Und es passen so viele Dinge in einen Rucksack. Vor allem, wenn der Rucksack viele verschiedene Taschen hat und wenn alles gut und ordentlich verstaut ist. Die ersten Rucksäcke waren ziemlich schwer und unbequem. Sie bestanden aus Holz und Leder. Diese Rucksäcke wurden von Jägern getragen. Später wurden leichtere Rucksäcke erfunden, die aus Leinen bestanden. Sie waren sehr beliebt bei Reisenden und Soldaten. Heutige Rucksäcke sind so leicht, dass sogar Kinder sie tragen können. Die Testphase des ersten Pakomaten-Designs speziell für Menschen beginnt. Bereits? Es kann losgehen. Erstens, hole aus deinem Rucksack, äh, ich meine Pakomaten, ein Radiergummi. Ja. Seht her. Cool. Wow. Ein Stift. Den blauen. Ja. Hopp. Wir begegnen technischen Schwierigkeiten. Wir brauchen eine Pause. Testphase zweites. Ich weiß, ich weiß. Fangt einfach an. Hole das Radiergummi. Mhm. Das lassen wir gelten. Und jetzt den blauen Stift. Oh, wow. Jetzt das Lineal. Ein tolles Pakomaten habt ihr. Cool. Testphase drei des weltweit ersten Pak... Und wo ist bitte Nolik? Keine Sorge, der kommt gleich. Testphase... Ist ja gut, ist ja gut. Los schon. Fang an. Deradera. Das haben wir schon zweimal gesehen. Der blaue Stift. Und was ist mit dem Lineal? Aber klar doch. Trommelwirbel. Wow. Das ist unmöglich. Lass mal sehen. Hm. Jetzt verstehe ich. Dann hol jetzt mal dein Mathebuch. Mathebuch? Kuckuck. Hast du das Buch? Unmöglich. Es ist riesig. Tolle Erfinder seid ihr. Eure Erfindung braucht etwas Aufbesserung. Und ich weiß wie. Was? Wenn ihr euren Rucksack packt, müsst ihr halt darauf achten, dass ihr es ordentlich macht. Ordentlich? Das dauert ewig und das ist langweilig. Ich zeige dir, wie es Spaß macht. Ha, ha, ha. Du willst zur Schule gehen. Dein Rucksack ist dabei. Dein Rucksack ist dabei. Dein Rucksack ist dabei. Und jeder kann es sehen. Da passt alles hinein. Da passt alles, da passt alles, da passt alles hinein. Denn wenn du keinen Rucksack hast, kommst du nicht weit. Du wirst schon sehen. Doch wenn du einen Rucksack hast, kannst du fast überall hingehen. Und wenn du in den Wald willst, dein Rucksack ist dabei. Dein Rucksack ist dabei. Dein Rucksack ist dabei. Sogar der größte Waldpilz, da passt alles hinein. Da passt alles, da passt alles, da passt alles hinein. Denn wenn du keinen Rucksack hast, kommst du nicht weit. Du wirst schon sehen. Doch wenn du einen Rucksack hast, kannst du fast überall hingehen. Denn wenn du keinen Rucksack hast, kommst du nicht weit. Das Sie. Papa, wann kommt Mama zurück von der Konferenz? In einer Stunde. Wie können wir sie überraschen? Wie wär's mit Rosinenbrötchen? Die liebt sie. Das ist eine tolle Idee. Äh, wo sind nur die Rezepte? Ah, hier sind sie nicht. Wo könnten sie wohl sein? Was suchst du da? Ah, ein Rezept. Das ist in der Schublade beim Herd, da drüben. Toll, danke. Hier ist es. Ah, fantastisch. Mal sehen. Was brauchen wir? Milch. Mehl. Eier. Etwas Zimt und Rosinen. Der Zimt ist gleich hier. Aber die Rosinen sind alle. Äh, die Rosinen sind alle. Ohne Rosinen? Nein, Mama liebt die Rosinen. Ah, es ist zu spät. Die Geschäfte sind geschlossen. Müsli. Wir haben Müsli. Na und? Da sind Rosinen drin. Schau. Tom Thomas, du bist ja ein Genie. Du kümmerst dich um die Rosinen. Tom Thomas, was nimmt Mama, um den Teig zu kneten? Den Mixer. Wie wär's mit dem Mixer? Hm, keine schlechte Idee. Ich denke nicht, dass du genug Rosinen hast. Und du hast den Teig noch nicht gemacht. Das geht ganz schnell mit dem Mixer. Na gut, Papa. Mal sehen, wer zuerst fertig ist. Komm schon. Schneller, schneller. Sei doch kein Tollpatsch. Wenn ihr meint, ihr wärt so toll, warum helft ihr nicht? Na gut, wir helfen. Ah, fang. Was ist los da drin? Wir haben alles von oben genommen. Wir müssten nach unten tauchen. Taucht? Schnell. Papa hat schon fast den Mixer zusammengebaut. Wo sind die Rosinen? Es ist dunkel da unten. Wir können die Rosinen nicht sehen. Dann taucht noch mal. Nein, so wird das nichts. Wir brauchen einen Filter. Um Samen von Hülsen zu trennen, Luft von Staub und Wasser von schädlichen Teilchen, nehmen wir Filter. Der einfachste Filter ist ein Metallnetz. Solche Filter sind in Waschmaschinen installiert und in Geschirrspülern. Sie halten das Wasser sauber, indem sie kleine Schmutzpartikeln abfangen. Somit halten Maschinen länger und gehen nicht so schnell kaputt. In anderen Worten, Filter trennen das, was wir wollen, von dem, was wir nicht wollen. Ich glaube, ich weiß, was Mama benutzt. Perfekt. Dieser Filter ist ein Sieb. Nimm die Schüssel und halte das Sieb darüber. Schütte das Müsli hinein. Und jetzt schüttel es, damit die kleinen Teile durchs Sieb fallen. Und die Rosinen drin bleiben. Papa, mach den Mixer schon an. Dann musst du schneller schütteln. Papa, du spritzt den Teig durch die ganze Küche. Der Mixer ist zu kraftvoll. Der Mixer ist in Ordnung. Der Teig ist zu flüssig. Ihr müsst Mehl hinzugeben. Du brauchst mehr Mehl. Okay. Woher weißt du das alles? Schüttel noch mehr. Nicht nötig. Ich habe alle Flocken ausgesiebt. Cool. Es hat echt geklappt. Papa. Was? Kann ich die Rosinen in den Teig tun? Sieh mal an. Wie hast du die so schnell ausgelesen? Mit unserem Sieb, Papa. Kennt ihr die Geschichte von Aschenputtel? Ihre böse Stiefmutter ließ sie nicht zum Ball gehen. Stattdessen schüttete sie Erbsen auf einen Haufen Asche und befahl Aschenputtel, alle auszulesen. Aber was die meisten Leute nicht wissen, es waren Fixies, die Aschenputtel halfen, die Erbsen von der Asche zu trennen. Mithilfe eines Siebes. Das ist wahr. Aschenputtel war eine Freundin der Fixies. Man findet die Spuren der Fixies in vielen Märchen. Erinnert euch nicht der Däumling und die Däumeline an jemanden? Wie haben sich diese winzigen Charaktere in Märchen zurechtgefunden? Es ist gut möglich, dass vor langer Zeit ein Fixie, der etwas tollpatschig war, von einem Geschichtenschreiber entdeckt wurde. Und der wurde zur Inspiration für zahlreiche Märchen. Okay, mach die Augen auf. Tada! Wunderschön! Wessen Idee war das? Tom Thomas. Die sind so gut. Was ist das Rezept? Das ist von Tom Thomas. Und ihr wusstet, dass ich Rosinen liebe. Tom Thomas hat sie aus dem Müsli gesiebt. Gut gemacht, Tom Thomas. Ganz alleine? Das ist doch klar. Kliis! Ich bin froh, Musik. ... Musik. Musik. Musik.